So meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend hier bei SimWeisTV. Dienstag haben wir heute, 19 Uhr, pünktlich sind wir da, am 4. Februar 2014. Es ist meine erste Moderation dieses Jahr hier in der rfln.de zur Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Fünfter Lauf, 3 Stunden, was aber viel, viel wichtiger ist und ich will gar nicht so viel labern, damit der gute Marcel auch noch was zu erzählen hat. Ja, herzlich willkommen Marcel Penskofer. Ja, guten Abend Lutz, guten Abend liebe Zuschauer. Ich hoffe, dass wir heute ein ähnlich interessantes Rennen sehen wie beim letzten Mal. Vor allem die Schlussphase war da ja auch wieder sehr spannend und schauen wir mal, was uns da heute so erwartet. Ja, ist ja kein Wunder, ich war nicht da und dann wird es wohl heute Abend wieder andersrum laufen, da hoffen wir mal nicht. Ja, wir gehen mal live auf die Strecke und gucken mal so ein bisschen, also um das gleich von vornherein zu klären. Chef im Ring hier in der Moderatorenkabine ist der Marcel, gar nicht so sehr ich. Einfach deswegen, weil ich viel zu wenig mit der Serie vertraut bin. Und die Expertenberatung, sonst ist ja der Micha aber noch mit dabei, der sich heute gedrückt hat. Und ja, die ist halt immer das viel, viel Wichtigere hier. Drum rumlabern kann erst mal jeder. Und ja, aber da haben wir dann halt heute den Marcel. Und ich habe mir natürlich die Broadcast, den letzten Broadcast, mindestens in Auszügen angeschaut und ja, war schwer begeistert. Ich habe mich kein Stück vermisst. Genau. So. Ja. So, wir warten jetzt eigentlich auf, aufs Quali, ne? Genau, ja. Das müsste jetzt dann gleich losgehen. Was heute natürlich noch so ein bisschen mit wertungstechnisch interessant wird, ist, ab heute zählen dann die Streichergebnisse mit in die Tabellen mit rein, also nach dem Rennen natürlich dann. Das heißt, wir haben dann schon mal so einen ersten Überblick darüber, wer jetzt wirklich in der Favoritenrolle in den einzelnen Klassen ist, weil da natürlich schon ein paar Teams dabei sind, die entweder ein Rennen aus haben fallen lassen oder eben auch ausgefallen sind. Das heißt, wir kriegen ab heute so ein etwas realistischeres Bild davon, wer wirklich vorne mit dabei ist. Und die eine oder andere relativ groß wirkende Lücke wird dadurch, dass ein Top-Team mit vielen guten Ergebnissen natürlich auch da, weil ich davon streichen lassen muss, gar nicht mehr so groß ausschauen. Genau. Das ist der große Punkt immer dann, wenn man Streichergebnisse benutzt. Und das ist eine coole Nummer, weil ja, bis die dann zum Tragen kommen, müssen natürlich auch die Teams dann erstmal rechnen. So, jetzt ist hier irgendwas passiert, genau. Hier stehen jetzt vor dem 50-minütigen Qualifying. Sehe ich das richtig? Ja. Richtig, ja. So, das ist nicht Kartbahn von Michael Schumacher in Kerpen. Das ist Teil des Grand Prix-Kurses des Nürburgrings, nämlich und zwar der Erste. Und ja, und wie der Name schon sagt, Nürburgring Langstreckenmeisterschaft. Hier wird die VLN so ein klein wenig, ja, nachgebildet, virtuell nachgefahren. Und nur ein klein wenig. Das klappt ziemlich, oder erstaunlich gut. Wir haben tolle Fahrzeuge hier am Start, vier Klassen. Und da kommen wir später noch ein bisschen zu, wo wir die Klassen noch so ein bisschen jetzt klären. Also, so, und da kommen auch schon die Ersten rausgeschossen und fahren sich mal gleich in der ersten Kurve in Po. Ne, tun sie nicht. Ähm, genau. Und, äh, ja, da sind wir mal gespannt. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis jetzt hier, ähm, Ergebnisse kommen, bevor wir hier Referenzzeiten haben in den einzelnen Klassen. Also, im günstigsten Fall sowas um die achteinhalb Minuten, ne? Wenn ich so richtig informiert bin. Ja, genau. Plus den Grand Prix-Kurs, den man noch so jetzt braucht, bis man die Runde starten kann, schätze ich mal so. Die ersten neun Minuten wissen wir nicht wirklich, wer, äh, momentan da vorne dabei ist heute. Ähm, ja, gleich, die gleiche Frage stellt sich wie letztes Mal. Äh, kann, ähm, was die Gesamtwertung angeht, endlich mal jemand anders auf Platz 1 stehen als der Kevin Maas? Ja, das wäre tatsächlich, also, äh, wenn ich das hier richtig sehe, war er im Training auch schon wieder schnellster. Ja, also, da ist eindeutig, ähm, was die Konstanz und die Geschwindigkeit angeht, ist das natürlich schon eine Hausnummer, die die da vorliegen, dass sich da die anderen auch schwer tun, da dran zu bleiben. Haben wir jetzt schon vier Läufe beobachten dürfen, aber, ja, letztes Mal hat trotzdem ein Klasse-2-Auto den Gesamtsieg geholt. Äh, sprich, äh, von Fehlern, äh, befreit ist hier keiner. Und, ja, schauen wir mal, was dabei heute rauskommt. Das gibt natürlich, was die Pole-Position angeht, in jeder Klasse, so das ein oder, ja, ein oder zwei Favoritenteams, würde ich jetzt mal sagen, weil es eigentlich doch über, äh, im Laufe des, der bisherigen Saison immer wieder die gleichen Autos waren, die dann in der ersten Startreihe standen. Aber, äh, gerade da wir ja auch heute schon wieder drei Stunden haben, ist natürlich die Startposition jetzt auch nicht unbedingt das Wichtigste. Vielleicht können wir tatsächlich jetzt die Zeit nutzen, weil das ist ja jetzt wirklich, ähm, doch ein bisschen, ja, so gut zwei Minuten haben wir jetzt Zeit, äh, uns mal ein bisschen mit der, äh, mit den Klassements in den einzelnen Klassen zu beschäftigen. Wir haben jetzt hier, ähm, die Tabellen vorbereitet und, Marcel, vielleicht bist du mal ein bisschen, bist du mal so gut, ähm, erklärst das mal ein bisschen, vor allem die verwirrenden Zahlen auf der rechten Seite. Richtig, ja. Also man, man kennt, wenn man jetzt, äh, andere Rennserien normalerweise verfolgt, vielleicht nicht so gut, warum da jetzt Kommastellen sind und, äh, ja, wie man auf diese Zahlen auch kommt nach vier Läufen, äh, ist ja alles sehr ungewöhnlich. Also es ist nicht so eine Punkte, also ein Punktesystem, wie man es aus Formel 1, DDM, WTCC oder was auch immer kennt, sondern hier geht es eben darum, dass die Anzahl der Punkte, die man bekommt, abhängig von der Anzahl der Starter in der gleichen Klasse ist, das heißt, ähm, je mehr Starter in einer Klasse sind, desto wertvoller wird quasi der Sieg. Also auch die, die, äh, Punktzahl, die man für einen Sieg bekommt, steigt dadurch. Und, ja, das, zum einen der Vorteil davon natürlich ist, das animiert die Leute dazu, wirklich, äh, mitzufahren, weil man für jedes, für jedes Ergebnis einen Punkt bekommt, auch als Letzte. Auf der anderen Seite, äh, man schwächt nur die eigene Klasse, wenn man quasi nicht erscheint und da hat dann eigentlich keiner was davon. Deswegen eben diese leicht verwirrenden Zahlen da, hinter dem Komma vor allem. Ja, äh, was kann man dazu noch sagen? Die Abstände zwischen den, den Positionen, wenn man sich so einen einzelnen Lauf mal anschaut, die variieren dann natürlich auch. Also auch da sind von vornherein schon Nachkommastellen gegeben. Aber man sieht jetzt zum Beispiel hier, wenn man Platz 4 und 5 anschaut, das sind Racing Team Phoenix und Core Motorsports, äh, da kommt dann auch bei der Nachkommastelle was ziemlich knappes dabei raus. Auch wenn man das gar nicht so denkt, wenn man so die einzelnen Punkteergebnisse sieht. Ja, also, das System hat definitiv seine Vorteile. Es ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich, man kann nicht groß rumrechnen jetzt während dem Rennen, außer man hat da jemanden, der im Team die Zeit dafür hat. Äh, ja. Ja, gut, dafür gibt es ja Rennen. Ein Auto pro Klasse haben, äh, erübrigt sich solche Geschichten wie Stallregie oder so von alleine. Deswegen ist das auch gar nicht so wichtig, weil die Rennen zu wissen, welche Punkte man auch die kriegt. Du meintest ein Auto pro Team. Ein Auto pro Team in der Klasse, quasi, ja. Ja, genau, weil du sagtest eben ein Auto pro Klasse. Deswegen war ich jetzt etwas verwirrt. Naja, na, das wäre dann eine interessante Wertung. Die kann man sich dann sparen. Das stimmt, ja, danke. Ja, sehen wir hier, also, grundsätzlich ist es schon so, dass, ähm, natürlich Racing S Station hier oben mit 30,05 in der Wertung doch ziemlich weit oben steht. Ähm, soviel ich weiß, sind die auch noch nicht ausgefallen. Was war beim letzten Mal, weil da haben sie ja nicht gewonnen, ausnahmsweise. Hm, da haben wir einen der wenigen, ja, ich sag jetzt mal Fahrfehler, beziehungsweise eines der wenigen Probleme für das Team gesehen, wo eben der Audi dann doch schon sehr zerpflückt war, so nach dem weiten Ventricle ungefähr war es. Mhm. Ähm, der Kevin Maas musste dann natürlich eine große Lücke zufahren, hat es dann auch geschafft, über sehr solide Runden, trotz beschädigten Auto, ähm, auf Gesamtplatz 2 zu fahren, hinter dem Gesamtführenden, der ein Klasse-2-Fahrer war. Mhm. Ähm, ist dann aber kurz vor Schluss abgefangen worden vom Green Flashes SLS, also die haben es dann auch tatsächlich geschafft, auf der Strecke die Racing Association zu schlagen. Das ist also definitiv möglich, das haben wir jetzt letztes Rennen gesehen und deswegen, ich denke, äh, Streichergebnis bereinigt, liegen die deutlich enger zusammen, als das jetzt hier den Anschein macht, weil die Green Flashes ja auch schon durchaus problematischere Rennen hatten als das letzte. Das ist wohl richtig, ja. So, kommen wir mal zur Klasse 2. Also ich meine, äh, lesen, was da steht, könnt ihr selbst, wir müssen jetzt nicht alle Teams einem Einzelnen vorlesen. Ähm, klar, Ford zu heben sind erstmal ganz klar die führenden hier in der Klasse 2, das ist das Verfahren. Ich gehe mal davon aus, dass das auch die waren, die letztes Mal gewonnen haben. Äh, ja, genau. Das war der, äh, Ford GT von Just for Fun, äh, Virtual Sim Races Team. Äh, nein, falsch, ja. Da kommt es dann nämlich schon, wenn man nämlich immer im Kopf hat, wer Klasse 1 gewonnen hat und dann dahinter war. Gesamtsieger und Klassensieger war letztes Mal das Cantina Band Auto. Ah, okay. Die da auch die Lücke sehr schön schließen konnten, schon ein bisschen Rückstand hatten, jetzt, da wir da deutlich näher dran sind. Ja. Ähm, wenn ich es richtig im, äh, im Kopf habe, denke ich aber, dass wir so vom Streichergebnis her bereinigt, äh, Modusport for All immer noch die Favoriten sein dürften, weil die einfach zwei Rennen weniger gefahren sind. Ja. Äh, beziehungsweise ein Rennen war es. Wir haben erst vier. Ich weiß aber auch, dass Cantina, glaube ich, auch, äh, mindestens ein Rennen ausgefallen ist. Glaube ich, glaube ich, im Hinterkopf zu haben. Ja, ich glaube, dass die beiden so vom Punkteabstand her, dass das schon so stimmt und dass eben das für Fun, dadurch, dass sie natürlich profitiert haben davon, dass die beiden anderen ein Punktergebnis weniger haben, dass die deswegen jetzt davor stehen. Und das ist ja, also hier ist es ja insgesamt in der Klasse relativ eng, wenn man sich so die ersten fünf Positionen anschaut, sind ja wirklich noch, oder sagen wir mal, die ersten vier, die sind ja wirklich dicht beieinander. Ja, also, könnte ich mir vorstellen, dass das hier dann zum nächsten Rennen ganz, ganz spannende Geschichte wird. Ja, auch hier sieht man schön, ja, man, oh, sorry, kommen wir mal zurück. Das ist kein Problem, es sind halt drei verschiedene Autos auf den ersten drei Plätzen, also, das scheint auch ganz gut ausgeglichen zu sein. Richtig. Hier sieht man auch gleich in der Übersicht, da das ja so schön daneben steht, welche Fahrzeuge hier in welcher Klasse unterwegs sind. Also, das werden wir sicherlich im Verlauf des Rennens noch das ein oder andere Mal erwähnen. Ja, kommen wir jetzt zur Klasse 3. Da sind nur zwei Marken vertreten, nämlich Mercedes und BMW. Und zwar die wunderschönen alten 190 Evos und der M3 aus den klassischen DTM-Zeiten. Und, äh, ja, KPR Simracing hier führend mit, ja, doch schon ersichtlichen Vorsprung, aber dahinter ist es dann auch wieder arg eng. Und wie der Marcel eben schon sagte, erst nach den Streichergebnissen können wir, nach der Berücksichtigung der Streichergebnisse, können wir hier wirklich Aussagen treffen, wer hier wo steht. Genau. Also, absolut realistisch, egal wie sich das dreht, ist auf jeden Fall der vierte Platz von Piranha Simracing, weil die einfach vier Rennen viermal vierter geworden sind. Also, ich erwarte nicht, dass sich da irgendwas verschiebt, wenn man so konstante seine Ergebnisse einfährt. Ansonsten, ja, ich denke, die Teams stehen, ja, kann man nicht mehr unbedingt sagen, dass die alle dastehen, wo sie zu erwarten sind. Wir haben vom, vom GT1-Auto zum Beispiel letztes Rennen gesehen, dass die durchaus mit den Top-2-Autos mithalten können. Ähm, die sind aber auch halt einfach später in der Klasse eingestiegen. Da ist dann abzuwarten, wie sich das mit den Streichergebnissen so hinziehen wird. Genau. So, gucken wir mal noch, ich sehe nämlich die ersten Zeiten purzeln hier. Äh, gucken wir mal noch ein bisschen die etwas verzerrte Grafik hier der Klasse 4. Und, ja, und da ist zumindest bei den ersten drei Platzierungen doch, ist das verdammt eng. Also, 22,87 zu 20,53 und 18,55. Also, das ist schon echt irre. Und, ähm, was ist hier mit den Positionen 9, 10, 11 und 12? Sind noch gar nicht gefahren? Ähm, ja, also am Start waren diese Teams alle, sonst wären sie gar nicht als in der Wertung drin. Die haben zumindest alle mindestens eine Runde gedreht in einem offiziellen Rennen, aber eben ohne Zielankunft oder Erledigung der, ja, Mindest-Rindestanz natürlich. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass, äh, hier FPR, letzter Platz. Von der Gesamtsaal der Runden her wahrscheinlich von den, von den vier Teams eigentlich am weitesten vorne, aber, äh, da es halt jedes Mal um eine halbe Stunde dann an der Mindestdistanz gescheitert ist. Ah, okay. Aus den verschiedensten Gründen von eigenem Unvermögen bis zu technischem Runden. Ja, ja, ich glaube, an eins kann ich mich noch ganz gut erinnern, da warst du auch ziemlich genervt. Ja, ja. Ja, FPR steht vermutlich für Penskofer reserviert, aber werden wir mal sehen, was dann da noch so passiert. Gucken wir mal ganz kurz noch in die Top 10 der Gesamtwertung. Das ist hier das Gesamtklassement, also, was der Marcel eben sagte, es ist ja durchaus passiert, dass ein Klasse 2 Auto hier Läufe gewonnen hat oder einen Lauf gewonnen hat. Und wir sehen auch Klasse 1, Racing Association momentan vorne dran, keine Frage, das KPR-Team aus der Klasse 2 auf der zweiten Position. Dann kommt auch schon das führende Team der dritten Klasse auf Position 3 und wir haben sogar ein Klasse 4 Auto in den Top 10, nämlich auf Platz 9. Und das finde ich schon eine coole Nummer. Ja. Also diese Art, das zu werten. Und schlussendlich ist ja auch das die Wertung, die zählt. Also wirklich Klassentitel gibt es ja so an sich in der VLN gar nicht. Das ist schlussendlich die Wertung, die zählt. Jeder hat in jeder Klasse die Möglichkeit, Meister zu werden. Also du kannst auch mit einem Klasse 4 Auto Meister werden. In der realen VLN kommt sowieso häufiger vor, dass die kleinen Autos die Gesamtwertung gewinnen, weil einfach größere Starterzahlen da sind. Das haben wir jetzt hier nicht. Alle Klassen sind gleich stark. Sofern natürlich alle gemeldeten Fahrzeuge da sind. Richtig. Und deswegen sind alle da, hat jeder die Möglichkeit, mit dem Klassensieg sich auch in der Gesamtwertung nach vorne zu bringen. Ja. Momentan haben wir aber den Felix Heinen ganz vorne. Was mich tatsächlich mal interessieren würde, wo fährt denn der Kevin Maas? Ach, da ist er. Welche Position ist das? Der wird mir hier angezeigt auf der 3.10. Da versuchen wir mal hinzugehen. Ob da jetzt eine Zeit, niederläuft, noch gar keine Zeit. Der hat die Box verlassen und auch eine komplette Nordschleiden-Runde gedreht. Allerdings, soweit ich die Info bekommen habe, mit wieder mal, also das heißt wieder mal ist eigentlich unfair Ihnen gegenüber, weil man es normal von ihm nicht kennt. Er hat aber mit so ziemlich dem gleichen Schaden, den wir im letzten Rennen an seinem Auto gesehen haben. Er hat die komplette Frontpartie gefehlt, als er gerade in die Box rein kam. Ah, okay. Dann erübrigt sich auch mal die nächste Frage. Also es gibt hier sehr wohl eine Escape-Regel, ja? Also es darf nicht aus der Strecke Escape gedrückt werden. Deswegen jetzt auch erst auf eine Einlaufrunde wieder, weil er eben sein Auto natürlich an die Box zurückbringen muss. Sofern es noch fahrtüchtig ist. Gibt es eine Strafzeit, wenn er Escape drücken muss? Wenn er Escape drücken muss, ist das Qualifying sowieso beendet. Ah, dann ist es beendet, okay. Ja, man kennt es vielleicht ein bisschen, Formel 1, wenn es dürfte man ja so am meisten stehen in der Sim-Racing-Szene, sage ich jetzt mal. Wenn im freien Training das Auto abgestellt wird, dann bleibt es da auch stehen. Und so ähnlich ist das hier auch. Okay. Aber ich gehe fest davon aus, dass er trotzdem Favorit für die Pole Position in der Klasse 1 ist. Ja. Schauen wir mal, wer sonst noch so angekommen ist. Aus der Klasse 1 sind es bisher erst zwei Autos. Wie du schon gesagt hast, Felix Heinen auf der 1. Und dahinter dann Alexander Keller für das GT1 Team Nummer 2. Gehen wir mal zum Andreas Schröder. Klasse 2. Genau, ist der momentan Führende in der Klasse 2. So, der Sven Dreyer ist nach vorne gefahren. Auf die zweite Position hat den Alex Keller verdrängt. Ja, auch das ein neues Team. Vielleicht noch kurz angefügt. Race Union Teichmann Racing haben wir ja schon letztes Rennen als Neueinkömer begrüßen dürfen in der Klasse 4. Aber jetzt haben sie auch noch ein zweites Auto in der Klasse 1. Und da sind wir mal ganz gespannt, was dabei rauskommt. Weil wir hatten die Jungs ja letztes Mal noch nicht so ganz auf dem Schirm. Jetzt haben wir die sehen. Die haben gleich mal auf Anhieb die Klasse 4 gewonnen. Sind wir mal gespannt auf das Klasse 1 Auto. Sind wir im Übrigen mit einem BMW Z4 unterwegs. Also da auch nicht unbedingt die Wahl jetzt auf den Audi gefallen. Obwohl sie in der Klasse 4 ein Audi fahren. Sondern hier bei verschiedenen Marken. Und ich denke mal, gut, es sind noch nicht so viele gefahren. Aber gleich auf Anhieb. Ein anderes geht Klasse 1 Auto geschlagen. Nach momentanem Standortlichen Rest. Ich glaube, die sind schon ganz gut vorbereitet. Und die Zwischenzeit kommt jetzt hier nicht mehr beim Andreas. Also, werden wir mal gucken, was er hier am Ende auf der Uhr hat. Er ist mittlerweile wieder verdrängt worden vom Alexander Ketten. Ne, Moment. Ne, er ist auf Platz 4 gerutscht, dadurch, dass Sven 3 auf 2 gefahren ist. Und gucken, ob er sich hier wieder wenigstens auf die bessere Position der zweiten Startreihe fahren kann. Oder vielleicht sogar in die erste Startreihe. Genau. In der Klasse 2 sind auch schon ein bisschen mehr mit ihrer ersten Runde fertig. Aber man kennt es ja, so auf der Neutschleife muss man auch erstmal seinen Rhythmus finden. Das ist nicht unbedingt die erste Runde, die dann gleich stehen bleibt. Das ist wohl wahr, ja. Dann probiert man es nicht mehr. Und dann dürfte noch einiges kommen. Ja, ich habe gerade den Green Flashes SLS gesehen, der da irgendwo abseits der Strecke unterwegs war. So, jetzt haben wir nur noch, ja, das letzten paar Meter bis zur Döttinger Höhe. Und dann wollen wir mal gucken, was er da auf der Uhr hat. Ja, momentan noch eine komfortable Situation, weil er eben sowieso auf der Position 1 in der Klasse liegt. Aber ich schätze mal, gerade in der Klasse im Qualifying kann es überhaupt mit Schaden nachzulegen, weil das war beim letzten Rennen schon die engste Klasse im Qualifying. Da ging es zwischen den ersten Dreien im Zehntelbereich um und her. Und ja, die 834 ist schon gar nicht so schlecht, aber ich denke, wenn jemand eine saubere Runde hinbekommt, dann geht da noch ein bisschen was. Schauen wir mal, ob er es gleich selber macht. Gar nicht so schlecht aus. Wird auf alle Fälle eine bessere Zeit als die 34. Genau. Er bleibt natürlich auf Platz 4, weil natürlich drei Klasse 1 Autos vorhin sind, aber er hat sich nur fast zwei Sekunden verbessert. So, sag mir mal was jetzt hier, Klasse 3. Ich würde sagen, wir schauen mal auf den Jensen Ledwig auf Platz 9, weil der nämlich nicht nur auch auf einer schlechten Runde ist, sondern auch gleich über die Linie kommt. Der führt momentan die Klasse an. Kennen wir von KPR schon so, nicht nur im Qualifying, sondern auch im Rennen, dass die sehr, sehr stark sind. Aber auch in der Klasse geht es ganz schön heiß zu. Und das No-Limit-Auto hat auch noch keine freie Runde, so wie es ausschaut, hinbekommen. Da haben wir es nämlich schon. Der Robert Goetheke hat nämlich gerade die Führung in der Klasse übernommen. Ja, ich sehe es. Und zwar mit einer Zeit, die knappe 1,5 Sekunden, schneller ist, als die, die der Jens Ledwig bisher gefahren ist. Und dann schauen wir mal, ob das sich jetzt wieder umdreht. Ja, also 8,45, 8, 4, 7 war die Zeit von Robert Goetheke. Und jetzt rausbeschleunigen auf die Start-Zielgerade schauen wir mal. Ja, das wird eng. 44. Aber es reicht ja. Ja. Also ist es dann doch noch... Ja, noch mal gut 1,6 Sekunden hat er noch mal raufgepackt. Genau. Also da dürfen wir gespannt sein, was der Herr Goetheke da entgegenzusetzen hat. Dann lass uns doch mal so ein bisschen in die Klasse 4 gucken. Jawohl. Momentan führende da der Michael Beutheke. Ja. Da bin ich jetzt aber völlig überrascht. Ja. Mhm. Ja, kennt man aus dem Qualifying auch. Also auch da momentan keine Überraschung in der Klasse. Letztes Mal haben sie ein bisschen Probleme gehabt, gleich vom Start weg. Da haben sie irgendwie... Ja, wir haben ihn lange vermisst und dann festgestellt, dass er ungefähr eine halbe Minute hinter der Startgruppe hinterher hielt. Mhm. Und ja, das hat natürlich das Rennen dann nicht unbedingt positiv beeinflusst für das Team, aber wir wissen ja, der Michael, der ruft seine Qualifying-Runden immer wieder ab. Deswegen wird das ganz, ganz schwer werden, dieses Jahr überhaupt gegen dieses Auto in der Klasse in der Pole Position einzufahren. Richtig. Na gut, er ist ja nun auch ausgewiesener Nordschleifenspezialist. Genau. Und von daher muss man da ehrlich einiges aufbieten, um ihn zu schlagen. Um auch diesen Fahrer zu schlagen. Also das ist glaube ich, das ist das Wesentlichere. Ja, ist momentan führender in der Klasse mit einer 922-9. Das ist jetzt nicht mal unbedingt eine unschlagbare Zeit. Also wir haben auch schon von anderen Autos Zeiten in dem 29er, tiefen 29er-Bereich gesehen. Mhm. Aber wir haben halt auch schon von Michael Brotigam 916er-Zeiten gesehen. Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Richtig. So, der kommt jetzt aber in die Box. Der kommt jetzt rein. Natürlich. Wir schauen mal auf den Verfolger. Genau. Der nämlich jetzt gleich über die Linie kommt. Das ist das zweiplatzierte Auto in der Klasse von Race Union Teichmann Racing. Ach Mensch, braunbraun Deck. Ja, wie lustig. Ja, die kenne ich natürlich auch gut. Und fahren tatsächlich, wenn sie denn mit Fahrerwechsel unterwegs sind, an einem PC. Ja, das kenne ich auch. Also habe ich auch schon mal gemacht. Das ist durchaus eine komfortable Sache. Man hat auf jeden Fall schon mal nicht das Risiko mit dem Fahrerwechsel. Genau. Ja, ne, die hatten tatsächlich mal in irgendeinem meiner 24 Stunden rein haben sie dann mal so eine Fotosession geschossen und haben die dann da irgendwo auf Facebook veröffentlicht. Das war schon sehr lustig mit anzusehen. Kartons von von Pizza und Kartonstapel von Pizza Zeug und weiß ich nicht was und Getränke und ach, war schon sehr lustig. So, mal gucken. Ja, 26. Ja, 9,26. Das ist natürlich da noch ein Stück hinterher. Verbessern sich aber zumindest um einen Platz. Mindest im Klaus Genau, weil nämlich der Robin Frischkopf ungefähr eine halbe Minute vorher die Zeit, die alte Zeit von Braun Deck unterboten hat und zwar um eine Zehntel bloß. Ja, den Robin habe ich dann gestern wieder in der Siegerehrung gehabt. gestern am Donnerstag gestern Donnerstag in der Race Day Speed Association und da hat er dann wieder Okay, ich kriege gerade die Meldung Braun Deck heute mit Sondergenehmigung Fahrerwechsel an einem PC. Jaja, das weiß ich wohl. Ähm, genau. Ähm, ja, also da hat er dann mit 70 Kilo Zusatzgewicht noch gewonnen, der Robin und zumindest den zweiten Lauf und naja, gucken wir mal, was ihm hier heute gelingt. Er ist noch ein bisschen arg frisch in der Runde, so dass sich das jetzt nicht lohnt die ganze Zeit. Da finden wir sicherlich noch spannendere Positionen. Ähm, ja, Platz 25. Ich schalte da mal hin. Mhm. Jürgen Gattringer von dem vorhin angesprochenen Team Piranha Sim Racing, die ja viermal vierter geworden sind, also auch nicht unbedingt hinten in der Klasse 3. Und da geht es jetzt auch an die erste gezeitete Runde für das Auto. Mal, wo sie gelandet sind. Das ist der dritte Platz in der Klasse momentan mit einer 8,52. 5, ja. Also da ist die Lücke noch relativ groß zu den beiden Top Autos in der Klasse. Aber bei dem Team haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, die haben nicht unbedingt den Fokus aufs Qualifying. Da geht es eher darum, den Rhythmus fürs Rennen zu finden. Gucken wir mal hier zu Jimmy Kahn. Da noch ein bisschen was geht. Nee, da wird nicht allzu viel gehen. Naja. Doch. Da gibt es, ja, den Simon Hinzer hat er verdrängt. Das ist im 1 Sekunden. Ja. Enge Geschichte. Ja, feine Sache. So, jetzt sehe ich, tatsächlich kommt der Andreas Dahl hier raus auf die Döttinger Höhe. Wenn wir jetzt noch mal einen Porsche im Bild haben. Ja, jetzt sind wir momentan 17. Klasse 2 und damit von den ähm heute startenden Autos in der Klasse äh erstmal auf der letzten Position. Hier gerade so ein bisschen ich sag mir mal bitte ach hier hab ich genau ja also der hat hier massiv Rückstand ja auch die Runde ist nicht unbedingt äh es wird eine Verbesserung aber ist jetzt auch nicht vielleicht zumindest unter 9 Minuten bleibt er jetzt weil die letzte war eine 9 0 4 ja das ist jetzt schon also für ihn selbst natürlich erstmal eine deutliche Steigerung Problem natürlich auch Nordschleife 50 Minuten Qualifying klingen eigentlich auch relativ lang aber so viele Runden sind das auf der Strecke nicht und wenn du da zwei Runden hast wo du auf Autos aufläufst oder jemanden durchlassen musst dann ist halt mal ganz schnell passiert dass man eben so eine Zeit stehen hat ohne sehr groß was dafür zu können ja so der Joris Shepard ist jetzt hat jetzt erstmal eine gezeibelte Runde gefahren aber im Gesamtplacement jetzt auf 13 also das ist sicherlich noch nicht unbedingt dafür das ist ein Klasse 1 Auto natürlich jetzt will ich noch zufrieden stellen aber zumindest hat er erstmal eine Zeit es ist im letzten Rennen sehr positiv aufgefallen durch ja eigentlich das konstanteste Rennen wahrscheinlich von allen Teilnehmern also wie der seine Runden gedreht hat das war schon sehr beeindruckend im Zehntel Sekunden Bereich und zwar die komplette Renndistanz durch nicht unbedingt der schnellste in der Klasse aber so wahnsinnig weit weg von den mal jetzt hier die Racing Association ausgenommen von den anderen war er gar nicht die Quali-Runde jetzt spiegelt nicht unbedingt das letzte Ergebnis wieder aber der wird mit Sicherheit noch versuchen eine Runde zu fahren Jens Lidwig hat sich jetzt auch noch mal verbessert also die Zeit Position konnte er nicht mehr verbessern aber noch mal eine 841 165 gefahren also noch mal eine knappe Sekunde schneller schon eine sehr starke Zeit für die Klasse 3 also da gibt es durchaus Klasse 2 Autos die da Angst haben müssen wenn ich das richtig sehe der Micha Meier ist doch Klasse 2 oder genau ja ja und da ist er mal gerade 0,222 Sekunden dahinter also das gerade mal zwei Zehntel langsamer auch auch der Robert direkt hinter ihm in der Wertung ist ein Klasse 2 Auto also ja gucken wir mal ob der Herr gerade im Qualifying abzieht das ist schon sehr sehr stark der Herr Göteke kommt jetzt noch mal in die Box von daher ist jetzt da nicht ein direkter Gegenschlag zu erwarten wäre halt jetzt noch mal spannend ob der Robert hier noch mal Paroli bieten kann höchste mal es wird sehr schwer weil die Zeit von Jens Ledwig ist natürlich hammerhart ja die ist schon sehr stark aber wie wie gesagt es geht ja in erster Linie ums Rennen und schlussendlich egal ob man 4 Sekunden schneller war oder 0,001 man steht trotzdem nebeneinander an der Startaufstellung das ist richtig und solange man bei No Limit sagen kann okay nach hinten sind wir sicher dass da von hinten keiner mehr kommt dann muss man jetzt auch nicht auf Gedeih und Verderb versuchen also Kevin Maas ist jetzt hier gerade mit 4,5 Sekunden im Plus auf seiner Runde ja also das ist ist auch seine erste gezeitete oder wäre seine erste gezeitete Runde soher die denn jetzt endlich mal ein Ziel bringt weil Versuche hatte er schon 5 nicht unbedingt oh da geht's auch schon wieder ganz schön der der fährt jetzt wirklich letzte Rille also zu verlieren hat er jetzt eigentlich nichts mehr hat jetzt auch verkehr mit einem klasse 3 auto ja natürlich auch aber er hat also wenn er halt zu lange sollte er jetzt nicht dahinter festhängen aber er hat 4,5 Sekunden Vorsprung von daher dürfte das jetzt kein großes problem sein ich glaube es kommt da auch nein ja gut ich meine der fährt upsala jo und ich glaube der wird jetzt ziemlich ins Lenkrad beißen der Kevin aber das ist nun mal so auch das klasse 3 auto will eine gute zeit fahren genau so ist es so jetzt passt aber oder sollte es passen ja das ist übring Daniel Mack aus und das war es dann wieder ja da hat es gleich beide erwischt ich glaube der Daniel ist da auch jetzt nicht unbedingt glücklich damit weil da gab es auch noch mal eine lichthupe und jetzt kann er nur versuchen mit dem kaputten reifen das wird nichts mehr jetzt hat er noch 17 minuten zeit ich gehe mal davon aus dass man eine begonnene runde nach ablauf der offiziellen quali zu Ende fahren darf jetzt hängt er jetzt hängt er sowieso fest wenn er jetzt nicht wegkommt dann war es das wie bitter ach wird er einen Hals haben der Kevin ich glaube bei der Szene da haben zwei ziemlich noch als jetzt weil der Daniel der will natürlich auch in der Glaser noch nach vorne und er ist jetzt in dem Moment hat sich ein anderes Auto noch davor geschoben in der Klasse mit dem Markus Gerzak wenn sein Auto nicht so schwer beschädigt ist dass er noch eine gute Zeit fahren könnte dann muss er jetzt nicht zwingend nochmal in die Box dann könnte er jetzt nochmal versuchen ich gehe mal davon aus dass der Motor aus ist genauso ist ja also das Auto ist hinüber kann natürlich sein dass er jetzt versucht ihn abkühlen zu lassen aber das dauert der Motortemperatur so viel Temperatur verliert dass er nochmal versuchen kann hier raus zu kommen aber die Wahrscheinlichkeit dass er hier raus kommt ist sehr sehr gering da müsste schon jemand anders ihm helfen ich behalte es mal im Auge und währenddessen schon mal auf dem Hinterbrück ist ja die sind letztes Mal ist unsere Übertragung irgendwie deutlich zu kurz gekommen wissen wir auch nicht ganz warum das passiert ist jaja Jungs ihr müsst ein bisschen Action machen dann kommt ihr auch ins Bild nicht einfach so brav da hin fahren womöglich auch noch gut sein das interessiert keinen Menschen also dann sind wir schon mal gespannt auf den ersten quersteher der den zu unterhält ja ja momentan Günther Wirkes siebte in der klasse 3 der Anschluss zum sechs platzierten ja das sind dann doch schon gute 22 sekunden die da momentan fehlen ich weiß jetzt nicht ob er da ein problem hatte bisher in seiner schnellsten runde da geht ja fast gar nicht anders weil das ist schon sehr viel abstehen wahrscheinlich ähnliches szenario wie beim Kevin Maas dass man da einfach bisher keine problemlose runde hingekriegt hat ja jetzt ist er eine 3 2 gefahren als sektor zweit schauen wir mal was der vor ihm platzierte da stehen hat 258 also ok das ist nicht so weit weg also wenn er die 13 sekunden die er als Rückstand auf den gesamt führenden hat ins ziel bringt dann wäre er bei na mal da 30 also bei knapp an die 9 minuten irgendwas um die 9 minuten rum also das wäre dann schon deutliche verbesserung weil im moment stehen da 9 17 auf der uhr der kevin maas der hat es geschafft um kalb runter zu kommen ja also aufgegeben wird anscheinend nicht hat das ein grund warum er gestanden ist na ja also ich denke schon dass der entweder hat ihm jemand geholfen oder er hat tatsächlich den motor nochmal abkühlen lassen weil natürlich durch diese vor zurück und dann alles mit höchst drehzahl im ersten gang oder rückwärts gang das macht der motor nicht allzu lange mit also ich glaube ich habe vorhin mich zu Ende gefragt also es ist schon so wenn man nach Ablauf der Qualität noch rechtzeitig über Startziel kommt dass man die Runde noch zu Ende fahren kann oder ja genau also da wird ziemlich lange gewartet ist natürlich für die die schon schon fertig sind ja vielleicht ein bisschen langweilig aber sehr gut im Fall von Kevin Maas ist das für alle spannend ob der noch nach vorne fährt oder nicht richtig ja also dann kann man auch zuschauen sagen wir mal der fährt eine gute Runde und hat einen kontaktlosen Dreher drin dann wird es sehr knapp ja genau weil normal fährt er natürlich schon eine Zeit die 8 bis wenn nicht sogar 10 Sekunden schneller ist als das was der Felix Heinen jetzt auf der Uhr stehen hat ja aber zumindest der Felix wäre ein sehr sehr aufmerksamer Zuschauer das auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen ja und wie schon eingangs gesagt geht es ja darum wer fährt denn mal also wer wer sonst ist denn mal in der lage das auto auf eins zu stellen ja und die frage wäre dann geklärt das war auch irgendwie aktiv hervorgerufen durch kevin maas indem er halt eben seine collierunde nicht durchgebracht hätte naja aber das sind noch viel spekulation ich glaube das ist immer ein bisschen richtig so weit weg davon noch ja also gut was ist denn mit oberpichler stötzel und schmidt dürfen die nicht qualifahren also nicht dass ich wüsste es ist ja ein komplett neues auto also strafen aus vergangenen rennen können es schon mal nett sein das erste mal dass also sowohl die race union teichmann racing als auch das kps sim racing team haben jetzt jeweils klasse 1 autos dazu bekommen seit diesem lauf durch den ausstieg anderer team also was heißt ausstieg ja durch nicht erscheinen freigewordene autos sind da eben plätze für teams freigeworden die da interesse hatten und das war in dem fall dann kps sim racing warum der jetzt nicht fährt ich habe jetzt hier moment ich habe eine nachricht bekommen max hatte ein exe fehler und laut regelwerk darf er dann im quali nicht mehr join also hatte wohl ein mismatch oder ja ein ja achso exe fehler wahrscheinlich meinte ein ein absturz und ja da hätten wir das schon mal für den max schüssel geklärt ja kevin master geht jetzt aus seiner runde ja guck mal dem günther wirk ist aber erst mal noch zu ende zu hier ja das kann ja mal ja hat er sich auch mal verdient auch wenn wir jetzt wieder über lauter andere sachen gesprochen haben ja macht ja nichts macht ja nichts hauptsache er ist zu sehen ich denke mal darum ging es ihm am ehesten das weiß ich jetzt nicht aber auf jeden Fall ach das behaupte ich mal einfach so war es jetzt keine runde wo man sagen kann was hat er denn da gemacht sondern das sah doch schon alles sehr ordentlich aus außerdem haben wir dann die möglichkeit wenn wir ihm das ganze rennen nicht mehr zeigen zu sagen hallo im quali haben wir dich eine ganze runde lang gezeigt so außerdem haben wir es ja auch gleich hinter uns gebracht sagen wir mal wo er gerade steht also er dürft kommt auf jeden Fall wieder über neun minuten damit gibt es auf jeden Fall keine Verbesserungen in der Klasse ja Günther da muss ich jetzt auch nicht wundern ehrlich also muss ja schon mal ein bisschen Show machen hier fahr mal rückwärts über die Zielinie auch zu spät na ja nee da passiert gar nichts tatsächlich so was haben wir denn da noch an an wichtigen der Herr Maas naja ich mein da ist sicherlich auf der Strecke ist er zumindest er kommt jetzt nicht aus dem alten Fahrerlager hier das ist noch ziemlich am Anfang seiner Runde ähm dann hätten wir noch den Markus Gerzak der jetzt im letzten Sektor ist Platz 5 in der Klasse für MGR Motorsport das sind gerade mal 0,17 Sekunden Rückstand auf den Platz 4 in der Klasse also vielleicht ist da noch eine Verbesserung drin da ist auf alle Fälle eine Verbesserung drin aber irgendwie sieht das Auto aus als hätte es Hinterachslenkung also zumindest erscheint es extrem instabil ja jetzt gut jetzt konnte man das so nicht mehr sehen aber wegen Kurven vorher das ist schon irgendwie seltsam die sind ja ganz grandios auf das auf dem 190er da sogar der Mercedes Stern drauf ist ich glaube der hat da nie drauf gesessen bei diesen Autos ja es ist quasi dann das Nürburgring Aerodynamik Paket das war dann genau die ziehen eigentlich für die Curbs ja genau ich hätte jetzt für die Gegner gesagt aber ja nee so böse bin ich heute noch nicht speziell die Klasse ist auch einfach bisher zu fair dazugewiesen ja ja schauen wir mal was da jetzt gleich rausspringt bisherige Zeit oder ja die Zeit die er schlagen muss ist eigentlich eine 8,52,5 BOM Jürgen Katringer war doch das passt aber 50, 51 ja also ja passt jetzt einen den Platz rauf ja sechs Zehntel schneller als der Jürgen Katringer ja hat er fein gemacht ja die MGR äh die Gesamtwertung ja in der Klasse weiter vorne als man das von den Rennergebnissen eigentlich vermutet aber das liegt einfach daran dass sie unglaublich konstant immer dabei sind ja da gar nicht hin hier wollte ich hin Entschuldigung unser Dickhals ja schauen wir mal was vermutet auch geht ja ja gut der müsste ja jetzt hier das müsste ja ein repariertes Auto sein ich denke mal dass der nach dem Abflug vorhin in der Box war jetzt aber nicht wegschmeißen das Ding hier das war schon verdammt gefährlich ja nach einer Verbesserung sieht das allerdings nicht aus in der 8,55 bisher gefahren ne definitiv nicht wenn er genug Sprit hat würde könnte er natürlich jetzt gleich direkt eine Runde dran setzen naja geht jedenfalls nicht vom Gas also entweder versucht er es so schnell wie möglich in die Box rein zu kommen um doch nochmal raus zu gehen und quasi mit dem mit dem Ballen der schwarz-eis-karierten Flagge quasi noch die letzte Runde anzufangen oder er fährt gleich direkt durch wenn er den Sprit hat mir persönlich war es auf der Nordschleife immer lieber 2 gezeitete Runden am Stück zu fahren weil man einfach viel besser im Rhythmus drin ist als wenn man 1-2 Runden fährt also so lange wie ich gefahren bin war Nordschleife zweite Runde immer besser als die erste also definitiv so Herr Maas hat im ersten Sektor 2,7 Sekunden ausfahren können mittlerweile die siebte Runde die er beginnt mhm also da ist schon ganz schön was zusammengekommen ja nur Felix Heinen hat mehr aber der steht auch auf Platz 1 hat versucht sich nochmal zu verbessern der Felix Heinen das ist um Flagge und Schreibe weniger als 3,10 wird gescheitert also da die Zeit ist auch kein Zufall das wissen wir jetzt schon mal mhm so 4,6 Sekunden also im Prinzip wieder das gleiche wie vorhin bei der zweiten Sektorzeit ja ich denke das ist auch der einzige der jetzt den Felix Heinen noch verdrängen kann die haben nämlich einen relativ komfortablen Vorsprung in der Klasse und 3 Sekunden ja der Patrick Wander schreibt die Strecke ist um einiges rutschiger als es die Wochen über im Training war die Meldung kam auch von Oldman Racing das ist relativ normal oder das passiert auf der Nordschleife relativ häufig und das hat schlichtweg mit den Streckentemperaturen zu tun ja und das kann wirklich das kann 2,3 Grad nur sein und die Strecke verhält sich komplett anders das muss nicht mal unbedingt sein das ist eine wärmere Strecke für mehr Krim sorgt gerade hier nicht äh weil mit 35 Grad Streckentemperatur finde ich sind wir gar nicht mal so kalt unterwegs ja scheinbar ist es dann so also vielleicht war es einfach das Optimum ähm im Training und ich hatte das auf SimRacing.org habe ich diese Aussage auch ganz häufig gehört und hauptsächlich auf der Nordschleife und ähm wir wurden teilweise sogar gefragt ob wir die Griffwerte nochmal geändert hätten ohne es zu sagen ja ist tatsächlich so ich habe das Gefühl hat natürlich auch im ersten Lauf wo wir die Nebelvariante quasi gefahren sind ähm ja da sind auch einige die die ganze Zeit auf der äh Sommerstrecke trainiert haben dann böse aufgewacht Kevin ist jetzt gleich fertig mit seiner Runde ja und es sieht bisher ganz gut aus es gibt jetzt nur noch eine Stelle wo es nochmal kritisch werden könnte aber ich denke mal das hat er jetzt im Griff und äh wenn er jetzt die nötige Coolness walten lässt und jetzt nicht auf Teufel komm raus da jetzt durchpfeifen muss dann sollte das eigentlich eine klare Sache sein wenn er hier bei 8 Minuten erst ist ja ne von der Zeit her keine Frage die Frage ist nur ob er jetzt hier nochmal sich auf dem Körper aufhängt aber das tut er nicht sehr sauber durch die Schikane so und da brauchen wir ich schätze mal dass es noch unter 8,20 liegen wird ja ja genau tut's auch 7,1 Sekunden schneller ja und das eine Minute vor Ablauf der offiziellen Zeit also da braucht er jetzt gar nicht mehr großartig irgendwas tun da kann er jetzt ganz gemütlich zur Boxengasse fahren hier nochmal lang grauen Bricos das Auto abstellen ja und das gleiche tun wie ich es eben mal tue sich nämlich einen Kaffee holen tut er gleich wieder da da habe ich mal was man sonst zeigen kann und zwar in der Klasse 2 der Fabio Schömer der gerade über die Startziellinie kommt der hat sich nämlich jetzt auch noch am Felix Heinern vorbeigeschoben ähm das waren mal ja knappe 4 Sekunden Rückstand die er hatte das jetzt ist er eine Zeit gefahren die knapp 1,2 Sekunden schneller ist aber auch der Felix Heinen ist noch unterwegs also vielleicht kann der das Ganze noch kontern schauen wir mal wo der gerade steckt äh ja also er ist auch schon im letzten Streckenabschnitt von den Sektorzeiten her auf den Kevin Maas fehlen jetzt natürlich 4,3 Sekunden aber es schaut nicht schlecht aus also das müsste sogar bisher seine persönliche Bestzeit sein in diesem Sektor und ja sind wir mal gespannt ob er es dann vielleicht doch noch wieder an Fabio Schömer vorbeischafft auch das Wend 3er ist ja nicht weit weg von der Race Union Teichmann Racing der kommt sogar vorher über die Linie deswegen sage ich mal wir schalten erst zu ihm der ist nämlich schon auf der Döttinger Höhe mit dem ja nagelneuen BMW Z4 GT3 sehr schöne Autos von der Race Union Teichmann sowohl der Z4 als auch der A4 ja wieder solider Auftritt gleich im ersten Qualifying in der vorderen Hälfte der Klasse bisherige Bestzeit ist eine 829 wenn er sich verbessern will müsste er eine 826 7 fahren aber das schaut nicht so aus kein Fall da war schon der Wackler eben Grund persönliche Bestzeit aber keine Verbesserung dann gehen wir gleich auf den Felix Heinen direkt dahinter auf der Strecke aber den Fabio Schürmann hast du das jetzt eben mitbekommen oder haben wir das komplett verpennt das habe ich gerade erklärt dass er eigentlich 4 Sekunden fast dahinter war und jetzt doch 1,5 Sekunden vorne liegt aber der Felix der kann das ja jetzt noch kontern das ist allerdings die letzte Chance weil die Zeit ist schon abgelaufen ich werbe es jetzt auch in die letzte Schikane ein auch sehr spät dran das war jetzt schon wirklich der der zwanghafte Versuch hier diese zweite Position doch noch zu kriegen 825 5 muss er schlagen und das reicht nicht ach doch doch ich habe eben schon die 825 hier gesehen auf der Uhr ja Mensch also hauchdünn 0,7 Sekunden zwischen Platz 2 und 3 das ist auf der Rorschleife mal gar nichts ne Felix freut sich auch total der beleuchtet gerade das ganze ganze Mercedes Arena mit seinem Scheinwerfer noch eigentlich nur noch Daniel Mackhaus und Andreas Dahl nach meiner Anzeige Ja, genau Der letzte, der jetzt noch reinkam war der Robert Goetheke Der Sven Dreyer Aber den Sven Dreyer hatten wir gerade eben im Bild Simrace TV ist eben seine beste Runde gefahren Die leuchteten eben grün auf hier bei mir Da kann mir mal einer sagen, wie er mit unserem Auto hier rumgurkt Also auch wir sind ganz vorne mit dabei Ich weiß ja nicht Ja gut, es sind tatsächlich auch noch irgendwie ein paar rausgefallen Wir haben hier gesamt stehen 30 Fahrzeuge Also 30 Startnummern Und es sind aber Eins, zwei, drei Ja, drei Fahrzeuge fehlen Connecte mal neu In der Hoffnung, dass ich dann Die Ergebnis bekomme Ja, genau Insgesamt 25 eben hatte ich noch 29 Autos in der Anzahl Ne, 30 sogar Also da sind jetzt wohl noch ein paar, die Jetzt noch dazukommen Im Warm-up Auf der Linie kann er sich verbessern Kann er auf jeden Fall Und das reicht sogar Um nochmal in der Klasse nach vorne zu rutschen Und zwar gleich um zwei Positionen Richtig Auch den Markus Skerczak hat er verdrängt Ja, genau So, jetzt gucken wir mal nochmal Ganz kurz Ah, okay Weil der Andreas Dahl war glaube ich noch auf der Strecke Ich weiß nur nicht, ob das Oh, hübsch Ja So sieht das aus Also Natürlich habe ich es nicht geschafft Screenshot zu machen von Corley Das wollte ich gerade tun Als dann auf einmal die Session weg waren Ja Das hat Das ging diesmal So viel deutlich schneller als sonst Weil normalerweise warten wir hier teilweise Fast noch 10 Minuten Bis der letzte dann über die Linie kommt Ja Ja gut Jetzt waren es gerade einmal 2 Minuten Ist aber nicht so dramatisch Weil Dann sind wir nämlich auch gut im Zeitplan Das heißt wir haben jetzt nochmal 10 Minuten Warm-up Und damit würde das Rennen um 20 Uhr 10 starten Wobei wir ja hier eine komplette Einführungsrunde Über die Nordschleife fahren Richtig Ja, das zieht sich ganz schön Was wir jetzt hier zum Beispiel gerade in der Kamera Wundervoll sehen Wir sehen ein Auto auf der Strecke Und das dürfte normalerweise jetzt nicht sein Da im Grunde Die Startaufstellung sortiert wird Und Ja gut, das macht aber nichts Wenn der keine Zeit fährt Dann spielt auch so keine Rolle Ja, trotzdem steht es halt Ja Ja, ja Wenn es reglementiert ist Und das wird auch Konsequenzen haben Ist einfach so, dass man Der Olaf Oberpichler fährt Ich weiß nicht, ob der jetzt Eine Erlaubnis gekriegt hat Wenn man im Quali nicht fahren konnte Dass der jetzt hier vielleicht noch Ein paar Meter fahren darf Bis das irgendwie von der Rennleitung erlaubt wurde Weil ich kenne den Olaf Aus früheren Jahren Ich glaube nicht, dass der So dusselig ist Dass der sich jetzt hier Dass der jetzt hier einfach so Sich eine Strafe anfängt Wusst, da kommt der Nächste Der ist glaube ich auch nicht Ähm Und das hier Robin Frischkopf Ja Der Hätte eigentlich keinen Grund für eine Ähm Ausnahme Er ist im Quali gefahren Ja Ach so Der Olaf ist wieder drin Bei der Rennleitung nach Aber Ja Die sind da ja eigentlich Jetzt kommt hier noch einer Der Nico Negele Oh ja ja Der hat es jetzt auch gerade mitgekriegt Der hat noch Nicht mehr bis zur ersten Kurve gefahren Hm Jetzt sprechen wir das schon mal an Und dann Machen wir es gleich noch näher Weil Äh Das haben wir eigentlich bisher Ganz gut vermieden eigentlich Ja So jetzt joinen hier aber noch massig Leute Das heißt Die Startaufstellung konnte jetzt sowieso Noch nicht wirklich abschließend gemacht werden Ich weiß nicht ob sie das mit der Batchdatei machen Oder ob sie das per Hand einstellen Äh Anfangs haben wir das Von Hand gemacht Mhm Das hat sich aber teilweise dann zeitlich So blöd ergeben Ja Mit Leuten die noch joinen und gehen Dass das einfach unmöglich ist Mhm Und mittlerweile müsste das eigentlich Über die Die Batchdatei laufen Mhm Also die Erfahrung vom letzten Mal War da eindeutig Die bessere Ja Von Robin Frischkopf wissen wir schon mal Dass das von ihm Äh Nicht so beabsichtigt war Jetzt da eine Regel zu brechen Aber auch Dass er keine Freigabe gekriegt hat Mhm Von Herrn Oberpichler wissen wir noch nichts Ja Ich würde sagen Klasse Morg Gehen wir dann Bei der ewig langen Äh Aufwärmrunde durch Genau Und da zeigen wir dann die Autos Auch mal schön ausführlich Und da haben wir ja jede Menge Zeit Beziehungsweise 15 Minuten Bis die da rum sind Genau So jetzt ist es auch still auf der Strecke So soll es sein Ja dann nutzen wir doch mal die Gelegenheit Fünf Minuten haben wir sowieso noch Und zeigen mal euer wunderschönes Promotion Video Und wir halten derweilen mal die paar Minütchen die Klappe Thank you Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja ich weiß ich weiß ich weiß das ist ja dann auch immer der so da kommen die ampeln ihr fahrt die erste der rennrunde als formation ab richtig wenn ich das richtig sehe hatte deswegen auch diese bemerkungen weil ich es eben doch schon oft gesehen habe dass man so mal eine neben sich stehen halt der dann schon drei reihen weiter vorne ist zwar ist die klasse 1 und 2 die jetzt losgefahren ist jetzt folgt klasse 3 und 4 da hat glaube entweder einer ich habe das nicht genau gesehen was das für ein fahrzeug war wieder einmal seinen start verpasst oder war ein frühstart nachdem nach den erfahrungen vom letzten rennen von technischer seite dazu vielleicht noch haben das probiert mit zwei pace cars für jede gruppe es hat sich gezeigt dass es nicht unbedingt notwendig ist wenn man so wie es hier zu sein scheint lauter leute hat die das genauso gut als teilnehmer machen können wenn sie auf dem pole in den jeweiligen gruppen stehen genau ja von dieser pace car man spart zwei fahrzeuge die da unnötig eigentlich auf dem server sind richtig genau das ist auch der grund das habe ich damals dann irgendwann auch so gemacht dann gemerkt dass das eigentlich es ist weder für die show irgendwie man sieht mal ganz nett aus wenn da aber dann muss man es wirklich pro klasse machen damit es gut aussieht und dann wäre uns hier in dem fall schon vier fahrzeuge letztlich drauf sind also das einfach bei der hohen anzahl von teilnehmern einfach eine zusätzliche last sprich ein zusätzliches risiko fahrzeuge bleiben ja dann auch in der wertung der r-faktor wertung und werden permanent mit synchronisiert auch wenn man dann selber gar nicht mehr auf dem server ist also von daher ist das ja dazu muss man natürlich sagen die beiden starter gruppen wenn die wenn alle fahrer da sind die bestehen aus gerade mal 16 autos pro gruppe da ist es jetzt auch nicht unbedingt notwendig dass man sagen wir mal wie du es gesagt hast man teilt sogar in vier gruppen dann musste ein pace car und acht autos dahinter ja genau einige fragen immer wieder warum man die die fahrzeuge überhaupt trennt ja ganz leicht allein schon aufgrund der performance erklärt ist natürlich sind die klasse drei autos langsamer auf einer runde als die klasse zwei autos aber in der höchstgeschwindigkeit schaut es genau andersrum aus und so gerade an so einem kundel muttel am start ist so ein dtm auto so ein altes das knappe 300 fährt natürlich schnell mal an der ganzen gt2-mode vorbei und dann hat man eigentlich lauter autos vorne die dann nur wieder im weg rumstehen und unfälle verursachen deswegen so eine gruppenteile natürlich durchaus mit einem hintergrund der es wird ja auch in der vln getrennt gestartet also also da gibt es ja auch schon zumindest zwei grids und genau richtig 24 stunden rennen sogar drei also es hat schon alles so sein seine berechtigung und gerade weil halt die klasse drei autos auf den geraden so schnell sind muss es nicht unbedingt sein dass man die jetzt dann vor sich stehen hat jetzt dann im kurvigen teil dann doch eher der der ferrari oder der porsche natürlich stärker ist ja dann wollen wir noch halbwegs was war das dass ich habe die kamera festgestellt wenn du dann die maus bewegst dann bewegst du mit der maus die kamera ok ich vergesse dann immer dass ich zu zweit bin und mache ich eigentlich immer nur dann wenn ich wenn ich alleine bin ja gehen wir mal so ein bisschen durch oder das war jetzt genau das worauf ich bis zu dem ups hinaus wollte also genau da haben wir den kevin maas von der racing association pole position zum fünften mal im fünften rennen der klasse auch mit nur einer einzigen beteiligen runde dann der felix heinen für die green flashes auf platz zwei das siegerfahrzeug der klasse beim letzten lauf auf platz drei der fabio schürmann für das handwerk bei denen warten wir immer noch drauf dass sie ihre pails auch mal in den ergebnis umwünschen können die war wahrscheinlich haltet nicht da jetzt mal dahinter newcomer in der klasse race union teichmann racing mit sven dreier und dann schon der erste platzierte in der klasse 2 andreas schroeder für motorsport for all sowie ein weiteres klasse 1 fahrzeug das dahinter sich qualifiziert und das ist der alexander keller für gt1.de auch neu in der klasse jimmy khan für just for fun virtual racers auf platz 2 in der klasse 2 mit dem ford gt ebenfalls fort gt simon hinze für cola rebel e-sports robert reck vom team solo die waren glaube ich ja die waren letztes mal nicht dabei die sind jetzt heute wieder am start platz vier in der klasse platz fünf oldman racing michael meyer im letzten rennen auch sehr durch wachsenden lauf gehabt dann kommen wir zum sechs platzierten in der klasse 1 der im qualifying nicht ganz die runde zusammengebracht zu haben scheint aber pc motorsport joris skateboard auf der gesamtplatz position 11 auf platz sechs in der klasse 2 andreas dahl für joosoft sim racing und olaf oberpichler auf platz 7 in der klasse 1 wo das ebenfalls neue team kbs im racing mit dem r8 dann da kommt die cantina band mit stefan strohmeier überraschend relativ weit hinten in der klasse nach dem gesamtsiege im letzten lauf auf platz 7 und der letzte in der klasse 1 max stötzel für 1 gaming powered by schubert motorsport ja auch nicht unbedingt zu erwarten dass sie so hinter so vielen rfln zwei autos stehen aber vielleicht gehen sie es auch einfach nur ruhig an nochmal in die spitze in der klasse 3 kbs sim racing erneut mit einem pole position durch jens ledwig der nächste mercedes direkt dahinter robert goetheke für neue limit motorsport und dahinter dirk ossenberg für gt1.de haben ihre rundenzeiten vom letzten mal bestätigt da hat es dann leider im rennen mit dem glück nicht so ganz hingehauen aber auch die wieder vorne dabei auf platz 4 in der klasse mgr motorsport mit marcus gerzak der erste der bmw gleich dahinter dann der nächste bmw platz 5 piranha sim racing und jürgen gattringer auf der 6 günter wilges von mrs virtual racing von dem wir vorher eine ganze runde gesehen haben und äh nein noch nicht mal abschließend aber auf der sechsten position in der klasse der daniel macros für src sim racing und dann geht mal hier überspringen wir jetzt den günter der sich jetzt hier hat ich glaub die haben grad plätze getauscht weil das kam ja auch um der günter mobelt hier der will einfach zweimal ins bild hier auch während der halbe das hat er schon so getimt ja 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 genau ja der medial breutekam ist auf der pole position der klasse 4 auch das nicht unbedingt unüberraschend für die cantina band erneut ein starker auftritt im qualifying für die race union teichmann racing die sieger als newcomer noch beim letzten lauf mit braun deck diesmal am steuer dann kommt oliver ackermann für black falcon auch große verbesserung zum letzten lauf nach nach dem qualifying edgar steffens für just for fun virtual racers auf einem bmw dann kommt nämlich der abschluss der klasse 3 mark schmidt für colorable e-sports noch ein bisschen überraschend ist bestimmt im qualifying einfach auch irgendwas schiefgegangen ja robin frischkopf trace motorsport auch schon laufsieger in der klasse 4 auf platz 5 und nico negerle für das handwerk 2 neulinge in der klasse haben wir ja schon ein auto in der klasse 1 und weitere bmw in der klasse 4 ganz überraschend ja eigentlich favorit auf platz 2 hinter michael bräutigam im qualifying rené weller und motorsport for all auf platz 7 der klasse und abschließend der zweite audi in der klasse 4 in der klasse 4 super sick racing äh platz 8 ja wunderbar ich bin gespannt ob meine stimme dieses langstreckenrennen auch durch macht ja das kann nur üben also ja ich glaube nach dem ersten 24 stunden konnte ich zwei tage nicht mehr sprechen und ähm ja so von der distanz geht es das ging beim letzten mal auch aber es ist einfach mit einer erkältung dann doch ein bisschen anstrengender ja das ist natürlich richtig ja so gehen wir mal wieder nach vorne genau also ich kann mich entsinnen wir hatten 2009 habe ich glaube den inoffiziellen Weltrekord im Dauermoderieren gebrochen 36 stunden am stück äh da hatte ich dann auch probleme also das muss ich ganz klar sagen aber seither muss ich hab ich eigentlich dann immer so phasen gerade bei so einem 24 stunden rennen wo man dann ähm ja so weiß ich nicht so früh morgens um 10 um 11 da kratzt dann immer mal ein bisschen im hals und da muss man sich öfter mal räuspern aber die stimme weggeblieben ist eigentlich seitdem nicht mehr ja das stimmt mich doch optimistisch dass es für mich auch immer so wird ja ja also von der vom ranking durchgehen her haben wir es anscheinend zeitlich noch ganz gut hingekriegt ich meine natürlich hätten wir jetzt zu jedem noch ein bisschen was sagen können aber offensichtlich wäre das auch gar nicht drin gewesen ja und da geht es jetzt auch gleich schon los ab jetzt ist hier das warmfahren der Reifen erlaubt vorher ist es eher nicht so gern gesehen ja ich sag mal so ist selbst auch über eine Nordschleifenrunde in dem Tempo ist die Erwärmung der Reifen selbst wenn man da permanent langen Linie fährt oder ja das ist nicht so relativ sinnlos entscheidend also wichtiger ist eigentlich dass man die Bremsen am Ende der Startziel dann so warm hat dass man die vernünftig anbremsen kann die Reifen werben sich dann über den Grand Prix Kurs dann im Renntempo dann eh auf ja 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 los geht's gleich auf Felix oh da war aber der Felix deutlich besser unterwegs und geht auf den zweiten SLS zieht er ganz schön an ja für das Handwerk das könnte sogar sein dass der Kevin Maas ne hinterher bevor sich jetzt nicht die Maus bewegen das sieht alles ganz fantastisch aus hier ja keinerlei Kontakte soweit es erkennbar war zumindest keine die in irgendeiner Form Probleme gemacht hätten direkt nach hinten äh ist auch ganz schön eng wobei ich vermute dass der Kevin sogar ziemlich früh gleich versuchen wird wieder am Felix Hainan vorbei zu gehen so wenn mich nicht alles täuscht müssen wir zur Position 16 ja Jens Liedwig ist auf der 16 die kommen jetzt gleich in die letzte Chicane rein genau naja noch ein paar Meter haben sie noch wir haben genügend Zeit uns das hier vorne an zu gucken vielleicht ja Kevin Maas also wir machen so ein bisschen Radio ist auf eine anderthalb Zehntel am Felix Hainan dran jetzt ist es unter einer Zehntel direkt dahinter setzt sich jetzt Sven Dreyer neben Alexander Keller und geht vorbei noch vor der Auffahrt auf die Nordschleife also daher der erste Positionstausch zugunsten des äh Race Union Z4 und jetzt schauen wir dann auf die Klasse 3 und 4 nicht zu vergessen Jens Liedwig gibt das Tempo vor wird gleich aufs Gas gehen und ja viel verschiebt sich in der Klasse am Start immer nicht weil das alles sehr ausgeglichen ist aber der Jens hat einen Superstart erwischt also bleibt auf alle Fälle vorne oh der GT1 oh ja da gab es einen Kontakt und das war der Günther Wirkes der da ähm Kontakt aufgenommen hat mit dem GT1 äh 190 EU der bleibt allerdings auf der 3 da war der Günther aber ganz schön spät dran wenn der in der ersten Kurve schon auf 4 irgendwo anklopft ja ja also das sieht gut aus die ersten 3 Mercedes sind nach wie vor auch noch auf Position 1 bis 3 die ersten 3 des Qualifyings das alles im grünen Bereich hier also auch hier ein sehr sehr guter Start keine Komplikationen keine Unfälle so haben wir das gern mal noch ein paar Meter weiter nach hinten zur Klasse 4 da kommt die BMW Armada Inter da sehen wir die Rückleuchten das Wolle los ich glaube da ist Michael Bräutigamme Position verloren hat weil vor ihm äh ein A4 ist so von der Race Union Teichmann Racing der müsste vorbeigegangen sein ja ist richtig ist richtig ja dann sieht es so aus den ersten Ausfall haben wir auch schon der Robert Dreck vom Team Solo Klasse 2 äh ist nicht erkennbar warum aber aber schauen wir mal ob wir da irgendwas sehen also ich habe in der Wiederholung schon geschaut die letzten 200 Sekunden ist nix ah ok dann sparen wir uns das und gehen mal nach vorne weil Kevin Maas macht hier richtig Alarm in Richtung Felix Hain hat es nicht geschafft auf dem Grand Prix Kurs vorbeizugehen wahrscheinlich hat er ein bisschen zu früh zu viel gewollt den Kevin kenne ich ja ein bisschen und ähm ja wahrscheinlich an den ungünstigen Stellen zu dicht dran und dann ist es natürlich schwer in eine gute Position zu kommen ja wie aussieht Kenter vom letzten Lauf aus der aus der letzten Runde äh nur da war er derjenige der an den schnelleren hinter sich hatte in Form von den Green Flashes das würde er jetzt natürlich wieder gut machen man muss aber schon sagen das war ein sehr sehr guter Start von Frank Felix definitiv der sich da hat nicht äh austricksen lassen wie man es von vielen Starts kennt eigentlich ja auf der Nordschleife überholen natürlich ist mir sehr schwierig äh die Anzahl der Möglichkeiten die lässt sich trotz der vielen Kunden wahrscheinlich an einer Hand abzählen ja und vor allem wenn zwei Fahrer aufs umhohem Niveau unterwegs sind dann ist es eigentlich unmöglich unmöglich jedenfalls extrem gefährlich wenn man es trotzdem versucht wir sehen dass der Kevin hier schon bessere Performance hat aber immer ja was soll man machen hier da ist nun mal ein Auto ja weiter hinten ähm ich glaube ja mein Karussell naja gut das Karussell erwarten wir mal noch ab bevor einer raus will auch schon ja oder auch nicht doch 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 du bist der Chef äh ja mein Karussell das ist ja es wirkt immer ganz einfach weil es nur eine Linie kippt aber wenn man den Bremspunkt verpasst dann ist die Linie halt auch ganz schnell weg aber da ist jetzt nichts passiert außer man heißt Walter Röhrl dann kann man auch im Drift außenrum Michael Schumacher überholen ja ich habe gerade die Info von der Rennleitung dass ähm Alexander Keller einen Blattfuß hat ja der fällt auch gerade zurück gerade ein bisschen schwierig hier genau zu catchen weil er dauernd durchs Raster durchfällt ja qualmt er vor sich hin von 8er ja erneuten Reifenschaden in der Klasse 1 wir haben im letzten Rennen glaub ich 5 Stück gesehen ja da haben die Autos extrem anfällig dafür so wie die Delle in der Seite aussieht ist es aber auch nicht unbedingt so dass er das sich einfach an einem Körb aufgerissen hat sondern da muss wohl schon mehr gewesen sein mhm sehr gut scheinbar kennt er auch die Wege neben der regulären Fahrbahn also sollte jemand neben den weißen Begrenzungslinien auch schwarze brauchen das hat er drauf nein ne das war jetzt größer ja ja du ist natürlich ärgerlich wenn man noch so viel Nordschleife quasi vor sich hat und so viel Zeit dann jetzt verliert er gehört zumindest das sehen die hier jeden Zentimeter Asphalt kennen in der Realität nicht unbedingt als Fahrer aber er ist ja für GT1 als rasender Reporter unterwegs und ähm ja der Rennleitung sagt auch er hatte zwei Leitplanken Kontakte identischer Art und dann wäre es dann vorbei gut jetzt haben wir genügend Qualen gesehen ähm gehen wir mal auf die Position 12 insgesamt Rang 12 da geht's nämlich heiß her hier zwischen zwei Porsches und zwar ist das Stefan Strohmeier und Michael Meier wenn ich das richtig sehe genau genau ja Old Man Racing und die Cantina Band im Zweikampf äh weil es da eben deutlich enger zu Sachen ging oh aber ich sehe gerade Markus Gerczak Jo ja den habe ich auch da wollte ich jetzt gerade umschalten mhm der macht sich nämlich äh hinterm Dirk Ossenberg äh nicht nur im Spiegel bemerkbar sondern auch mit mit äh Rauchzeichen und Grasspuren und so ja ja richtig richtig äh und dann Richtung Jürgen Gattringer wie wie der die ganzen Batzen abkriegt ja das GT1 Auto auch beim letzten Janinen schon auf Platz 3 liegend äh mit direktem Anschluss an die beiden Spitzenteams von KPR und No Limit und äh ja da hat eigentlich dann nur irgendwie ein technisches Problem das ganze sehr abrupt beenden können weil so weit weg waren die gar nicht von der von der Leistung der anderen so Kevin Maas ist vorbei an Felix Hain das gucken wir uns hier nochmal an hier bereitet er das vor so und außenrum wenn ich das richtig sehe setzt er das Manöver also ja der Klassiker eigentlich in der Form ne hier passiert es noch nicht doch jetzt ist er vorbei natürlich ja Auto ist verwechselt vollkommen gut also ich denke mal um den Kevin Maas müssen wir uns jetzt zukünftig nicht mehr kümmern der wird jetzt seine Bahn ziehen es sei denn er macht uns die Freude in Anführungsstrichen Freude und touchiert das Auto nochmal irgendwo an einer Leitplanke und macht somit uns Kampf um den Gesamtsieg wieder etwas spannender so wir waren eben bei Strohmeier war ja richtig also auch da geht es eng zu wir wissen ja dass der Michael Bräutigam ja nicht nicht langsam ist und dass der auf jeden Fall da wieder vorbei will aber immerhin also die Tatsache dass der Michael Michael Bräutigam hier immer noch nicht Stoßstange an Stoßstange fährt ja jetzt wird es dann schon aber zumindest hat sich hier Braun Deck relativ gut gehalten hierher und ich kann aus Erfahrung sagen ich weiß das nicht genau wer am Steuer sitzt ob das der Marvin Braun ist oder Sebastian Deck aber beide sind in der Lage hier richtig zu sein also die haben das drauf mal schauen dass sie jetzt ein Michael Bräutigam so aufhalten hätte ich jetzt nicht gedacht aber auf der auf der Geraden ja kann er sich natürlich schlecht werden äh die beiden laufen auch langsam auf jemanden auf der sich langsam wieder ins Bild stiehlt und zwar von vorne weg äh das ist der das ist der Günther Wirkes ähm da muss irgendwas passiert sein weil der hatte einige Autos aus der Klasse 3 hinter sich mhm ja die Frage ob ihm da jemand äh ob da jemand nachgeholfen hat Autos scheint aber eigentlich ganz normal auszuschauen also Kampfspuren hat es keine ja der 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 Teichmann die Union Racing Audi nochmal versucht da irgendwie Konter zu setzen aber eigentlich ist er zu weit weg Düssel ist raus wird mir grad gesagt ja 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 guck mal da was sehen das ist scheinbar auch schon ein paar Sekunden her ja 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 hier passiert was ja da haben wir den Max Stötzel ja R Faktor Crash kriege ich grad geteilt ja also das war kein Disconnect dazu ging es zu schnell beim Disconnect zittern die Autos dann immer nochmal eine Weile hin und her ja das ist sehr schade wenn mich nicht alles täuscht war das ja auch der Fahrer der im Qualifying schon einen Absturz hatte also ja da sollte er vielleicht mal schauen ob da irgendwas im Hintergrund läuft was R Faktor nicht mag oder seine Installation halt nochmal neu machen wissen kann man das bei R Faktor nie aber ja genau so gucken wir mal ähm warum Markus Gerczak die beiden machen sich nämlich immer noch hier ihr Späßchen und ähm ja hat 0,6 Sekunden auf den Dirk Ossenberg wenn mich nicht alles täuscht hat nur das Duell eben schon mal eine ganze Zeit im Bild oh der geht hier schon in den Begrenzer wow ja ja also geschont wird das Material anscheinend nicht ja ähm sind auch sehr flotte Autos wenn man das hier so sieht ähm definitiv äh äh muss man nicht unbedingt hier von von Oldtimern sprechen sonst das ist schon ein richtig schneller Outfit äh äh trotzdem die Klasse die Klasse 3 ist die mit der konstantesten Starterzahl und mit ähm geschlossensten Klassenergebnis eigentlich mhm also Rennen für Rennen die Klasse wo wirklich die die höchste Zuverlässigkeit irgendwo da ist die höchste Konstant wenn man das gesamte Fahrerfeld sieht ja gut die Autos sind alt genug die konnten entwickelt werden ne ja und halt eben nicht zu vergessen das Mercedes Aerodynamik Paket mit dem Stern vorne drauf genau alles schon sehr schön enttittelt ja das gibt halt so eine gewisse Stabilität auf der Vorderachse das ist schon völlig in Ordnung den nötigen zusätzlichen Abtrieb Ermangelung von irgendwelchen Frontflügeln waren sie bei Mercedes schon immer pfiffig selbst ein Fahrer bin ich auch ja totaler Fan ohne Klopapierrolle im eingehäkelte im Toplage aber ja nettes Fahren bei mir hängt grad was deswegen hätte sein wenn du stehendes Bild hast im RD ich weiß es nicht ne ne das war hier mein ah ok mein Effort wurde gerissen achso ok ja ich hol mal zu uns äh den Max Stötzel ja der ist ja wie wir vorhin schon äh beschrieben haben ausgeschieden und fragen mal was da so los war wenn ich ihn rein holen kann wenn ich ihn rein holen kann also theoretisch müsste der Channel off sein er kann auch glaube ich einfach join also ziehen kann ich ihn schon immer nicht ja warte mal ich probier's mal ich bin schon allerdings ah ist er schon oh der klingt total total fröhlich grünlich das klingt ja schon nicht gut was ist denn genau passiert ja bei uns lief wie immer alles wieder drunter und drüber und jetzt hatte ich auch noch ein Disconnect ähm ok also unsere erste Info von der Rennleitung war jetzt dass die R-Faktor-Exe Probleme gemacht hat aber dann war es wohl doch eher die Verbindung ja ist vorher immer wieder mal abgestürzt und jetzt bei dem Ausfall war es aber die Verbindung oder war es auch wieder ähm Absturz in R-Faktor ne ich war auf einmal ganz alleine auf der Strecke und bin ja meine Runde umgefahren ja 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 jetzt ist natürlich die Freude groß in Anführungsstrichen und ähm ja was bedeutet das denn jetzt so ich weiß jetzt nicht ganz genau wo ihr jetzt steht in der Meisterschaft aber wie sieht es aus mit Streichergebnissen habt ihr noch was über oder haut es jetzt richtig rein ich weiß gar nicht wie viele Streichergebnisse gibt es denn ähm zwei Stück bei zehn Rennen also von der Quote her ist es nicht so schlecht glaube ich aber natürlich ist kein Ausfall hilfreich ja wir sind ja schon dreimal ausgefallen ja ok gut und für die Frage jetzt eben kriegst du wahrscheinlich nur ein Streichergebnis ja war ein Spaß ähm wir können auch fünf machen wegen hier ja ja da den Antrag habe ich auch schon gestellt als ich die ersten beiden Jahren ausgefallen habe aber ja nichtsdestotrotz ist es natürlich extrem ärgerlich da können wir hier rumfotzeln wie wir wollen ähm ja nach der Stimmung im Team müssen wir jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht fragen ähm aber äh erlaubt sei die Frage ihr seid schon beim nächsten Mal wieder mit dabei oder? ja natürlich naja das ist ich glaube eine berechtigte Frage und es freut einen natürlich die Antwort zu hören und ähm naja also mags dann ja weiß ich auch nicht was jetzt machen sollst nimm dir ein Bier oder nimm dir aus ein alkoholfreies Bier und ja versuch dich ein bisschen runterzubringen also den Ärger runter zu schlucken und ja und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim sechsten Lauf wüsst gern mal was bei den anderen beim Start los war ich hab da sechs Positionen gut gemacht bin da einfach an den anderen vorbeigezogen mhm weiß nicht was da los war hab ich da im Frühstart war es aber nicht oder? ich glaube nicht mhm kam das das Go von der Rennleitung schon? ja ok ja dann hast du eigentlich nichts falsch gemacht äh also wir hatten natürlich den Fokus erstmal auf die ersten zwei Startreihen da haben wir aber auch gesehen dass die Mercedes ziemlich durchgezogen haben und dahinter dann erstmal eine große Lücke war es kann schon sein dass da irgendjemand geschlafen hat ähm wir waren eigentlich in erster Linie erstmal nur happy dass der Start so sauber abgelaufen ist weil wir ja keine Kontakte in beiden Startgruppen gesehen haben außer der äh ein kleiner Schubser den es gab aber eigentlich auch nichts dramatisches äh wie war es denn bis zum Ausfall hin? also äh war das Gefühl gut? wir haben ja schon gehört dass ein paar Teams nicht so wahnsinnig zufrieden mit dem Grip von der Strecke her waren äh also es war auf jeden Fall besser als im äh Quali mit Warm Up ja ok klingt schon mal danach dass wir zumindest äh die gleichen Probleme jetzt nicht unbedingt zu erwarten haben wie im Folifang beim einen oder anderen und da haben wir ja durchaus auch Favoriten gesehen die sich schwer getan haben soo ich muss mal ganz kurz unterbrechen ähm ja also Max ich drück dir ganz doll die Daumen dass es beim nächsten Mal vernünftig läuft und dass ihr dann auch ein entsprechendes Ergebnis einfahren könnt und ähm ja danke dass du dir jetzt so frisch nach dem ja mit dem frischen Ärger dir die Zeit genommen hast hierher zu kommen und ähm ich hab nämlich jetzt hier grad die Info gekriegt der Marc Herzig hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen ich weiß nur noch nicht warum ich vermute mal ja die Box eine Ausfahrt kann man ja noch nicht überfahren haben also irgendwas muss passiert sein wir haben schon den nächsten Ausfall und zwar der Markus Gerzak hat einen Motor schon Oha mit seinem MGR Motorsport äh Klasse 3 BMW erlitten mhm 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 ähm mach mal jetzt so ganz vorsichtig die Autos mittlerweile hinter sich haben müssen mhm mal ganz vorsichtig gefragt ist das ist ihm das nicht schon mal passiert also ich bin mir jetzt nicht ganz sch- ach ne du warst das ne oder du hast nicht mit diesen überraschenden mhm 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 wieder alles gut also so wahnsinnig viel rückstand hat er jetzt noch nicht ich hätte jetzt erwartet dass nach zwei runden der kevin maas irgendwie zehn sekunden führt aber pustekuchen da sind wir gerade drei vier vier sekunden das ist auch noch in sichtweite also das motiviert einen natürlich dran zu bleiben wenn man den gegner noch sieht und nicht nach einer runde fest stellen mussten wo ist er denn hin und richtig eng ist es beim olaf oberpichler ja der klebt dem joris schäbwart am heck sind wir noch neu kpr sim racing team natürlich nicht kennen wir als als einen der großen favoriten in der klasse 3 aber sind neu in der klasse 1 momentan sechsten in der klasse das klingt jetzt noch nicht nach so viel aber sie sind auf jeden fall dran und haben die möglichkeit sich zu verbessern wünsche ich noch viel spaß noch alles klar max also schön wenn wir jetzt so ein bisschen abgebürgt haben aber ich vielen dank noch mal dass du die zeit hattest hierher zu kommen ja ja okay also herzig wegen boxen ausfahrtslinie tatsächlich ähm hat er die durchfahrtsstrafe bekommen da bin ich jetzt schon ein bisschen überrascht was macht er zu so einem frühen zeitpunkt in der box höchstwahrscheinlich reparieren was anders kann es eigentlich nicht sein das klingt so oh 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 das war das war genau das ist der drittplatzierte in der klasse 2 wir schauen mal er ist wieder auf der bahn hat hier wohl ein bisschen bei dem Überholmanöver ne kommt hier ganz blöd geschirrt hier ne eigentlich waren wir nicht mehr am körb ne also das muss irgendwie ja keine ahnung ich glaube der Heckspoiler hat schon vorher gefehlt weil ah genau dem fehlt der Heckspoiler ja weil der 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 Rutscher sah so aus als wäre das deswegen passiert genau der Ferrari sieht aus wie ein Clawfix zu DDR-Zeiten Clawfix waren diese kleinen Anhänger die man am Trabi hinten dranhängen konnte die hatten auch zwei so eine Puppe leuchten hinten und keinen Heckflügel so hier sehen wir es nochmal ne das sehen wir nicht nochmal sondern das ist jetzt live jetzt hängt er hier nämlich auf den Körb fest ja upsala und da kommt er weg ja und es gibt schon wieder einen Ausfall ähm Tim Brockmeier vom Team Black Falcon Klasse 4 ähm ja da ist der Fahrradwechsel wohl schief gegangen jetzt schon ähm die haben nämlich jetzt schon den Fahrradwechsel gemacht da war ähm wir rennen uns ja noch äh zuerst im Auto und äh Brockmann sollte äh Brockmeier so Entschuldigung sollte übernehmen das ist wohl gleich schief gegangen damit schon der vierte Ausfall innerhalb der ersten ja 25 Minuten mhm oh das ist ähm ja also die Quote ist jetzt noch nicht so brichend ne weiß Gott nicht ne da wollte ich nicht hin hier wollte ich hin weil das Cantina Auto ist ziemlich gut dran aber es reicht nicht bin mir jetzt nicht ganz sicher ob es da vorher jetzt gerade ein Überholmanöver umgekehrter Reihenfolge gegeben hat also Cantina jetzt dahinter sagt der Stefan Strohmeier hinter mich aber ich glaube die fahren schon eine ganze Weile so in der Konstellation aber jetzt klappt es vielleicht hier auf der Startziel er ist ein bisschen weit weg noch also er kriegt jetzt doch noch Windschatten aber geht ein bisschen früh raus ja ich glaube er ist auch deutlich zu weit weg und dann ja ja er war gerade so ein bisschen bekam gerade Windschatten naja weiß ich nicht ob es geklappt hätte also für meinen Geschmack war er auch zu weit weg aber manchmal weiß man es nicht ja er hat natürlich eine Lücke zugefahren 3 Sekunden waren es früher ungefähr also er ist schon schneller er hängt halt jetzt dahinter fest ich bin sowieso überrascht dass er jetzt ja ich möchte jetzt nicht sagen so weit hinten nur weil das ist Platz 3 und 4 in der Klasse also kann man sich jetzt nicht beschweren aber den Gesamtsieger vom letzten Lauf der hat sich das wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt in das Rennen zu gehen definitiv könnte ich mir vorstellen wir haben ein sehr sehr starkes Rennen gezeigt beim 4. Lauf und gerade weil das die bisher längste Distanz war und das ist natürlich noch umso erstaunlicher den Gesamtsieg da zu sehen allerdings ging es damals auch schon schlecht los also in der ersten Runde gleich der Dreher und letzter Platz in der Klasse ja vielleicht brauchen sie auch so eine gewisse Zeit um warm zu laufen meinst du ja das hat sich in der Vergangenheit bewiesen wenn man von ganz hinten losfährt ja genau naja jedenfalls jetzt scheint die Performance wieder einigermaßen zu stimmen und gut er weiß jetzt selber dass er hier jetzt in den nächsten paar Kilometern nicht allzu viel ausrichten kann deswegen macht es durchaus auch Sinn ein paar Meter Platz zu lassen und nicht an der Stoßstange des Vordermanns zu kleben weil wenn der einen Fehler macht ist man fast zwangsläufig mit dabei beim Dreher aber zufährt zumindest in das andere Auto rein wenn der Kontrolle verliert dann lieber erst kurz vor der Döttinger Höhe sehen dass man schön dicht dran ist um dann den Windschatten nutzen zu können ja zum Alexander Keller den haben wir ja vorher noch äh den 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 der Lynn der der war der 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 hatte gleich bei Da ist schon ganz schön viel Strecke in dazwischen Ja gut, er wird natürlich entsprechend lange gestanden haben bei der Reparatur Das dauert ja hier glaube 2 Minuten oder so, kann das sein? War das so? Die Reparatur zusätzlich, ja Zusätzlich natürlich, ja Also man steht da gut und kann ja immer über 4 Minuten Wenn man normalen Boxes dann mit dran hängt Ja und dann doch die Zeit, die sowieso schon auf der Strecke mit dem kaputten Reifen verloren hat Da kommt mal schnell ne Runde zusammen Kommt mal schnell was zusammen, ja Auf die Gesamtführung sind es auch schon über 8 Minuten Ja Aber da, echt begeistert bin ich ja doch von Felix Heinen, der wirklich bloß 2,7 Sekunden immer noch weiter Ja, also der fährt dann auch immer noch mal wieder sogar weit zu Und wenn man das mal schauen Äh, Kevin Maas, äh, 8,29,9 die letzte Runde Felix Heinen, ne, ja, 8,30 Und, äh, auch in der schnellsten Rundenzeit ist der Kevin, ja, knapp 3 Sekunden schneller gewesen Wenn man da die 7,1 Sekunden aus dem Quali dagegen setzen Naja, da ist das hier, weiß ich nicht Also, ob der Kevin es einfach ruhiger macht hier Aber dann wäre er, glaube ich schon, würde er es zumindest so dosieren, dass er auf alle Fälle schneller ist als der Felix Aber momentan sieht das eher so aus, dass er hin und wieder so viel Zeit verliert, dass der Felix nicht allzu weit weg kommt Weil 2,5 Sekunden ist überhaupt gar nichts Das ist nichts, ja Das ist, äh, auf jeden Fall deutlich enger als gedacht Und bei uns im Bild ist es auch enger Ja Äh Mit dem Mikrofon haben wir auch einen Ja Äh Ähm Ja, man muss natürlich auch sagen, der Kevin Maas hat das Rennen haushoch dominiert, äh, riesen Vorsprung gehabt Und dann trotzdem den Fahrfehler ohne Druck gemacht Mhm Äh, vielleicht würde er das diesmal einfach so nicht, äh, anbrennen lassen Wobei das dann doch schon ein bisschen zu eng dafür ist Das würde ich aber meinen, also wenn man, äh, wenn man, was weiß ich, 20, 25 Sekunden Vorsprung hat Dann kann man vielleicht etwas rückstecken Wobei ich auch von den meisten bisher immer gehört habe, dass das gar nicht möglich ist Also, wenn man den Rhythmus hat und dabei schnellere Hundenzeiten fährt, kann man gar nicht langsamer fahren Dann ist die Fehler, das Fehlerrisiko deutlich höher Wenn man versucht, dann langsamer zu fahren Ja Und, ähm, wirklich voll bei der Sache ist, dann normalerweise wird man dann sogar von alleine noch eher schneller, als dass man Ja, richtig Da irgendwie was schont Oder, ähm, riesig Ja, ist aber schön, dass es dann doch so eng ist Weil, äh, ja, zu erwarten war das auf jeden Fall nicht Ja, ich hab's ja selber gesagt, als der Kevin vorbei war, dass wir uns jetzt um die beiden nicht mehr kümmern müssen Und, Opsala! Und, da ist es passiert Oh, ja Kantiner geht, vorbei Hoppala! Das wär jetzt aber auch was nicht blöd Ja Sehr gut, er kam ja gerade mal aus dem Gras Ja, das ist schon, äh, eine Stelle, da... das muss erstmal klappen Da müssen aber auch beide mitspielen, dass das geht Äähh Ja, Meier hat insofern mitgespielt 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 mitgespielt als dass er sein auto weggeworfen hatte kurz vorher also er kam mir gerade da aus dem dreck da wäre hätte ich wahrscheinlich auch versucht irgendwie vorbeizukommen deswegen war ich ja so ein bisschen irritiert dass er dann direkt gegen gehalten hat gegen das überholmanöver also natürlich versucht man dann die position nach möglichkeit nicht her zu geben aber dass dann an so einer stelle wo es dann schon insgesamt so gefährlich ist dann noch produziert und grenzwertig und bin ich aber mal gespannt ob das wird der optimale da jetzt dann bleiben kann muss ich so ein bisschen ein vordermann orientieren können obwohl man etwas langsamer ist sage ich jetzt einfach mal dann kann man ja vielleicht durchaus noch ein bisschen beschwindigkeit finden die man sonst nicht hat ja das gelingt ihm jetzt scheinbar auch aber anscheinend nicht dass man jetzt hier gleich wie man es von kevin maa normalerweise zum beispiel sieht oder falls es nämlich heute kann dass da gleich nur sechs sekunden betrugen sind so ein bisschen die heckkamera gesucht entschuldigt nun für die wirre kameraführung aber das sieht jetzt nicht so wirklich danach aus hier deutlich langsamer wäre aber das sehen wir ja auch bei felix ein und kevin maas da haben wir ja auch gedacht aber gut zum überholen reicht es nicht ich meine dieser kaiser wille im bart an dem porsche der ist so provozierend wie hässlich aber hat was also der wiedererkennungswert ist extrem hoch also im team old man racing bekomme ich jetzt auch gerade gemeldet dass gar nicht unbedingt beabsichtigt war es so dagegen zu halten ja und dass es auch an den streckenbedingungen liegt weil die strecke trotz allem immer noch rutschiger ist als wir das aus den trainingssitzungen kennen ja trotzdem natürlich schön dass es dann nicht gescheppert hat weil das ist dann schneller passiert als gedacht alexander keller hat das auto jetzt abgestellt das war der ersten martin die wir mit dem reifen haben gesehen ja das verwundert mich ein bisschen der alex ist eigentlich jemand der so schnell nicht aufgibt aber dann muss er wirklich entweder ganz schwer gefrustet gewesen sein oder eben ja vielleicht noch was passiert gut jetzt sieht es aber so aus als ob sich cantina ein bisschen absetzen kann richtig ja eng wird es langsam um platz 2 in der klasse 4 und zwar beim robben frischkopf und bei braunen deck von race jungen teichmann racing die holen nämlich langsam auf den a4 auf da war der abstand schon mal deutlich größer ähm ach da bist du schon ach ich denke hier wieso wechsel ich denn hier nicht genau die die beiden sind es äh wie gesagt der abstand da war da schon mal deutlich größer äh ja 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 wie gesagt ich kann zum robben frischkopf halt so viel sagen dass er ich kenne ihn ja nun aus seiner home liga ähm dass er extrem präzise fahren kann also extrem ja unter druck stehen kann ohne da irgendwelche fehler zu machen und äh durchaus schneller fahrer ist ja das ist das das haben wir ja auch gesehen beim sehr umkämpften äh laufsiegten sie sich da geholt haben ähm ja also wenn das keine drucksituation war der dreikampf über die letzten zwei runden dann weiß ich auch nicht und sie sind als sieger hervorgegangen obwohl man eigentlich ähm von den teams die da beteiligt waren durchaus eher mit an der motorsport war sag ich jetzt mal gerechnet hätte zeigt aber halt dass äh die namen der teams hier überhaupt nichts zu bedeuten haben ähm muss man jetzt nicht äh das sagen nur weil die hier meisterschaft xyz gewonnen haben sind die automatisch verliebt ja das ist richtig ja und so von der von den letzten runden wenn man sich die anschaut äh da war der robben ja doch ein bis drei sekunden je nach je nach runde dann schneller als der vor ihm liegende a4 mhm also hat die lücke schon konstant zugefahren und auch wenn er jetzt wieder ein bisschen verloren hat mhm aber beim fabio schirrmann da vorne wird's glaube ich eng mhm ja und zwar das habe ich vorhin komplett vergessen eigentlich hier sogar aufgeschrieben aber da haben wir sogar einen positionswechsel eigentlich gehabt weil der sven dreier der jetzt auf platz drei ist der hat sich den fabio schirrmann nämlich geschnappt mhm und jetzt scheint der fabio wieder der schnellere von beiden zu sein und jetzt scheint der fabio wieder der schnellere von beiden zu sein der positionswechsel ist da nämlich auch schon zwei runden her ja ja die fahren aber fast identische zeiten also wenn man mal schaut die beste zeit ist 8 30 8 5 8 für den sven dreier und 8 30 4 2 9 für den fabio schirrmann also der war vier zehntel schneller und ähm letzte runde 8 33 6 0 9 für Sven dreier und 8 33 6 5 1 also äh was ist das äh 40 tausend äh 50 tausendstel schneller also das das ist ja ist ja ein lacher also die sind hier auf wirklich fast identischem niveau ja generell die klasse 1 gefällt mir heute sehr gut das war bisher immer so gerade was die Spannung angeht so ein bisschen unser Sorgenkind weil vorne war eigentlich von vornherein alles klar und ja der Rest hat sich äh ergeben dadurch wer am wenigsten Probleme hatte mit äh Ausfälle zu vermeiden ja die hat sich dann und die haben sich dann in der Klasse 2 verteilt genau das ist auch jetzt äh ja gar nicht böse oder abfällig gemeint ach wo das ist halt einfach so dass wir in der Klasse sehr große Schwankungen von Rennen im Soverein gesehen haben und das schaut jetzt hier ganz anders aus der Felix Heiland ist immer noch knappe 3 Sekunden hinterm Kevin Nash und die beiden sind auch ösene Sekunde auseinander also das schaut schon ja so aus wie wir uns die Klasse 1 eigentlich auch vorgestellt haben und das geht auch noch nicht ganz gut äh vor allem ja das haben wir hier mal ein Rennen wo wir auch wirklich die Klasse 1 zeigen können das ist eigentlich wirklich die die so bisher mit am wenigsten gezeigt wurde weil einfach nichts los war ja normal im internationalen Motorsport eigentlich genau andersrum wenn man dann mal in irgendeinem WEC Rennen die EGT Ergebnisse lesen will dann muss man sich erstmal durch ja Zeiten LMP Text durchlesen ja und der Kevin Maas also ja wie soll man sagen mutmaßen kann man ja viel aber langsam so langsam macht er auch wieder nicht so oft wie er da teilweise quer aus dem Ende rauskommt gut der Abstand ist jetzt ein bisschen gewachsen ja ne ich meinte jetzt eigentlich die beiden hier der Abstand ist jetzt reicht leider noch nicht um jetzt auf der Döttinger Höhe angreifen zu können also da ist er schon deutlich aus dem Windschatten raus und mal wie es aus dem Cockpit aussieht da ist das etwas deutlicher also ich fahre schon ich fahre schon man muss aber auch sagen dass der SLS auf die Geraden natürlich mehr in der Wucht ist und gerade der Z4 überhaupt nicht mhm ja mit Windschatten wird er auf jeden Fall wieder rankommen aber ich glaube ja er müsste erstmal den Windschatten kommen wird hier definitiv nichts aber wir sehen jetzt hier insgesamt ist er ein Stück rangekommen klar beim höheren Topspeed ein äh der Mercedes SLS hat ja vor allem in 2013 ziemlich alles gewonnen was es zu gewinnen gab und ähm ähm ja jetzt lässt Felix tatsächlich ein bisschen abreißen sind es viereinhalb Sekunden oder etwas über vier Sekunden das ist schon grad so ein bisschen dazwischen und ähm ja das ist dann natürlich ja das ist dann natürlich ja Andreas Schröder der erwacht reitet hier mit einem Klasse 2 Fahrzeug da ist der grad an ihm vorbei da ist der grad an ihm vorbei ja der ist gerade vorbei ja also offensichtlich hat der Ferrari wieder einen Hitsponer drauf ja so was ich eigentlich nicht mehr machen wollte dieses Rennen ist jetzt nochmal den Günther zeigen aber gut da er jetzt in einem geringeren Abstand ist bei einem anderen Fahrzeug auch wenn das jetzt überhaupt keine Relevanz für das Glacement hat zeigen wir ihn halt nochmal ganz kurz nur wir gehen gleich wieder weg keine Sorge ja nämlich wir gehen zu Robin Froschtopf unter unserer Kommentatorenkabine kommt jetzt auch der ähm Olaf Oberpichler rein der hatte nämlich einen Abflug ähm am hohen Rhein er kommt jetzt zum zum Reparaturstopp so wie es ausschaut mhm also das dürfte auch länger dauern er hat er sich eigentlich erst vor kurzem durchgesetzt gegen äh Joris Schepwart in den guldfarbenen Aston Martin und ja offensichtlich waren da beide sehr am Limit wobei wir beim Joris ja gesehen haben dass der das Limit einfach auch vier Stunden alleine durchfährt und ja die Frage ob das der Druck war der ihn da zu dem Fehler verleitet hat richtig abschütteln ließ er sicher nicht der Joris ja das wird jetzt hier glaube ich eine relativ spannende Paarung eventuell ein Trio also wir haben jetzt hier braun Deck und Robin Frischkopf und da hinten kommt Renny Weller gefahren wieso ist der eigentlich soweit hinten oder irgendwas drüber ja von deutlich also gestartet sind sie was mich überrascht hat vom ich glaube siebten Platz in der Klasse ja das war ja schon überraschend aber nicht unbedingt da wo man sie gewartet hat richtig ja generell also ja auch von den von den Rundenzeiten her muss ich jetzt sagen ist das nicht unbedingt das was man vom vom Motorsport for All Team hier in den letzten Rennen gesehen hat das ist ich möchte nicht sagen was so schlecht ist weil das ist es nicht sie fahren konstant und da sind keine Fehler drin aber das ist ja locker mal überraschend ja drei bis vier Sekunden langsamer als das was ihre bisherigen Rennen sind so waren mhm ja vielleicht hat ja der Sponsor nicht rechtzeitig gezahlt und sie müssen mit dem alten Motor fahren wer weiß es meinst du die haben den gleichen Motor eingebaut wie im Mini oder so ja ja genau so ein Peugeot Triebwerk ja ja wie gesagt Robin Frischkopf ist wieder herangefahren also der Abstand war schon mal größer und er macht das hier relativ geschickt also die Abstände die er oder den Abstand den er jetzt hier hat allerdings jetzt wird sie ihm wohl dann doch zu bunt jetzt ist er jedenfalls sehr dicht dran das wissen wir auch nicht so ganz genau was ihn jetzt da treibt und hier so zu pushen weil es ist also ganz aussichtslos es ist ein bisschen ja fragwürdig weil da eben nirgendwo eine Kurve ist wo man sich daneben setzen kann ja ja ich staune ja dass er als Schweizer überhaupt sich hier auskennt ich meine gut mit Bergen kennt er sich wohl schon aus aber wusste gar nicht dass er sich auf der Nordschleife so wohl fühlt man spielt natürlich am meisten mit dem René Welle die Cutten wenn die sich da hier Druck machen ich meine natürlich geht er nicht daneben natürlich muss keiner jetzt eine andere Linie fahren weil da irgendwie ein Angriff kommt aber man schaut halt in den Spiegel der Vordere wird langsamer der Hintere kommt eh nicht vorbei ja und der René Welle der lacht sich dahinter wahrscheinlich ins Fäustchen weil der Abstand schmilzt jetzt wirklich sichtbar schon ja das sind jetzt nur noch mehr ja das sind nicht mal mehr 3 Sekunden ich meine er war eben schon näher dran der war schon immer mal in der Kamera dran in der Kamera drin was nicht mehr ist so jetzt sollte es allerdings passen für Herrn Frischkopf nochmal hier schön sauber die Linie fahren und ja jetzt noch nicht angreifen sondern erstmal ein bisschen Windschatten holen ei 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 das ist zu früh nicht zu früh genau ja nicht zu früh vorbeigehen weil der andere der setzt sich dann in den Windschatten und ich muss dir aber ganz ehrlich gestehen ne wenn er jetzt hier vorbeikommt dann sollte es passen ähm ich hab muss dir ganz ehrlich gestehen so viele Runden Nordschleife wie ich schon gesehen habe oder kommentiert habe ähm ich habe noch nie erlebt dass hier jemand einen Konter setzen konnte wenn das Überholmanöver einigermaßen getimt werden wenn es wirklich gleich oben raus passiert dann wohl aber wenn man da ein paar Meter unterwegs war und dann vorbeiging hat es eigentlich nie gepasst weil hier an diesen Stellen man ist immer versucht hier nochmal in Angriff zu setzen es geht aber nicht es geht definitiv nicht in dem schnellen Knick ist man einfach zu schnell und in dem langsam geht einem die Straße aus ja aber der Kurvenausgang war jetzt äh und braunen Decker riecht hier richtig gut so jetzt gibt es hier den Konter aber er ist auf der Außenseite ja ach man oh diese blöde Kamera hier ne das wird nichts definitiv ooo doch der hat angetäuscht dass er außen vorbeigeht aber er ist viel zu schnell ja aber der wird außen raus gehen genau das ist viel zu schnell der ist viel zu schnell in die Kurve gegangen das war ganz glasklar aber nicht uninteressant weil das war jetzt schon ja man hat auch gesehen dass die beiden aufeinander aufpassen trotz allem ja also ich könnte mir sogar vorstellen dass der Robin Frischkopf das so ein bisschen provoziert hat im Moment dass er einfach einen Ticken eher gebremst hat um besser da unten oder sauberer aus der ersten Kurve raus zu kommen das ganze kann sich natürlich in Luft auflösen wenn der andere ähm dann auf seiner Außenbahn die Linie dicht macht aber dazu war er einfach noch zu schnell also er musste dann konnte nicht früh genug wieder Gas geben ah schönes Manöver Klasse gemacht von beiden also wie gesagt und der der sich kaputt lacht ist der René ja genau weil der wird jetzt noch näher dran der wird jetzt höchstwahrscheinlich dann auch mal in Richtung äh braun Deck ran vielleicht kann mir dann nochmal jemand schreiben wer da jetzt tatsächlich am Steuer sitzt von der von den Konsortium dass ihr an einem PC fahren dürft das weiß ich tut der bei mir schon ewig schade dass die Scheiben hier so abgedunkelt sind dass man hier nicht so wirklich aus dem Cockpit zeigen kann die erste stunde geht noch 10 minuten ja aber es ist dann doch bei 5 geblieben ja die kam ja ganz schnell in halb von 20 25 minuten und ähm jetzt hat sich's wohl so ein bisschen eingepegelt die Abstände jetzt momentan alle ein bisschen größer außer die Sekunde ja das ist momentan die Spannung ja genau das ist hier definitiv die spannendste Gruppe wobei der Fabio auch da vorne der Fabio Stürmer immer noch 1,7 2 Sekunden ähm wenn 3er dran ist und der Felix Heiden hat jetzt ja das muss man schon sagen fast leider sagen ähm über 6 Sekunden Rückstand auf den Kevin Maas fangen zwar grad wieder runter ja ist natürlich jetzt nimmer so eng wie am Anfang aber auch die 6 Sekunden die sind schnell mal verloren ähm das war jetzt durch einen Fahrfehler und dann vielleicht ist der eine dann doch stärker in der Boxen Ein- und Ausfahrt das steht er jetzt dann auch bald an was macht denn der der René hier er gibt dem Lichthupe warum das denn ähm müsste man ihn mal fragen weil eigentlich ist das oh ja und genau so was passiert dann nämlich ja wenn man sich zu sehr dann konzentriert dem anderen irgendwie Druck machen zu wollen ja na vielleicht wollte er ihm ja nur sagen du meine Reifen sind grad zu heiß mach dir mal keine Gedanken weiss nicht kannst du Morsi-Codes ja schauen wir uns das jetzt nochmal an ich bezweifle aber dass das Auto davor Zeit hat irgendwie mitzuschneiden ja ja unerscheinlich genau aber man muss ja irgendeine Erklärung finden dafür warum jemand der hinterher fährt eine Lichthupe gibt im Abstand von 40 Metern 40 Metern ja aber vielleicht schafft es hm ne ne mach ich vielleicht schafft es er René hier ans Interview dann können wir ihn fragen ja ist das wahr ja das würde es auf jeden Fall auflösen ja der Sinn davon jetzt war ja wenn es jetzt hat sich eine Überrundung wäre dann gäbe es die Diskussion gar nicht aber äh ist ein Kampf um Platz 3 in der Klasse ja ja mittlerweile komplett enteilt ist der Michael Kräutigam der hatte ja 30 Sekunden ja über 30 Sekunden ja ne so ich glaube es gab Stefan Strohmeyer ist der nur in der Box oder ist der ausgefallen gerade ne der ist nur in der Box er steht in der Box könnte ein vorgezogene Stop sein aber ich glaube nicht dass es schon notwendig ist in der Klasse zu stoppen ja ist Runde 7 sehr viel mehr als 8 Runden wird nicht gehen oder ja das ist so die die Standardzahl die man da sieht so jetzt sind wir mal gespannt was der René jetzt hier vor hat ähm Kurve wird so ein bisschen zu kurisch das wollte ich gerade sagen in der Mutkurve überholen pfff hat er auch lieber ein bisschen Abstand anscheinend gelassen ja ich weiß nicht ähm weißt du vielleicht ähm wie die Autos hier so auf Dirty Air reagieren also in den schnellen Kurven wenn man zu dicht hinterm Vordermann ist ich würde sagen dass man nicht wirklich was merkt weil im Endeffekt sind sie auch nur irgendwie leicht veränderte Serienkarosse wie ein Punenwagen ich hatte nicht unbedingt den Eindruck dass man in der Kurve jetzt irgendwie äh aber das Druck verliert generell eigentlich bei allen vier Klassen hält sich das in Grenzen wenn überhaupt dann spürt man es noch in der ersten ja gut es ist halt immer eine Frage wie die Physik der Modifikation umgesetzt wurde wurde und ähm wir haben schon wirklich ähm seine Fahrzeuge gefahren ja also das müsste gehen werden wir haben da auch schon schon Zweikämpfe gesehen zwischen ja eigentlich fast jedem in der Klasse mit irgendjemandem das erst äh rundenlang möglich ist direkt hinterher hintereinander herzufahren ja das wirklich große Manko bei den engen Abständen ist ja dass man nix sieht als hinterherfahren ne ich ja äh das ich glaube ja das ist ähm also sprich wenn der Vordermann irgendwie von der Linie abkommt macht der Hintermann des Prompt nach da kann man sich auch nicht wirklich gegen wehren da muss man schon extrem konzentriert sein um dann auf seiner Linie zu bleiben der Cantina Band dann übrigens auch der Fahrerwechsel ähm das Auto wo du gerade angesprochen hast da ist jetzt der Hannes Pflederer mhm im Cockpit ähm ich glaube der ist beim letzten Lauf die meiste Distanz gefahren in dem Auto also hat maßgeblich zu dem Gesamtsieg beigetragen mhm ich weiß jetzt nicht so ganz ob die wirklich durch das Pushen so früh rein mussten weil es einfach nur mal ganz gelangt hat für eine weitere Runde oder ob sie es wirklich vorgezogen haben wir haben ja hier eine Mindeststopp-Zeit also man hat nicht wirklich was davon früher rein zu fahren und dann weniger zu tanken oder wie auch immer äh ja müssen wir mal beobachten den Gesamtsieg letztes Rennen haben sie auch unter anderem deswegen geholt weil sie halt am Schluss nicht mehr rein mussten äh wenn man natürlich gleich am Anfang des Rennens schon schon weniger Reichweite hat kann es passieren dass es hinten raus genau um die Runde nicht land so wir gucken mal Fabio Schirrmann ist wieder dran bis auf eine Sekunde ähm Sven Dreyer man sehr weit waren sie die ganze Zeit nicht entfernt aber es sah zumindest jetzt in der letzten ein, zwei Runden so aus das ist ob sich der Sven ein klein wenig absetzen kann aber ah kommt dann ja etwas besser beim Fabio Schirrmann wobei die letzte Runde, also irgendwie machen die beiden das ziemlich cool hier 834 432 für den Sven Dreyer und 834 7 also dreizehntel langsamer ähm für den Fabio Schirrmann ich denke mal großartige Manöver werden wir jetzt hier nicht erwarten es ist halt schön wenn man zwei Autos in einer Kamera hat die um eine Position kämpfen da freuen wir uns schon oh was sehe ich da? Braundeck ist wieder dran ne die Falten nach wie vor jetzt ist jetzt hier aber äh hoch diese Kamera ja ja Renivella ist vorbei sollte man jedenfalls meinen ja ne ne das bleibt auch so so hat mir jetzt mal jemand geschrieben wer da jetzt im Auto sitzt ne ok so bei Old Man Racing macht man sich in der Box bereit für den Boxenstopp äh der Michael Maier wird da gleich reinkommen und äh da steht auch schon äh Frank Heinen bereit mit Helm und Handschuh das sehen wir jetzt quasi da unten ähm natürlich hofft das Team jetzt dass alles mit dem Wechsel klappt ja das ist das einzige was mich so ein bisschen stört an der See dass man hier nicht zwingend einen Fahrerwechsel machen muss weil die die ihn machen haben ganz klar ein höheres Risiko und ähm das ist halt so ein aber gut letztendlich Reglements Reglements die die hier mitfahren wissen auf was sie sich einlassen und wenn sie einen Fahrerwechsel machen müssen oder wollen dann müssen sie halt auch das Risiko auf sich nehmen und normalerweise ich sag mal bei der Fahrzeugstärke dürfte eigentlich nicht allzu viel passieren also britisch haben wir jetzt in vielen vielen 24 Stunden Rennen rausgefunden ähm wenn ich sag mal deutlich mehr als also so 35 aufwärts ok jedes Auto was dann mehr am Server ist also das ist dann nimmt dann nicht nur ähm ah ok äh gezwungen ist keiner aber für die 24 Stunden qualifiziert man sich nur mit Fahrerwechsel das ist dann schon wieder eine ziemlich gute Regelung ja und da man vor allem 24 Stunden Rennen und zu dem Saisonhighlight quasi nur mitfahren kann wenn man qualifiziert ist bietet es sich natürlich an dass man das möglichst äh ja mit dem Fahrerwechsel möglichst durchzieht das ist so viel wie möglich weil äh wenn man dann nämlich doch mal ein Rennen ausfällt weil man gar nicht zum Fahrerwechsel kam mhm dann zählt das natürlich trotzdem nicht mit rein in diese Qualifikation quasi ja also es reicht aber wenn man ein Rennen gefahren ist absolviert hat wo man Fahrerwechsel gemacht hat ja so jetzt sollte er in die Box kommen das tut aber nicht also da lag uns wohl eine bitte dann hängen sie wohl nochmal eine Runde dran aber die irgendwo war eigentlich mhm dass sie reinkommen also Fabio Schürmann ist in der Box wird jetzt auch durchgereicht ja die die das Cantina Band Auto war im übrigen ja nicht das einzige äh in der Klasse das gestoppt hat dann auch das Auto von Jimmy Kahn just for fun racers war schon in der Box die waren ja eigentlich äh führend in der Klasse die hab ich nämlich schon irgendwie vermisst und genau der ist schon eingefangen die ersten Überrundungen auch schon im vollen Gange und Oldman Racing sagt äh sie müssen noch in der Runde draußen bleiben weil der Felix Heinen äh äh den Server nicht findet äh der ist noch drauf also hier die Info war jetzt äh er hat er findet beim Heinen nicht im Server also nicht der Felix Heinen sondern ach so okay ja ach das wurde nicht ich hab mir schon gedacht wo siehst du den denn ja hier so die Herrschaften bleiben ja ne die bleiben nicht draußen die bleiben logischerweise ja die bleiben logischerweise draußen ja pfff gut ich sag mal im Zweifelsfall muss man dann halt wenns wirklich nicht reicht also wenns knapp wird mit dem Sprit muss man halt trotzdem an die Box fahren und muss dann halt die Runde drauf normal in die Box kommen allerdings ist das ja es wäre das kleinere Übel aber naja wenn der Fahrer die Zeit hat äh eventuell sogar einfach den kompletten Skid hinten dran hängen ja oder halt warten tatsächlich bis der andere auf den Server kommt ja ich glaub dazu waren sie einfach dieses Rennen zu gut positioniert und das herzuschenken naja beim letzten Mal lief so Old Man Racing so gar nicht irgendwie da nimmt man natürlich so einen so einen zwischenzeitlichen zweiten Platz da will man natürlich dann schon um das Ergebnis campen können ja mittlerweile auch in der Box der Robert Goetheke von No Limit Motorsport war auf Rang 2 gelegen in der Klasse 6 Sekunden hinterm Jens Ledwig der anscheinend auch eine Runde länger fahren kann einmal den Robert nicht das erstaunlich ob da jetzt die Strategien auseinander gehen oder ob der Jens so schnell ist und auch noch mehr Spritsport ja möglich ist das natürlich ja natürlich ist das möglich das würde mich doch sehr überraschen wenn es eine ganze Runde unterschieden wäre so wenn ich das aber richtig sehe weder Kevin Maas noch Felix Heim war ein bisschen an der Box das heißt die müssten jetzt beide auch reinkommen ich kann mir nicht vorstellen dass die jetzt noch eine Runde dranhängen können ja das Handwerksauto das war schon drin der äh Fabio Schülmann hat an den Berno Höft übergeben mhm also deswegen die beiden jetzt getrennt vielleicht aber durch den Stopp wieder genauso eng zusammen wenn er jetzt dann kommt ja in der Klasse 4 hat sich auch alles ziemlich auseinander gezogen Robin Frischkopf und René Weller äh gut die die haben ja nicht gegeneinander gekämpft aber da ist dann auch schon ziemliche ziemliche Lücke dazwischen und dann auch der der Race Union Teichmann sorry ich muss hier nochmal was schauen ich hab bin jetzt nicht ganz sicher ob ich das richtig gesehen habe der Robert Goetheke kommt hier aus der Box oh das war aber sowas von Arsch knapp hier das war Arsche aber hat sich doch hat's hingekriegt ja ok dann gehen wir wieder live ja das ist schnell passiert gerade mit diesem Flick hier äh äh aus der Boxengasse raus äh ja oftmal im Eifertes Gefechts die sind wirklich extrem schmal also ja dafür ist sie ja weiß aber im Eifertes Gefechts äh ist man tatsächlich äh vergisst man's einfach darauf zu achten also es ist ähm nachvollziehen kann ich's auch wenn man mit dem Kopf schüttelt wenn's so ne Strafe gibt aber ja mein Gott man fährt halt irgendwie rennen oh mich würd jetzt aber schon mal interessieren hm ja ne äh ich hab jetzt eigentlich so mehr zu mir hin gesprochen mich würd jetzt schon mal interessieren hier haben wir jetzt beide Führungsfahrzeuge äh in der Kamera gehabt da haben wir sie wieder also hier vorne Kevin Maas und siebeneinhalb Sekunden da zurück Felix Hein und die sollten jetzt eigentlich beide an die Box kommen weil das ist das Ende der achten Runde mich würd es sehr überraschen wenn man hier mit den Autos neun Runden fahren kann hm ich glaub das hat bis jetzt auch noch keiner geschafft ne also er kommt rein gucken wir mal zum Felix wenn er jetzt pfiffig ist fährt er dem ja erstmal richtig in den Arsch ich weiß nicht kennst du noch FN Challenge so als Simulationsgame ja 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 da gab's ja die Möglichkeit ganz normal in der PLR da brauchte man gar nicht in den Physis rumfummeln gab ja nur die PLR es gab ja keine Multiplayer irgendwie ähm konnte man äh den Front und den Heckflügel getrennt die Empfindlichkeit getrennt einstellen das führte dazu dass man gerade in den Formel 1 liegen ähm wenn einer mein das Unangenehme ist ja wenn der von hinten kommt und den anderen ins Heck fährt und dabei irgendwas kaputt macht also hat man den Heckflügel stabiler gemacht und den Frontflügel etwas empfindlicher noch dass wenn man hinten drauf fährt zack Frontflügel weg also hat nur dachte man alles wunderbar bei mir in der F1 Stracing League 2002 haben die gegründet das war halt F1 Challenge Zeiten ähm gab es dann einen Fahrer der eigentlich egal was man für ein Reglement hatte immer Pech hatte irgendwie wurde der immer abgeschossen was nicht zwingend nur an den anderen lag sondern auch an seiner etwas haltenden Fahrleise ja er wollte immer sehr sehr vorsichtig sein und niemandem wehtun und naja wenn man dann halt früher bremst dann verliert man auch früher und ähm und er drohte dann zum letzten Rennen der Saison an werde ich heute wieder abgeschossen dann fahre ich nicht mehr mit war Brasilien es war das letzte Rennen es war Regen und vor ihm standen ein Norländer und am Start und die Ambeln wurden grün und das der Holländer schoss mit einem Affenzahn rückwärts hinter dem stehenden hinter ihm stehenden war natürlich genau der Kollege der das ganze Saison schon was Pech hat und durch den empfindlicheren Frontflügel war der natürlich im Arsch der mit seinem stabileren Heck der konnte dann nachdem er den richtigen Gang gefunden hatte dann auch losfahren sehr lustige Begebenheit und ähm ja also es hat egal wie man irgendetwas reglementiert das sollte eigentlich die Moral der Geschichte sein es hat immer alles ein Föhnen wieder und ähm ja das erst mal macht für alle gleich und dann gibt's auch die wenigsten Diskussionen so wenn du hilft das erste Mal jetzt hier in der Kamera im Bild genau ähm bei Oldman Racing noch abschließend das sind ja die Jungs die quasi eigentlich schon vor einer Runde rein wollten es hat anscheinend für eine weitere Runde gereicht weil er kommt jetzt in die Box rein und übernimmt jetzt nicht wie geplant ähm ähm der Herr Heinen des Autos sondern der Herr Payet ah ok weil das einfach irgendwie nicht hinhaut und ja deswegen jetzt äh Planänderung im Team kommt jetzt rein und sag mal ich muss mal ganz ich glaube ich hab schon mal gefragt ich weiß aber nicht mehr genau die Ford GT das ist um GT40 oder? ja das ist kein 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 aktuelles nicht der aktuelle GT ne? richtig genau so schön zu erkennen an den Rücklichtern die genau aber im Endeffekt ist es natürlich ist es gemeint dass es das GT3 Auto ist ja ja sie sehen sie hier auch zum verwechseln ähnlich also man sieht's halt wirklich nur am Heck so wirklich jedenfalls hier meinem Pixelmonitor sowieso so so jetzt wird's natürlich hier ziemlich spannend die beiden die sind wieder genauso eng zusammen wie vorher aber andersrum genau so und jetzt ist natürlich die Frage und zwei äh unterschiedliche Fahrer in den Autos also auch da muss dann erstmal abgesteckt werden was macht der andere da? was macht der andere da? wir bauen jetzt im Z4 und dann auch wie du schon gesagt hast im SLS für den Handwerk oha da gibt's aber jetzt hier Flashlights ohne Ende und da geht nämlich schon das ist ja ja das ist ja wie bei Minadi als die noch Formel 1 gefahren sind die haben auch mal sind auch mal rechts ran gefahren und haben geparkt ja die sind jetzt ganz schön hergefallen über die Jungs ja das kann man wohl zu sagen wahrscheinlich überwältigt von der Lichterflut die da von hinten kam ja mal froh sein dass das keine alte Viper ist mit den acht Scheinwerfern vorne drin ja dann wird die Hälfte von den Jungs erblindet wahrscheinlich äh ja eng beisammelt sind sie auf jeden Fall scheint auch von von den Fahrern her nicht irgendwie ein Unterschied zu vorher zu sein so von der von der von der Leistungsunterschied her ach so aber die Reihenfolge ist halt jetzt anders genau und das ist natürlich ähm ja an der Box überholt zu werden ist natürlich doppelt weh wobei es nicht ganz nachzuvollziehen ist wenn sowieso eine äh Boxenstandzeit wenn die für alle gleich ist was passieren kann da muss ja einer getrievt haben ich frage jetzt natürlich äh der Benno war ja schon eine Runde früher draußen natürlich volles Auto aber auch frische Reihen Ah okay und das da raus geholt hat ja definitiv ja ich schätze mal dass es so dass es das gewesen ist nur das kann es gewesen sein ja natürlich war der Z4 dann leicht wo er die Runde länger gefahren ist aber die Reifen sind gerade auf der Nordschleife irgendwann dann auch mal durch ja man hört das aus dem aus dem Klasse 2 Lager auch immer wieder dass es mal so Tieffasen von den Reifen gibt dass dann wirklich mal so eine halbe Runde gar nichts ist mhm mhm äh aus der Formel 1 kennt man es von früher vielleicht noch ein bisschen die Mechaninen hatten ja immer so ja so ein Fenster wo sie einfach mal vier Runden mit Daltum vergessen waren äh auf der Nordschleife ist das dann halt ein Sektor ja genau ja ja weitere Ausfälle gibt es zu beklagen das Kohle Rebell E-Sports Auto ja ich schieß klar ist ausgeschieden dann war auch beim Fahrerwechsel scheinbar weil der Christian Jakobsen den haben wir auf der Strecke noch nicht gesehen noch nicht genau und auch der Olaf Oberpiechler allerdings anscheinend nicht beim Fahrerwechsel ähm sagt es aber vorhin der war irgendwie auf dem Weg in die Box stimmt zumindest gemerkt dass er reingefahren ist haben will ja und das ist ich sag mal sieben Runden das ist ähm absolviert das könnte auch sein ja damit sind wir nach momentanem Stand bei sieben Ausfällen Kevin Maas ist im Auto geblieben im Übrigen das war aber auch zu erwarten der hat bisher sein Auto noch überhaupt niemanden anderem in die Hand gegeben dieses Jahr und Felix Heinen hat das Auto an Steve Grumpelt übergeben da hat der Abstand gewachsen auf zwölf Sekunden jetzt zwischen den beiden ist es wirklich eine enge Kiste ich bin mal gespannt ob da jetzt der erste Angriff kommt vom Z4 Race Union Teichmann Racing neu in der Klasse ähm Neueinsteiger generell in der Serie aber ist seit einem Rennen dabei in der Klasse 4 haben wir einen wahnsinnig guten Eindruck hinterlassen gleich im ersten Rennen der Klassensieg in der Klasse 4 und auch jetzt hier durchaus konkurrenzfähig Podiumsplatzierung scheint auf jeden Fall machbar zu sein wobei man jetzt glaube ich nicht sagen kann dass da einer von den beiden massiv schneller ist natürlich scheint es jetzt so dass der Z4 den Vorteil hat allerdings auch natürlich äh eine Runde neuere Reifen auf dem BMW ja ich bin ja total begeistert hier so es gibt mich wieder aber hast du gar nicht gemerkt dass ich weg war oh ich hab einfach weiter geredet ne ist ja völlig in Ordnung also ähm kurz falls das normal passiert ich komm dann irgendwann immer wieder äh ich bin hier ich hab hier keinen einen Festnetzanschluss ich geh hier mit Mobilfunk mit Mobilfunk ins Internet und da gibt's dann immer mal diese kleinen Abbrüche und also die sind schon ganz schön ganz schön nah beieinander also schaut aber nicht so aus als wüsste da einer nicht was er tut also das schaut noch alles sehr kontrolliert aus auch wenn es da immer wieder mal ein Rad stehen bleibt und es ganz schön raucht dann gucken wir ausgaben was bei den beiden vor allem sehr interessant ist die fahren wirklich genau die gleiche Linie also das ist normalerweise sieht man ja schon so dass der eine den Vorteil da sucht der andere da das ist was die beiden hier machen das ist wirklich ja der eine ist der Schatten vom anderen und auf der Nordschleife gar nicht so einfach sowas sogar parallel da so rumzuspringen ja mit allen vier Rädern in der Luft aber das ist schon gigantisch also das schaut schon echt super aus weißt du in 70, 80 Jahren war es ganz modern da hatte jeder Automobilhersteller ein Ballett so irgendwelche Fahrer die dann mit 4, 5, also ich kann mich noch an das Porsche Ballett kann mich noch tatsächlich erinnern ähm wo man dann irgendwelche Figuren fuhr also mit ja absolut synchron mit irgendwelchen Drehern und äh 180 Grad Kehren und weiß ich was der Füchs was alles was die da alles für äh Turen da abgefahren sind also es war sehr sehr beeindruckend ich glaube ich weiß nicht ob es sowas noch gibt ich denke mal heutzutage gibt es äh effektivere Methoden die Reifen zu verhalzen aber keine Ahnung war jedenfalls sah dem Ganzen eben sehr ähnlich so passt es jetzt oder passt es nicht ja das passt macht aber auch gleich die Tür zu ja er versucht es zumindest hab dann gemerkt dass das vielleicht doch noch ein bisschen eng war und wenn der SLS ganz schlau ist dann bremst er hier ein Ticken eher ja bringt nichts er von Vorteil hier den besseren Ausgang zu suchen wenn er meistens spät dran ist um die Position zu verteidigen ja ja jetzt hat er aber wirklich zu verteidigen erstmal gehabt dass er überhaupt auf der Linie blieb da war er da wo ein bisschen viel auf dem Rad gehabt auf den Antriebsrädern gehabt da ging erstmal das Heck ein bisschen weg dann ging es gefährlich in Richtung linker Curb ja das ist natürlich die Frage kann er sich da jetzt auf Dauer dann absetzen ist er wirklich schneller oder hat er ja auch natürlich den Vorteil durch den Windschatten und jetzt ist es andersrum vorhin war es ja dann doch schon so dass der Fabio Schürmann ein bisschen verloren hat auf seinem Vordermann ja wie gesagt zwei frische Fahrer drin oh upsala ja das ist ja gut an der Stelle ging es grad nochmal gut wirklich weiß ich auch die Auslaufzone ja es gab jetzt auch nicht direkt Platz für den Gegner um da vorbeizukommen zu weit Nordschleife erster Sektor ist generell so ein Ding wo das mit dem Überholen eigentlich man fast automatisch vergessen kann weil hier ist es einfach zu eng insofern der andere keinen gravierenden Fehler macht und auch wenn das jetzt grad ganz spannend ist ähm die beiden die waren mal sechs Sekunden auseinander vor den Boxenstops mhm und das schaut jetzt momentan deutlich enger aus ja also No Limit massiv Zeit gewonnen durch die Boxenstop-Phase und die In- und Outlabs und das obwohl der Jens Lied wegen der Runde länger gefahren ist aber das haben wir ja ja gut das haben wir vorhin auch schon in der anderen Klasse gesehen das länger fahren scheint nicht immer unbedingt von Vorteil zu sein weil der frische Reifen dann den No Limit einfach eine Runde früher hatte anscheinend den Unterschied ausmacht ja wenns hinten raus reicht ist es natürlich äh clever da irgendwann mal den einen Stop vorzuziehen na da gehts ganz schön ging zur Sache der Robert Goethekel der rutscht aber auch schon das ganze Rennen deutlich mehr rum als der Jens Liedwig also die sind richtig am pushen ja ja jetzt wirds wohl passieren und so macht man das und da braucht er gar nicht mehr großartig Windschatten versuchen zu bekommen das wird nichts mehr ja der Überschuss an der Stelle viel zu hoch selbst wenn er nochmal naja so bis auf die Hälfte des Gegners auf die gleiche Höhe kommt wäre es selbstmörderisch dann da auf der Linie zu bleiben bei den Geschwindigkeiten ja die beiden haben sich schon eigentlich schon jedes Rennen ziemlich heftig gegeben ähm beim letzten Mal war es ein bisschen bisschen deutlicher pro KPR als die Rennen davor aber ähm ja dass es zwischen den beiden immer um die Spitze gehen wird dieses Jahr das hat man hat sich eigentlich schon relativ früh abgezeichnet bin ich mal gespannt ob der Robert da wegfahren kann im ersten Stint haben sie ja dann doch pro Runde die dreiviertel bis volle Sekunde verloren das sind natürlich auch nicht viel auf der Nordschleife aber nach einem Stint sind es dann halt 7-8 Sekunden ja so vorne bei einer Führung hat es dann jetzt nach dem Boxenstopp da hat glaube ich jetzt der Steve krumpelt übernommen von Felix Heiden ist das richtig? genau ja ja und da sind jetzt auch über 20 Sekunden Rückstand mittlerweile eingefahren also ja so wenn man die Runde in der der Boxenstopp war hier mit berechnet dann hat der Green Flashes 10 Sekunden länger gestanden das sieht so aus ja also das ist natürlich also da möchte ich fast sagen da ist eventuell in der Runde dann was passiert also das kann ich mir fast nicht vorstellen das kann man gut zeigen also es wurde wirklich was repariert also ja so genau da wollte ich auch grad hin beiden haben sich nach wie vor sehr lieb können irgendwie nicht voneinander lassen die zwei wegfahren kann da anscheinend egal wer vorne von beiden ist kann nicht so wirklich wegfahren ja ich möchte eigentlich meinen dass der BMW zumindest im Geschlängel etwas einen kleinen Vorteil hat aber das scheint hier zumindest fahrerisch kompensiert zu werden so wie es vorher auch war nur halt umgekehrt nur halt umgekehrt ja das ist schon echt cool zu sehen ja das ist schon echt cool zu sehen die Klasse 4 die sind zwar so mehr oder weniger in Sichtweite zueinander die mit 2 und 3 in der Klasse Robin Frischkopf und René Weller aber dass da was passiert das kann man jetzt irgendwie nicht wirklich sagen ne die fahren schon seit ewigen Zeiten im Abstand von 2-2,5 Sekunden hintereinander her seit ihr im Boxenstopp eigentlich seit ihr im Boxenstopp eigentlich wir nähern uns dann so langsam auch schon der Halbzeit vom Rennen ich glaube dann können wir mal so kurz grob durch das durch den durch den Zwischenstand schalten das können wir gleich machen so aussieht oh ich glaube das war es jetzt gerade ne da gibt es kein Duell mehr richtig gesehen habe ne das war eine verkehrte Richtung hier geht's hin und zwar muss es hier jetzt gerade einen Abflug gegeben haben genau da sehen wir es der Benno hat sich hier Ausgang des Karussells hat er sich gedreht ja und damit ist das schöne Duell erstmal also kleines Karussell äh ist das hier Ausgang äh ist das jetzt hier erstmal hat sich das erstmal erledigt der hat es erstmal gut zu tun dass er da wieder ran fährt kann man auch sagen er hat den irgendwelche Kontakte gut vermieden das Auto ist noch komplett in einem Stück da ist nichts verbogen verkratzt wollen wir mal sagen er hat Glück gehabt sagen wir mal so ja weil äh bisher haben sie verdammt viel Pech gehabt dieses Jahr ja äh denen ist eigentlich in erster Linie mal bevor man ihnen irgendwie wünscht vorne mitzufahren wünschen wir ihnen erstmal dass sie diesmal wirklich das Rennen so zu Ende bringen wie sie es sich äh erplant haben genau und dann wird es schon von alleine ein gutes Punktergebnis da bin ich mir ziemlich sicher so Racing Association in der Gesamtwertung erstmal vorne mit dem Kevin Maas Green Flashes dahinter bis zum Boxenstopp würde ich sagen mit einer sehr sehr respektatenden Leistung von Felix Hain der eigentlich den Abstand wie hat größer werden lassen als 30,34 Sekunden vom Ende hin waren es dann ein paar Sekunden mehr ich glaube 6 oder 7 jetzt sind es um die 20 allerdings muss ich sagen es werden wieder weniger wir waren schon mal bei über 20 Sekunden bei 21, 22 Sekunden sind jetzt bei 18,5 und ähm was der Steve Krumpelt jetzt hier macht könnte ja vielleicht der Grundstein sein für ein sehr sehr spannendes Finale zwischen den beiden so und dann haben wir hier M. Brown Mr. Brown ne steht für Marvin ähm auf dem Set 4 hier welchen Teamnamen fahren die hier rum? Race Union Teich was? Teichmann Racing Aha okay ja das andere Auto vom Team der Klasse 4 Audi A4 wo die Jungs Braun im Deck fahren da kommt zum letzten Stint des Rennens auch ähm die Bastian Deck noch dazu ja das ist jetzt ja Kevin Braun im Auto genau das war jetzt die Info von unten dass man da auch mal so einen Überblick darüber hat wer da momentan überhaupt fährt so ich höre jetzt schon wieder Standbild jetzt geht's wieder weiter Andreas B. hat von Günter Bürges übernommen in der Klasse 3 momentan letztplatziert der Auto äh da fehlt dann doch schon momentan einiges auf die anderen in der Klasse das ist dann die sind gerade auf dem Grand Prix Kurs der der nächste der ist irgendwo in der Mitte der Strecke Richtung Mutkurve unterwegs also das ist schon eine große Lücke ähm Günter Bürges was der hat das Auto übergeben e und wen an wir müssen hin weil ich sehe den nämlich ausgefallen hat Andreas wer ah ok ja die fahren wir dann auch hinterm Michael Brotigam der die Klasse 4 anführt mhm und der Renivella kommt aber so peu a peu also in den letzten ich glaube zwei Runden hat er 6 oder 7 Zehntel gut gemacht auf den Robin Frischkopf jetzt sind's noch knapp anderthalb Sekunden die ihm fehlen ein bisschen mehr naja es schwankt halt äh 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 kannst du mich noch hören oder sagst du jetzt gar nichts mehr bin ich schon wieder weg ja wie ist so ähm Leistung oder die fahrerische Leistung des Eric P einzuschätzen gegenüber Jens Ledwig mhm ist natürlich schwierig zu vergleichen weil die die Fahrzeuge in verschiedenen Klassen sind ja aber äh 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 ich habe jetzt erst ein Rennen gesehen ich war der Meinung dass dass die Oldman Racing Gungs mehr können als sie im letzten Rennen gezeigt haben dass wenn sie sich da mhm zusammenreisen und dass er da ihr wenn sie ihr Ding da durchziehen dass das eigentlich nicht so sein sollte dass man hinter dem Klasse 3 Auto her fährt äh äh wir haben es ja auch eigentlich war das Auto auch stark platziert jetzt vorhin äh bevor sie ja D-Box gekommen sind woran das jetzt liegt mhm dass da auch wieder eine Delle in dem Auto mhm mehr als eine Delle in dem Auto ich habe gerade mal so rumgeguckt mhm ich weiß nicht ob der Eric da jetzt einen Fehler gemacht hat oder ob das jetzt im Schluss vom alten Stint war aber ja jetzt haben sie extra den Stop rausgezogen weil das mit dem Fahrerwechsel nicht geklappt hat und war an Lagen trotzdem noch ganz gut und jetzt ist es dann doch schon wieder äh man ist ein bisschen zu weit weg von der von den anderen in der Klasse ja so gucken wir mal zum Reniveller hin da ist noch irgendwie ein Cantina Auto dazwischen deswegen staune ich jetzt da gerade so ein bisschen den nächsten Motor Schaden in der Klasse 3 war der Thomas Meyer für Piranha Simracing ja sie ist auch gerade das muss vor wenigen Sekunden gewesen sein ja beim Runterschalten Endkurve ein ich schätze mal dass er da in den falschen Gang geschalten hat schau'n wir mal ja da steht er schau'n wir mal das war ein ziemlich plötzlicher jo und da ist es auch passiert jo also wenn wir das jetzt hier gucken wir mal hier auf dem Drehzahlmesser den 1000 und hier geht er glaube da ist er schon weg ja ja da geht es hier einmal ganz kurz wenn du hier mal schaust ganz kurz bis an den Anschlag und ich glaube das war die Situation wo es dann passiert ist wo sich die 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 auf dem Asphalt verteilt haben ja genau ja das ist natürlich schade der erste Ausfall für das Team nach vier vierten Plätzen ja gut dann kann man es theoretisch schon fast verkraften also wenn man jetzt das nicht zur Serie werden lässt wie mit den vier vierten Plätzen dass man jetzt vier Ausfälle hinlegt dann sollte das noch verschmerzbar sein auch wenn natürlich ein Ausfall in jeder Form irgendwie immer ärgerlich ist Niko Naglele jetzt auch ausgeschieden eine knappe Minute später ähm Klasse vier der zweite Handwerks äh ja die zweite Handwerkseintragung pff also das ist das ist schon sehr erstaunlich dass es immer so geballt kommt dann ja dann wieder eine halbe Stunde lang gar nichts gar nichts passieren ja der bei noch 22 Fahrzeugen ja Hannes Schlederer macht allerdings muss ich sagen ein bisschen Boden gut den Eindruck weil die letzte Runde jetzt nicht so der Buller war und der Abstand auf Jimmy Kahn ist was ziemlich nicht vegan aber das müssten sie sich wieder ähm wie beim letzten Rennen eigentlich schon selber auf die Kappe streifen dass halt das am Start immer nicht so ganz so klappen scheint dass man entweder weit hinten startet oder sich selbst um eine freie Fahrt bringt weil man irgendwo hinten rumgürbt ein bisschen schade weil ich glaube dass wenn die nebeneinander gestartet werden dass das jetzt ein heißes heißes Rennen wäre zwischen Jimmy Kahn und Hannes zwischen Jimmy Kahn und Hannes und der Motorsport ne nicht Motorsport Fall was ist das hier ja der Wilka Ferrari hier wo wir davon durchaus auch ausfahren ja also wir sehen ihn nach wie vor mit Heckfügel haben wir heute auch schon anders gesehen Otto hat ja letztes Rennen auch eine interessante Geschichte gehabt wo sie hier über die offizielle Nordschleifung auffahrt wieder irgendwie versucht haben auf die Strecke zu kommen ja mit viel Einsatzwillen und Kampfwillen haben sie es auch geschafft und das Ding dann auch wirklich wieder ins Rennen gebracht und dann auf dem dritten Trotz das der Probleme mit dem den Heckspoiler und dem Dreher äh dritter in der Klasse auch das ist so ein Zeichen für das was ich vorhin gemeint habe mit den Jungs von Old Man Racing wenn sie halt ihr ihr Ding sauber durchfahren dann dürfte jemand der 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 so einen Fehler macht nicht vor einem liegen ja Robert Goetheger hat mittlerweile dem Jens Ledwig ups ja wenn er so fährt ist es auch kein Wunder ähm knapp 20 Sekunden abgenommen das ist das ist jetzt erstaunlich finde ich ich glaube aber dass der Jens hier irgendwie ja ich weiß nicht der Handling Probleme ist vielleicht etwas übertrieben aber zumindest fühle ich mich nicht ganz so wohl wie gewohnt die letzte Runde war jetzt auch nicht wirklich der Knaller die letzte Runde war jetzt auch nicht wirklich der Knaller ja ja ich sag ja viele kleine Fehlerchen irgendwie die eben auch mal auf der Gäste Runde schon 12 Sekunden verloren auf seiner ja gut da ist sicher ja ist richtig da ist sicherlich etwas mehr passiert als nur ein kleiner Fehler ja das Auto hat auch hat auch richtig richtig viele Beschädigungen rundum äh beide Türen vorne das Heck ist auch total zerbeult also da muss irgendwo ein Einschlag gewesen sein ja das werden sie natürlich dem Robert Goetheke auch sagen wenn da jemand vom Team zuschaut und sagt pass mal auf wirklich pushen musst du eigentlich nicht mehr weil das Auto das schaut nicht so aus als wärs noch gleich schnell wie unseres der Eric P. kommt da jetzt wenigstens mal ran ja doch schon geraten ist das jetzt sagtest du ja dass da die DTM Autos eigentlich nicht zu schlagen sind sehr schnell sind ja wobei das Auto jetzt natürlich vorher noch angeschlagen ist auch da ist dann natürlich abzuwägen macht man den Reparaturstopp beim letzten Stopp gleich mit und verliert die zwei Minuten oder äh nimmt man das in Kauf dass man jetzt wirklich viel äh viel riskiert indem man mit einem krummen Auto dann das vielleicht auch noch wegschmeißt ja und aus der No Limit Garage heißt das auch dass der Robert das Rennen jetzt kontrollieren soll und gar nicht mehr ja das kann ich mir sehr gut vorstellen übertrieben pushen soll ja jetzt hoffen sie das ich meine der Robert ist auch ein Rennfahrer und ein Rennfahrer wenn man sagt mach langsam dann mhm dann wissen wir genau was dann passiert ja der Olli Hoenig hat mir das erzählt er hat ja letztes Jahr also 2013 nun ist er in Dubai gestartet ähm er hat wohl dann die haben dann in der Klasse geführt und ähm er hat dann irgendwann die Ansage gekriegt er soll langsam fahren dann über Steam Radio gesagt ja seid ihr bescheuert oder was ich fahr doch hier Rennen warum soll ich jetzt langsam fahren ist technisch irgendwas nö aber äh strategisch macht es Sinn dass du da jetzt mal ein bisschen Speed rausnimmst und er sagt dann schon war ich raus aus dem Rhythmus ja das geht ganz schnell also auch ich hab das jetzt die Woche erst gehabt bei meinem Rennen und bei mir äh für mich selber überraschend dass ich da in Führung gelegen bin weil vom Speed her war ich da überhaupt nicht vorne dabei und wenn man sich dann so sehr irgendwie drauf konzentriert dass man nur noch äh schaut dass es mit dem Sprit langt dann halt eiskalt mal das Auto 180 Grad gedreht und dann war's das auch mit dem Sieg also da hast du dir dann auch gedacht super hättest du dir mal lieber einfach dein Stiefel weiter runter gefahren aber ich denk die die Erfolge die No Limit und äh und äh gerade der Robert Goetheke schon eingefahren haben die die haben die Erfahrung dass sie da eben nicht am besten bauen ja im Bild jetzt der Daniel Macaus übrigens einer derjenigen die noch nicht gewechselt haben immer noch von Anfang an im Auto sind und das letzte Fahrzeug das noch in der Führungsrunde liegt ist jetzt die Sim Racing die haben sich letztes Rennen auch äh einen heißen Kampf geliefert mit dem Piranha Racing Auto war's glaube ich äh äh die sind dann erst ziemlich zum Schluss getrennt worden weil dann dann doch der ein oder andere Fahrwehr der sich eingeschlichen hat und der Michael Poetheke der lässt auch ganz schön fliegen obwohl er eigentlich einen riesen Vorsprung hat naja wenn man schon dann alleine da rumfährt dann will man wenigstens auch noch ein bisschen Spaß haben dabei das Maximum an Spaß noch rausholen wenn wer auch immer die Idee gehabt hat so ein Volvo als Brennfahrzeug herzurichten bauen den muss man ja ja an dessen von dem muss man ja grundsätzlich schon mal zweifeln ich glaube die Dinger sind mal irgendwie in der WGCC unterwegs gewesen ja Volvo eigentlich nur in der schwedischen Turnwagenmeisterschaft mit 10 Waren erfolgen bei den Turnwagen aber sonst eher verhalten ich glaube im Atem hat so ein V40 in der WGCC ist mir da jetzt nicht ganz sicher also ich weiß dass das Modell in der Vorgängerserie in der ECC am Start war in der ECC da hast du recht genau da war es die war ja sowieso eigentlich sehr bunt gemischt mit den Alphas, BMWs, Hondas ja Honda Cibic waren da ja noch dabei ja und dann halt den riesen Volvo ja 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 ist die V40 Andreas Bär und MRNS Virtual Racing der ja ja der fliegt sich hier irgendwie durch das Klasse 4 Feld und auch das ein oder andere Danke verrunden lassen ja da kommt jetzt der Hannes Pflederer von hinten der will natürlich nicht aufgehalten werden ja uhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohh paper ja ihm der will definitiv keine Zeit verlieren der will definitiv keine Zeit verlieren ja ja hammerhard was er da grade veranstaltet hat also weiss nicht ob man das mit offenen Augen fahren kann so Manöver ob man da nicht doch die Augen zu macht einmal so die Richtung peilt Lenkrad in Stellung bringt und dann ja jetzt und gas gehen jetzt gerade ein bisschen irritiert ist dass der wenn er heißt wieder an marvin braun vorbei ist und das trotz des drehen ist da muss man auch was passiert sein weil der selbst sekunden zurück der marlin ja weil ich wollte jetzt gerade mal so wenn ich mir die letzte runden zeit angucken mit 852 gegenüber benny höft mit 8 34 dann erklärt sich das richtig genau die schon auffällig gewesen ich habe jetzt schon schon gedacht das war jetzt eine in lab oder so in die box waren ja erst so kurz und selbst wenn in das wäre es nicht unbedingt schnell gewesen war ja auf der variante der nordschleife die runden zeit am eingang der boxengasse noch mal genommen wird ich würde auch erklären warum der hannes pflederer so pusht weil er jetzt zumindest kurzfristig mal die führung in der klasse übernehmen kann was tut er jetzt wahrscheinlich in dem moment genau fährt gerade gerade vorbei so ist natürlich jetzt die frage wenn der jimmy khan jetzt in der box ist ob der nicht noch mal rein muss definitiv müsste der noch mal rein weil der hannes der müsste eigentlich noch drei vier runden fahren können ja richtig und dann dürfte es lange mit dem letzten stop ja die khan die haben einen sehr kurzen ersten stimp gefahren die waren nur sechs runden plus die einführungsrunde draußen ja das könnte natürlich eine erklärung sein haben die freie fahrt genutzt durch den frühen stop da sie halt keinen verkehr hatten oder keine klassenkonkurrenten mit denen sie sich aufhalten mussten deswegen auch der große vorsprung wahrscheinlich der erik hängt immer noch hinter mir ins ledig das dürfte sich dann jetzt aber so langsam mal erledigen hoffe ich jetzt kommt er wieder auf die dortiger höhe jetzt bin ich mal gespannt ob er an dem angeschlagenen mercedes überhaupt vorbeikommen eigentlich schon wahrscheinlich ja also trotz windschotten wird er normalerweise mit der klasse 3 oder kaum mitreifen können hier sehen wir jetzt keine geschwindigkeit oder zumindest ich kann sie nicht erkennen wenn die da laufen sollte aber ich glaube der hat ja gar keine geschwindigkeitsanzeige ja das ist nicht mehr ansatzweise im gegenteil der verliert sie nicht richtig ja das ist die theoretische möglichkeit von menschen der porsche scheint auch immer unbedingt von der aerodynamik her von den schäden her das maximum her zu geben weil die 260 die kann man mit dem klasse 4 oder auch fahren wie er da gerade auf dem fach hoch gehabt hat ja ja genau genau ich bin auch von aus hast du diese kameras ja da in diesen ja es sind ja drei kameras hier auf der also drei tv kameras wenn man mehrfach bild abdrückt dann hast du ja drei verschiedene ja ich weiß bin ich auf der startziele immer auf der wo dann erstmal ein stück boxengasse gezeigt wird ja hier in den kurven zeigt sich schon dass der porsche noch mehr performance hat aber ja was nutzt es wenn man da nicht vorbeikommt bleibt ihm eigentlich jetzt nur der angriff hier auf dem grand prix kurs ja dann ist erstmal wieder lange zeit keine chance die beiden haben sich im letzten also ich glaube es waren sogar die gleichen fahrer auf den autos die sind im letzten rennen schon aneinander geraten auf dem grand prix kurs wegen der ähnlichen situation weil das old man racing auto eigentlich klassen untypisch er ja hinter dem klasse 3 auto anzusiedeln war und die sich sehr im weg gestanden sind gegenseitig da war es aber andersrum da hat er jens ledwig gepusht wollte unbedingt hier einen vorsprung auf die konkurrenz rausfahren und das stand ihm die ganze zeit so ein porsche im weg jetzt ist genau das rum der eric der lehnt sich hier gerade mal an sämtlichsten streckenbegrenzungen an ja 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 ich mal oder um Rundenzeiten zu fahren So, aber da hinten wird's jetzt langsam spannend Renivella ist dran jetzt an Robin Frischkopf Das heißt, die beiden geben uns mal noch ein bisschen Unterhaltung mit hier hoffe ich mal Ja, aber zwischen den beiden ging es schon mal um den Sieg im besseren Ende für das Trace Team Motorsport for All in der Klasse 4 die haben irgendwie so das Talent dafür auf dem letzten Liter Sprit ins Ziel zu kommen Ja Ah, ich kann mich entsinnen Ja, ja Obwohl sie da irgendwie 100 Meter von der Zielinie stehen geblieben sind Ja Schauen wir mal, ob sie heute eine andere Strategie fahren von der Rundenzeiten her ist immer Glück äh, Limit nicht sondern Motorsport für All nicht ganz so stark gewesen wie in den letzten Rennen wenn man das Ganze allerdings äh deswegen in Kauf nimmt wenn man mehr Sprit spart dann haben sie dieses Mal ganz gute ganz gute Karten Ja Die Welle geht hier aber auch wirklich Oh Absolut Oh, ja Da kam noch Richtig Da kam noch An der Stelle wo es Ooooooooh Ja, die Stelle ist gerade noch so Ja Hat aber tierisch Glück gehabt wenn ich zwei Sekunden später gekommen ist Ja, das sind schon tolle Bilder War auch bisher sehr sehr kurzweilig Ja Wer sich dann auch noch äh ziemlich nahe kommt für 14 und 15 aber das ist noch ein bisschen weiter auseinander da können wir noch erwarten Philipp Salle und Daniel Mackhaus die sind jetzt glaube ich nur noch 5 Sekunden ungefähr auseinander also da wird es dann in der Klasse 3 auch nochmal ein bisschen enger nachdem ja das Spitzenduell jetzt quasi sich auseinander gezogen hat und in unserem Warteraum wartet der Jörn Detter von Drace Motorsport Ja, dann nichts dran mit ihm Nämlich ne gute Gelegenheit mal zwei Minuten zu verschwinden Ja Servus Jörn Jo, hallo Wie schauts aus bei euch? Wir sehen euch ja gerade hier im Bild äh Spürt ihr schon den Druck von Motorsport vor heute? Ja Ja, den Druck haben wir eigentlich schon das ganze Rennen über vom Gespür her zumindest aber Robin macht einen super Job wieder und da bin ich eigentlich relativ gelassen was das betrifft Okay, wie sieht die Planung für den Rest des Rennens aus? Äh Den, den René zur Not fahren lassen und sich den Zweikampf für den Schluss aufheben oder äh lieber gleich vorne bleiben ähm Ja, das wird man sehen also äh jetzt zu sagen hier kommen lassen ziehen oder ne, wir bleiben vorne das äh ist auf der Nordstelle hinfällig weil hier kann so schnell was passieren und da sagen wir einfach wir nehmen das mit was kommt und wenn wir uns vorne halten können ist das natürlich super bin ich dumm gelaufen passiert halt geht schnell wie gesagt aber äh ja, wir machen gleich erstmal Fahrerwechsel Wer kommt denn als nächstes rein? Ja, unser Geburtstagskind Alexander Becker gibt auch gleich mal sein Comeback nach 4 Monaten auf Hause zwangsweise und äh das wird mir interessant weil das ist ein Nordstelle von Fetischis kann man sagen Ja, jetzt wollte ich schon fragen wie nehmt 4 Monate der nicht gefahren ist ist der dann trotzdem irgendwie eingeschossen auf das Auto auf das Setup? Äh, der brauchte also er brauchte zwei Tage sich an das Auto zu gewöhnen äh, drei Tage um ne super Zeit hinzufahren und äh von dem her bin ich da guter Dinge selbst wenns jetzt nochmal ich will es nicht beschreien aber man weiß es selber es geht ganz schnell wie ich schon jetzt zweimal gesagt hab auch wenn ein Fehler passiert das nehme ich ihm nicht rum warum auch äh, ich weiß was er kann und äh ich denk mal er und Robin sind dann Dream Team also die sind identisch und von dem her bin ich da guter Dinge Ok, du selber fährst heute nicht woran liegt's? äh, ich war anderweitig noch in der Vorbereitung hatte auch selber diesmal etliche Schwierigkeiten muss ich eingestehen und deswegen hab ich gesagt gut, okay, ihr beiden kommt besser zurecht äh, fahrt mal bevor ich da jetzt irgendwas äh, in die Bande knall das muss nicht sein Ok, also es klingt auf jeden Fall so als äh, hättet ihr jede Menge Spaß wenn ihr da einfach mal einen reinhockt der äh, egal wir wissen was du kannst aber das zeugt ja auch davon dass ihr euch vertraut und sind wir mal gespannt auf das quasi RFLN Debüt von eurem Kollegen ja, da bin ich auch massig gespannt Wie lang dauert's noch ungefähr, bis er reinkommt? äh, gute Frage ich denk mal so 2-3 Runden ungefähr so, das sprechen die sich, äh, jetzt untereinander ab ich hab den da frei rumgelassen wie sie sich da entscheiden und, äh, von dem her paar abwarten ich lass mich selber erraschen auch wenn ich tiefescht bin mit den Augen zwinkern aber, wie gesagt gucken Ok, gibt's noch irgendwas, was du erzählen möchtest? so, wir haben grad ein bisschen Zeit weil außerdem Zweikampf nicht viel passiert äh, nö, im Moment eigentlich nicht also noch nicht vielleicht beim nächsten Mal ähm, ja, es kann auch sein ja, doch eine Sache weiß ich es könnte sein, dass noch ein 4. Fahrer in Zukunft bei uns das steht aber auch noch nicht fest müssen wir gucken, wie sich das Ganze jetzt nochmal entwickelt und, äh, ja, erstmal gucken wie gesagt, was Alex jetzt macht dass er auch seine Rennen kriegt wir wollen uns ja über die Rennen jetzt für das 24-Stunden-Rennen, äh, qualifizieren auf eine besonders schöne Fahrer in halt weil, unser Ziel ist schon, da mitzuwirken und, äh, mal schauen, ob's klappt ich denk aber mal schon noch sind wir im Zeitplan Ok, das klingt doch alles ganz positiv, dass da trotz des späten Einstiegs in die Serie das alles in die richtigen Wege geleitet wurde, glaub ich Joa, durchaus also toll, toll, toll nix ist bis dato schief gegangen man hoffe, es bleibt auch so also, äh, seit dem Renn-Debüt im dritten Lauf auf dem Treppchen, äh, zört schon von einer gewissen Qualität jetzt mittlerweile ich war selber überrascht, dass das so gut läuft und das Level wollen wir natürlich versuchen auch zu halten Ok, das, äh, klingt alles ganz, ganz positiv wir sind gespannt auf den letzten erneuten Zweikampf mal wieder gegen Motorsport Forward Ja, die beiden kennen sich von, oder? Ja Mich sucht schon wieder in den Fingern und, ähm, naja Ja dann hoffen wir, dass ihr beide, äh, unbeschadet beide Autos unbeschadet ins Ziel kommen und ja am besten als Erster oder Zweiter ich glaub dann ist jeder zufrieden Ja, gut, äh, äh Michael Bräutigam, äh, ist doch schon ziemlich weit weg also, hier geht's maximal zum zweiten Platz Ja, in der, in der Klasse ohne Michael Bräutigam Das ist, äh, Wahnsinn also, der Abstand in so kurzer Zeit dann schon gewesen und haben wir auch gesagt, komm, lass den ziehen, das bringt nichts und, äh, die Zeiten sind auch bis dato, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, noch nicht gegangen und werden wir auch so schnell nicht gehen werden und dem her abwarten und wir sind zufrieden, so wie's läuft Wie gesagt, Hauptsache erstmal jetzt ankommen Wenn's wieder das Treppchen wird, hervorragend dann sind wir immer noch in dem Pensum, wo wir vorher waren Wie gesagt, wenn ich bedenke, was wir im ersten Rennen von uns jetzt gesehen haben im Lauf 3, vier Probleme mit dem Wagen hatten, äh, war das alles andere als, äh, eingeplant oder sonstiges Das war vollkommen überraschend und, äh, wie gesagt, bis dato, läuft alles top und auch die Jungs waren mega fair, also das sieht man, äh, auch sehr, sehr selten Teilweise je nachdem, wo man fährt Ich hab da schon Dinge gesehen Naja gut, reden wir nicht drüber, die Jungs sind top dabei Okay, passt Wart ihr ein bisschen überrascht im Collefrain, dass Motorsport für euch so weit hinten gestanden ist? Habt ihr das irgendwie mitverfolgt, warum die so weit hinten gestanden sind? Äh, wie jetzt der genommen Abstand war, weiß ich jetzt nicht Aber ich, ja, was heißt ich, äh, Robin hat mir das erzählt Ich hab das da später mitbekommen Ähm, ich hab von Robin gehört halt, dass wohl in der Positionseinteilung einige schiefgelaufen ist Weil wir wohl Dritter waren und sind vom Platz 5 aus gestartet Das hing aber damit zu haben, weil Robin in den Zauern noch was verlassen musste Wir vermuten mal, dass da bei der Einstellung ein bisschen was dadurch fair gelaufen ist Aber gut, passiert Äh, das ist nicht immer einfach durch die ganzen, äh, Disconnects oder ähnliches während des Qualis oder die Jungs, die im Warm-Up noch nachschauen Äh, passiert derzeit mal, damit haben wir gesagt, okay, leben war Das ist nicht so viel Verlust, das kann man aufholen Also, ja, die, die Geschichte mit den, den Startpositionen Das zieht sich ja leider schon so ein bisschen vom ersten Rennen weg Ja gut, das ist eine Airfactor Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf Airfactor schieben kann Ich sag's jetzt einfach mal so, in meinen Augen ist das eine Airfactor-Geschichte Und, äh, von dem her auch gut Damit muss man rechnen, wenn man vom Server geht Das haben wir auch im Vorfeld besprochen Äh, dass, dass die Gefahr durchaus besteht Und, von dem her, haben uns leider nicht so verrückt gemacht mit Ja, ich denke, es ist auch noch einigermaßen übersichtlich Wenn man sowieso nur 8 Autos in der Klasse hat Völlig Dass man, dass man dann nicht gleich wie einem, keine Ahnung, GT Masters Vielleicht 20 Positionen, weil der hinten steht Sondern, dass es noch überschaubar ist In der Klasse 4 ist ja sowieso Ist man ja sowieso Noch in der glücklichen Position, dass die eh ganz hinten stehen Ich glaube, ein Klasse 1 Fahrer, der auf einmal in der falschen, in der falschen Startgruppe steht Ja, das ist ein bisschen Tragescheu Erfreulich ist es natürlich nicht Weil jeder sein Qualifying-Ergebnis natürlich auch als Startposition haben will Aber es ist schön, dass er das Ganze so positiv noch aufnimmt Ja, wie gesagt, das ist ein 3-Stunden-Rennen Das ist ein 3-Stunden-Rennen, kein Sprint-Rennen Und da kann man über Taktik, über Fahrweisen, auf und auf Fehler Anderer sicherlich vielleicht mal auch mit ein bisschen Glück dabei wieder was gut machen Und, wie gesagt, der Speed-Day-Jungs ist ja auch nicht gerade verkehrt Seht ihr ja selber teilweise Und von dem her, wie gesagt, nur 2-3 Stunden oder länger Was soll man sich da verrückt machen? Genau, und du bist ja sowieso dafür bekannt, dass du dich überhaupt gar nicht verrückt machst Und von daher Gut, da war mal Stress Ja, genau Ja, großartig Also ich meine, jetzt wird's langsam irgendwie Ja Die beiden Also Robin und Der René Die fahren ja nur wirklich auf einem Level hier Da kann man ja überhaupt nicht Sagen, wie das hier ausgeht Ja, ich hab so ein bisschen Déjà-vu mit dem ersten Rennen hier aus Lauf 3 Also ich hatte Marcel hat eben schon gesagt, ein bisschen Weißperlen auf dem Kopf Mal anders ausgedrückt, aber Ja Gut, wie gesagt, ich kenn doch Robin jetzt mittlerweile Was die Nordschleife betrifft, ich weiß, was er kann Und das ist ein tadelloser Job, was der hier abzieht Definitiv, ja, ja Guck mal mal Ich meine, es ist halt immer schwierig für einen Schweizer Der kennt halt immer nur ein Stück gerade und nahe Radelkurve Also von daher Ja Na, gucken wir mal Ja Ich bin definitiv auch noch gespannt, was hier passiert Besonders mit Alex gleich Der kommt ja gleich ins Cockpit Ja Schauen wir mal Und ich denk mal in der nächsten Diese oder nächste Runde vielleicht Mit dem Fahrerwechsel, da sollte er dann auch kommen Wir werden ein Auge drauf haben Ja, war Gut, dann werd ich mich wieder verabschieden Euch und den Zuschauern noch viel Spaß Jawohl Und dann Sag ich mal bis zum nächsten Mal Lister Okay, macht's gut Bis dann, tschüss So So Sehen wir hier PSB und Michael Bräutig haben gerade Positionen getauscht Das ist allerdings nicht weiter dramatisch, weil die so eigentlich sowieso äh Klassentechnisch sein sollten Ja Ja, wohl ich Ich war jetzt gerade etwas verdutzt Ja Ja ansonsten ist jetzt tatsächlich so Bis auf die beiden Frischkopf und Weller Ist jetzt hier erstmal Äh Ja Nicht wirklich Hier nicht wirklich Zweikämpfe Eventuell nochmal irgendwann Der Eric P. und der Jens Ledwig Aber die sind auch nicht in Ja, das hat sich mittlerweile wieder Ja, ich seh's grad Nicht auseinandergezogen Beziehungsweise ist sogar umgedreht Der Jens Ledwig hat den Eric ja nicht mehr Ja, da muss eben irgendwas gewesen sein mit dem Eric P. Glaub ich Wir fahren hier eh noch drei Runden im Sekundenabstand daher Gehen wir mal gucken Ob wir da irgendwas sehen Ne, nicht so wirklich Also hier alles noch Ganz zahnlos aus Also beim Eric Beziehungsweise bei den Oldman Racing Ist es natürlich so Das sind zwar alles kleine Fehler Aber die summieren sich mittlerweile so Ja Dass man in der Klasse doch Gefahr läuft Wirklich nach hinten noch zu fallen Und ja Das ist natürlich dann schade Weil eigentlich die erste Stunde war sehr stark Da waren sie eigentlich Haben wir ja selber gesehen So viel langsamer als das Cantina Bernd Auto waren sie nicht Und das führt momentan in der Klasse Richtig Aber jetzt müssen wir hier mal ran Weil René Weller ist jetzt tatsächlich dran An Robin Frischkopf Und das sieht so aus Als ob er sich jetzt daneben setzt Und jetzt sollte er den Überschuss haben Um an Frischkopf vorbeizukommen Ist auch so Er geht dann auch ganz nach rechts Wo der Robin gar keine Anstalten dazu macht Hier den Windschatten zu setzen Ja 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 man muss natürlich auch sagen Auch da steht sogar noch ein Boxenzucker bei beiden aus Ja Da bin ich auch mal gespannt Wir haben ja gesehen Dass das Modusport for all Äh Der andere Strecken Da haben wir es auch schon Ja genau Robin Frischkopf fährt nämlich gerade rein Diesmal ist es anders rum Richtig Ich denke mal da war der René jetzt vielleicht auch ein bisschen Überrascht Aber deswegen hat auch Robin da gar keine große Gegenwehr mehr gemacht Das würde auch erklären warum er da so wenig dagegen gehalten hat Ja Gut schade jetzt haben wir erstmal kein Duell mehr Eventuell wenn der René dann wieder in der Box war Zum letzten Mal Spannend wird das ganze natürlich jetzt Bei Hannes Schlederer und beim Kimi Kahn Ob das tatsächlich so ist Genau Noch mal Noch zweimal rein müssen Ob der da Also jetzt noch Ob das der Hannes durchfahren kann und Ob der Kimi nochmal rein muss Der Hannes müsste jetzt eigentlich reinkommen Der ist jetzt seit dem letzten Star Wars schon wieder Sieben Runden draußen Gerade in der achten Kimi Kahn war vor zwei Runden drin Bei noch 52 Minuten denke ich mal dass der Hannes wohl durchkommt Aber ob der Erik Äh der Erik sag ich schon Der Jimmy Der Jimmy durchkommt So schnell wie er momentan fährt glaube ich nicht Weil du musst glaube ich mit den Klasse 2 Autos wirklich Du kannst die ganze Runde mehr rausholen Aber dann musst du wirklich langsamer fahren Ja und so wie er den auch ausdreht glaube ich nicht Also da irgendwelche Spritsprache Das halt kritisch äh Mit einem Mit einem Splash & Dash Würde es wahrscheinlich trotzdem reichen für Jimmy Kahn Aber da wir ja die Mindeststandzeit haben Wollte ich gerade sagen Er kann ja halt nicht Er langt das halt eben nicht genau Ja Wenn er die 2 Minuten muss er halt dann drauf rechnen Und die Fährt er definitiv nicht raus Ja Richtig Äh Der Hannes zwar nicht ganz so schnell wie der Jimmy Aber Die Unterschiede sind so klein Dass es nicht wirklich Ja Was bringt Ja Es ist halt 2 Minuten sind 2 Minuten Ich muss natürlich aber auch sagen Dass der Der Hannes deutlich konstanter ist Wenn man sich die Rundenzeiten anschaut Mhm Dass beim Jimmy große Schwankungen drin sind Von 1 bis 3 Sekunden teilweise Und beim Beim Hannes geht es im 10. Bereich Also auch im direkten Duell Äh Spritbereinigt denke ich Dass der Cantina Bandwagen wohl Äh Eine leichte Oberhand hätte Mhm Was aber Ja Jetzt heißen muss Ich meine äh Das war eine gewagte Strategie bei Von 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 Just for Fun Äh Muss man auch erstmal drauf koppeln Dass man sich quasi über die freie Fahrten in Vorsprung rausholt Vielleicht ein bisschen zu früh angesetzt Also Wenn wir zwei Runden später gemacht hätten Wird es vielleicht reichen Wobei Ja Ja Ich sag mal Bei den Autos Die Spritmenge ist nicht so entscheidend Also Äh Zwei Runden Sprit sparen Also mit zwei Runden weniger Sprit fahren Ähm Ich weiß nicht ob das so den Den Vorteil bringt In diesem In dieser ersten Phase Also Ja ich denke auch Äh Natürlich zwischen einem leichten und einem schweren Auto Auch in den Klassen Auch in den Klassen große Zeitunterschiede Aber zwischen einem Auto das 80 oder das 100 Liter drin hat Das wollte ich gerade Das meine ich damit Da ist wirklich total in Grenzen Ja Da hast du vollkommen recht Oft ist es ja so Wenn man sein Renn Setup entwickelt Und immer wieder mit vollen Tanks aus der Box rausfährt Dass das Auto mit vollem Tank oft besser liegt Als wenn es leer ist Mhm Äh Zumindest Ich schau bei meiner Meinen Fahrten Testfahrten immer Dass es eher so ist Dass das Auto Bei 40 bis 60 Prozent So ungefähr am besten liegt Ja Von der Betankung her Weil Ja Die meiste Zeit im Rennen Ist man halt mit Sprit unterwegs So der Kevin Braun ist jetzt in das Braun Deck Auto eingestiegen Ich bin mir gerade mitgeteilt Samtrank 20 Genau Seht in der Klasse So Guck mal mal Ob der Der solide unterwegs Wenn auch nicht ganz so stark wie letztes Mal Guck mal ob der Hannes jetzt reinkommt So Und wenn wir vorhin den Teamchef hatten Und über ihn gelästert haben Können wir jetzt den Robin Frischkopf mal reinholen Hoi Hallo Robin Warte mal Moment Moment Äh Der Hannes hat jetzt hier irgendwie Die Orientierung verloren gehabt kurzzeitig Kommt jetzt auch rein Kommt jetzt auch rein Genau Hi Robin Hallo zusammen Wat ein Déjà vu hier Ja Ja So hast du das Auto noch vor dem René Weller in die Box gebracht Das war glaube ich ein kleiner Überraschungsmoment für den René Ich glaube der hatte nicht damit gerechnet, dass du dann in die Box kamst War das rein strategisch geplant oder war es eine Notwendigkeit Weil jetzt einfach der Sprit alle war also von vornherein so geplant Ne ähm Ähm Ich hatte noch für zwei Runden Sprit aber ich wollte halt den Teamkollegen da den Alex jetzt auch noch fast eine Stunde fahren lassen Ah ok Und so langsam langsam hat sich so eine leichte Müdigkeit eingestellt Ja Ja Auch ein ganz cooler Stint Keine Fehler gemacht oder haben wir auch irgendwas übersehen Ne nur hier und da ganz leicht gerutscht Sonst keine Fehler Hat echt Spaß gemacht Ich war am Anfang der Jäger und nachher war ich da gejagt Also war immer was los Ja Ja hast du uns auch so ein bisschen über die Zeit gerettet hier Mit deinem Fahrstil oder beziehungsweise mit eurem Zweikampf Alles super Ja Ja Wo geht es denn jetzt noch hin? Ich meine wir hatten ja gerade den Jörn da Aber Was meinst du? Macht der Alex das? Ja Ich kenn den Alex eigentlich jetzt seit gut zwei Stunden Ich hab keine Ahnung was er kann Aber ich glaub Ich glaub der schafft das vielleicht ja Wird sich jetzt sehr sehr knapp Mhm Ja Ja Coole Sache also insgesamt Und wie gefällt es dir jetzt so insgesamt auf der Nordschleife Wenn wir uns jetzt mal außerhalb eines Interviews zu hören Eines Sieger Interviews Ja gefällt es mir sehr sehr gut Ich bin sehr froh habe ich diese Liga gefunden Ich war die Nordschleife auf R-Faktor schon seit Seit ich das Spiel hab Sicher tausende von Runden In echt bin ich schon 15 Runden selber gefahren Und es ist einfach das geilste auf der Welt Ja Das ist wohl wahr Nee also Aber du bist nicht mit deinem Mini-Cars da durch die Gegend gerammelt oder die Nordschleife oder? Noch nicht aber das wäre doch mal ein Projekt Da brauchst du aber einen Hubschrauber für die Fernsteuerung oder? Ja vielleicht mit dem Auto das hinten nachfährt Also solche Sachen wurden schon übernommen Und ich denke die Zeit die der Walter Röhrl da mit dem Traktor gemacht hat Die unterbieten wir locker Okay Ja coole Sache Und ja Kanntest du den Jörn schon länger oder hat sich das jetzt erst so ergeben hier? Nee denn Jörn kannte ich seit Seit 2-3 Monaten oder nicht mal aus der Sprint Cup DTM Serie Ja Dann hatte ich mich hier mal gefunden in der VLN Und wollte mal schauen ob jemand noch einen Fahrer sucht Am gleichen Tag macht der Jörn hier ein Thema auf Melde den Team an Und dann habe ich mich gleich beim Jörn gemeldet Hallo Jörn, bin dabei Ja coole Sache Schön, dass man dich hier Oder außerhalb der RSA sieht Also das ist schon mal eine klasse Geschichte Und ich meine Ich zeig es ja auch hier Dass es jetzt in der RSA keine Ausnahme ist Oder dass die dort alle so schwach sind Dass du da vorne wegfahren kannst Aber du behauptest dich auch hier sehr gut Weil Renuella gehört ganz klar mit So den Top Leuten Und ja coole Nummer was du da gebracht hast Also drück mir dem mal die Daumen, dass das so bleibt Ja ich habe mich jetzt hier einfach reingedrängt Weil eigentlich hat der Marcel Ja Ja kein Problem Den das mitbekommen Ja Marcel wenn du noch was hast Dann mach mal weiter Ich habe jetzt natürlich nicht alles mitbekommen Weil jetzt auch ich mal die Chance genutzt habe Schon mal was zu trinken zu holen Aber Ja was ich auf jeden Fall Ja gerne wiederhole ist Dass es einfach klasse ist Dass auch ein Team mit RACE das einfach später einsteigt Ja zeigt dass man trotzdem von Anfang an mitfahren kann vorne Und das auch nicht nur einrennen Sondern eigentlich die ganze Zeit Und ich meine Motorsport for all Das sind ja auch keine Nasenbohrer Einzige was wir natürlich hoffen ist Dass ihr uns weiter so tolle Zweikämpfe zeigt Und denen das so fair abläuft Weil das glaube ich auch eine tolle Außenwirkung Nicht nur für die Serie sondern auch für eure Teams hat Dass man eben Wenn man ein Auto von euch auf der Strecke sieht Und weiß okay Bei denen muss ich keine Angst haben Dass ich irgendwie gleich Einen Frontscheinwerfer bei mir im Cockpit habe Also Ja einfach nochmal Ja Respekt für das was ihr da macht Und dass Ja das ja zeigt dass man auch Wenn mal wieder ein Platz in der Serie frei wird Dass man sich da gerne bewerben kann Weil eben Ja man kann auch als Späteinsteiger eine Chance haben Da vorne mit zu wollen Ja auf jeden Fall Also macht riesen riesen Spass Am Anfang hatte ich ja meine Zweifel Weil mir da so 20 Sekunden gefehlt haben Aber irgendwann hatte ich diesen BMW Hecksprung hier raus Ja den kenne ich Also ist schon ein sehr spezielles Auto Und immer wenn ich von einer anderen Liga hier umsteige Da brauche ich erstmal eine Stunde bis das wieder geht Aber dann geht's Ich frage mich halt einfach wie der Michael Beutigam diese Fabelzeiten hinkriegt Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen Ist echt echt toll Ob der Lutz dich gefragt hat Was du zur Liga Beutigam sagst Wie geht das? Also ich habe es auch versucht mit die Zähne ausgewissen Ja ich habe natürlich in der MSA gelesen Dass er da regelmässig den Rennsportpsychologen besucht Und äh Ich denke da sehen wir alle alt aus Der ist auch schon echt DTM gefahren und so weiter Ist ja echt spannend immer wieder Sachen von ihm zu lesen Und äh Ja ist toll hier gegen ihn zu fahren Also hinter ihm zu fahren Man hofft natürlich immer dass sein Riesenspeed zu einem Fehler führt So wie das letztes Mal war Aber eben Sein Riesenspeed in der Warmup-Runde Ja und später war er glaube ich beim Schwedenkreuz Dann endgültig in die Mauer Ja mal schauen Okay jetzt ist ja quasi Halbzeit der Saison Und was malt ihr euch aus bis zum Schluss? Äh Ich weiß nicht ob ich da für den Teamchef sprechen kann Aber ich selber ich nehme das wie es kommt Wir geben uns ein Bestes Und wenn ich keine Fehler mache bin ich zufrieden Egal wo ich lande Und äh Ich hoffe dass die Teilnahme im 24h-Rennen gelingt Und dass wir vielleicht dafür noch einen oder zwei Fahrer Äh Irgendwie auflesen können Vielleicht auch jemand von der RSA Genau Ja gut, sind noch irgendwelche Fragen? Nee, 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 nee Achso, nee der Robin ist ja glaube ich auch bei mir schon mal ein Langstreckenrennen gefahren Das war schon eine Weile her Aber ähm Nichtsdestotrotz ähm Ich wollte gerade beleidigt sein Dass sie dann jetzt hier fährst und bei mir nicht Aber ähm Nein, Quatsch Ähm Ja, gucken wir mal Also momentan ist gerade ein großes Potenzial auf Sinnesinger Org frei geworden Also ich könnte mir vorstellen, dass das hier durchaus Auswirkungen hat, wenn wir das nochmal bekannt geben Und äh Das will ich aber erst noch mit der Leitung hier absprechen, ob das überhaupt gewollt ist Und durchaus dazu führen, dass man dann Und Der hat Oft Mit Mehr Problemen als wenn man zu wenig hätte Und ähm Ja Robin, also ich denke mal Das ist schön, dass man dich hier hat Und ähm Ja, gucken wir mal Am Ende ist Und ob wir uns heute nochmal hören Jo Ich hoffe es auch Und ich geh da mal duschen in der Zwischenzeit Alles klar Das war ja Okay Klasse Viel Spaß So Der Andreas Schröder hat sich zumindest erstmal jetzt aus der Klasse wieder rausgerundet Völlig an unserer Kamera vorbei und Ja, weil man einfach auch nicht hinschaut, wenn so ein Kevin Maas mal wieder Klar die Klasse anführt Ja Ist aber an uns ein bisschen vorbeigegangen, dass das Auto mittlerweile auch wieder irgendwie böse ausschaut Ja, das ist auch der Abstand Also äh Gut ähm Hab jetzt nicht so wirklich was gesehen, was da passiert sein könnte Aber der Abstand von diesen 20, 25 Sekunden Der ist eigentlich Seit dem Boxenstopp Habe ich da keine Größe und Schwankungen gesehen Also Keine Ahnung, ob der Kevin da jetzt nochmal schon mehr Vorsprung hatte und Jetzt wieder durch irgendein Manöver eingebüßt hat Ja, vor allem muss man sagen Äh, und das obwohl der Steve Grumpelt der jetzt im Verfolgerauto sitzt Äh, gut und ja Der mal im Schnitt 6 Sekunden langsamer ist, als das der Felix Heiden vorher war Ähm Ja Ja Wenn dann der Abstand gleich groß bleibt, dann spricht das schon dafür, dass der Kevin natürlich zum einen Speed rausgenommen hat, zum anderen aber auch Äh Ich mein, man sieht das Auto Ja, ja Keine Frage, also Wenn man hinschaltet sieht man's Warte mal, tun wir mal gerade eben Jesus Gott Ja Ja, also Mit der Lackierung vielleicht auch nicht mal so einfach zu erkennen, aber Ja, also ich sehe hier gar nichts, muss ich ganz ehrlich gestehen in meinem Pixelmonitor Aber Gut, ähm Jedenfalls war die letzte Runde 10 Sekunden langsamer als seine beste Was nicht unbedingt jetzt auf den Fehler schließen lassen muss Aber Ja Ja Kostet natürlich auch viel Zeit, das ist klar Ja Aber Es sind definitiv Beschädigungen im Auto Ja, ganz erstaunlich, dass wir nach äh Fast zweieinhalb Stunden Immer noch vier Klasse 1 Autos vorne haben Ja Normalerweise zu dem Zeitpunkt eigentlich nur noch maximal zwei da vorne übrig Ja gut, es sind aber auch nicht allzu viele Oder ist überhaupt ein Klasse 1 Auto ausgefallen bisher? Äh Zwei Stück glaube ich Nein, drei sogar Oh Okay Ja, ich glaube in den Rennen, die ich mit moderiert habe Waren's glaube mehr Von einem relativ frühen Zeitpunkt Sodass da eigentlich nur noch drei oder vier Relativ zeitig waren Ich bin erstauntlich über den Joris Schäbwart Weil der letztes Rennen so eine So eine Klasse konstante Leistung gezeigt hat Die Rennen zeigt er heute zwar irgendwo auch Aber Nicht so schnell, ja Fast zehn Sekunden langsam mal letztes Mal Ja, vielleicht hat es ja tatsächlich mit den Gripwerten zu tun Auf der anderen Seite spricht natürlich dagegen, dass Kevin Maas nach wie vor seine Rundenzeiten fährt Ja, man weiß es nicht Also Er ist ja nicht der Einzige, der deutlich langsamer ist als sonst Genau, ja, wie du schon sagst Ähm Robert Goetheke, der war schon bei seinem letzten Boxenstopp, der eigentlich führende in der Klasse 3 ist, jetzt momentan dritter Ich habe mich grad schon gewundert, warum er hinter dem Dirk Ossenberg für gt1.de ist Aber Der war noch nicht drin Kannst du mal schauen, wann der Jimmy reinkommen müsste? Wann der zuletzt drin war In der Runde Also er ist jetzt seit dem Stopp drei Runden gefahren Seine bisherigen sind es immer genau sechs Runden lang Ja, gut 24 Minuten Also wenn er seine Sins versprechen kann, wie der Hahn ist, dann kommt er eigentlich durch Ja, es könnte sich ausgehen Tatsächlich Der Abstand zwischen den beiden hat sich im Übrigen überhaupt nicht wirklich verändert Es sind genauso eine Minute 10 wie vorher Zumindest im Gesamt-Timing Ja, Fakt ist, wenn er nochmal reinkommen muss, hat er es verloren Gegen Hannes Der Hannes-Schlöderer wird durchfahren, da bin ich mir ziemlich sicher Ja, das auf jeden Fall, der war ja erst vor einer Runde drin Ja Da natürlich dann quasi der umgekehrte Effekt Man kann auch keinen kurzen Stopp am Schluss jetzt machen, sondern man steht genauso zwei Minuten Auch wenn man nur, ja, für vier Runden tankt oder für fünf Ja, es macht schon Sinn, die Strategie so auszurichten, dass man zum letzten Boxenstopp Ja, den so timet, dass man wirklich mit einer Tankfüllung dann zu Ende fährt Ja, also quasi das Rennen von hinten berechnet Ja, richtig Und möglichst leicht losfährt, weil da muss man nicht groß zwei Minuten stehen zum Tanken Sondern fährt in seine Aufwärmrunde und fertig Und hat am Anfang vielleicht den Vorteil von einem leichteren Auto, sofern man es dann nicht übertreibt Ja Ja, es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wo man steht Also wenn man dann schon am Anfang seiner Klasse steht Wobei es dann natürlich die Klassen eins und drei etwas einfacher haben, weil vor denen fährt halt niemand Aber... Ja Ja Da wird man sehen Wollen wir mal gucken, wie es sich ausgeht mit den beiden Das ist jedenfalls so unser Fernduell, was wir hier haben Sofern Wir mit unserer Vermutung recht haben, dass der Chemikan nochmal reinkommen muss Wobei wir das ja jetzt auch nicht mehr wirklich vermuten So Also es fehlt noch eine Möglichkeit, aber Kann sich genauso gut ausgehen Schreibt aber auch keiner was da drüber Okay, ähm Platz 15 Mittlerweile Neues Gesicht im Auto Erik Payer ist jetzt raus Und äh Ich weiß nicht, was der Rucker oder Roger Ja, also normalerweise ist es Roger Ähm Weil der Name kommt aus dem Englischen Es gab Auch in den 60ern, das war so Roger Moore Zeiten Wo die dann auf einmal alle Roger hießen Da gab es natürlich ein paar Deutsche, die Mit dem Namen Roger nichts anfangen konnten und die dann Roger sagten Aber... Ich glaube schon Roger Okay, also der Herr Makut ist auf jeden Fall Genau Mach mal so Und Ja, der hat das Auto übernommen mit Erik Payer Äh Nachdem der Frank Heinen ja nicht fahren konnte Das wissen wir ja mittlerweile Und Ja, beim Erik war das wohl eine ziemliche Hauruck-Aktion Mit Lenkrad aufbauen, weil es eigentlich nicht geplant war Mhm Und kurzfristig ins Auto einsteigen Ähm Entschuldigt vielleicht auch so ein bisschen, dass da die ein oder andere Stelle mehr drin ist Und Ja Und Also beim Frank Heinen hat es wohl irgendwie einfach mit dem R-Faktor und dem Server-Join ja nicht funktioniert Äh Also es gibt tatsächlich einen Bug Ähm Für das auch nicht wirklich irgendeine Lösung gibt Dass man Äh, ständig einen Joint Timeout bekommt Und ähm Da hilft Kein Router-Reset Keine neue IP-Adresse Oder Wechsel Der, der PLR Also Anderer Fahrername Andere Unique-ID Oder was auch immer Das hilft alles nicht Ähm Man muss es dann versuchen und versuchen Irgendwann klappt's dann Aber Ähm Ob es jetzt das war Oder ob er den Server grundsätzlich nicht gefunden hat Ähm Ich kann mir das nicht vorstellen Weil wenn man einen per IP joint Dann Findet man ihn Wenn man eine Internetverbindung hat Also ganz Ganz verstehe ich es mal nicht Ich glaube aber ja, dass das Problem da irgendwo Wenn dann eher lokal liegen muss Weil Ähm Ich hab selten einen Auch wenn's vielleicht jetzt nicht der leistungsfähigste Server ist Aber selten einen Server, den man so leicht in der Liste auch findet Wie, wie den jetzt Ähm Kann natürlich sein, dass da irgendwas verstellt ist an der Multiplayer-ini oder was Ich weiß es nicht So, wir haben jetzt da oben ein K-Braun-S-Deck-Leppi Ähm Im Warteraum Da hab ich schon die Anfrage, aber Ja, ich hoffe Da weiß ich noch nicht genau, wer von beiden das jetzt ist Ja, das werden wir gleich erfahren, wenn man reinkommt, oder? Ja 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 Man fragt sich nur, wer fährt Entweder haben sie beide hinten gesessen, oder Naja Äh, nö, dann Äh, wer auch immer da jetzt ist Ich Könnte mir vorstellen, dass Einer der Herren braun ist Dann mal, wenn der Sebastian jetzt fährt Dann mal rein hier Da ist er Da ist er Wen haben wir denn da? Ich bin Sebastian Ach, Mensch Den Siebi Ja, moin, Jung Na, wie ist es dir hier? Ja, ganz schön Ähm Macht er wieder eine Lahnparty da, oder wie sieht's aus? Ja, genau Ja, ja, ja Wie viele Pizzen sind schon weg? Heute noch keine Ach was Gehen 20 Stunden nenne Okay, ja Ja, Sebastian Äh, gar nicht mal so schlecht eure Vorstellung hier Reden Könnte besser sein Ey, ich hab euch nicht gelobt, ne Also ist jetzt ein Insider Ja, ist okay, gut Aber Naja, ich sag mal so, ähm Also Gut, jetzt, also wenn Zumindest die erste Hälfte war doch mehr als zufriedenstellend, oder? Ähm Nicht ganz, also Na, erzähl mal Lass dir mal nicht jedes Wort aus der Nase ziehen Ja, wollte gerade anfangen Hehehe Also, ähm Das Auto an sich liegt Für die Verhältnisse vom Audi ganz in Ordnung Äh, wir konnten die selben Zeiten Oder sogar, äh Im Training war es zumindest so Ein bisschen schneller fahren als im ersten Lauf Aber so wie es aussieht, äh Haben wir gegen die BMWs und auch den Volvo keine Chance Äh, also die Die sind so schnell an uns rangekommen An uns vorbei und haben uns einfach davon gezogen Da haben wir einfach keine Chance irgendwie Gegen zu halten oder dann dran zu bleiben Also, äh Ich hatte da im ersten Rennen schon irgendwie das Gefühl, dass das ganz eng wird Wobei es dann am Ende ja deutlich anders ausgesehen hat, äh Da konnte man dann nicht wirklich sagen, dass wir keine Chance hatten Aber Hier sieht es momentan leider wirklich so aus, dass der Audi, äh Etwas unterlegen ist Ähm Und wir wissen auch einfach nicht mehr, was wir an dem Setup noch angestehen können Wir haben so viel rumprobiert Über die ganzen Wochen immer wieder was verändert eingestellt Und so Am Ende sind noch zwei Sekunden auf die schnellste Runde rausgesprungen Aber, äh Wirklich Viel verändert In Richtung Schnelle hat sich da leider nicht mehr Ähm Ähm Es ist sonst, äh, von der Konstanz her Ich habe einen kleinen Fehler gehabt Den mal kurz, äh, an der Leitplanke Hängen geblieben Hab die Beifahrertür leider etwas eingefälscht Aber ansonsten war von der Konstanz her Was, zeitlich ganz in Ordnung Die Zeit waren Konstanz haben zwar ein paar Schwanken drin gehabt Und zwar mit dem Reifenverschleiß, so Hat halt so an sich, äh, äh, Kevin fährt dann jetzt noch mal gucken, wo es dann am Ende rauskommt Aber das, ja Hätte eventuell noch ein bisschen besser sein können Hatte du nach dem Callify-ing ein bisschen mehr erwartet, weil da war der ja eigentlich Ziemlich so was in auf Platz, äh, 2 Ja, das war, äh, also War, äh, durch die Setup-Veränderung noch ein bisschen schneller als beim ersten Lauf Aber, wenn man da sieht, dass der Volvo da, äh, doch noch auf eine Runde in sechs, sechseinhalb Sekunden raus holt Ich weiß einfach nicht, wo, äh, äh Ja, da seid ihr doch nicht die Einzigen, was den Micha Bräutigam betrifft Also das kannst, musst du nicht zwingend aufs Auto zurückführen Das ist bekannt Ja, also ich denke mal, fahrt ihr mal euer Ding Ich meine, ich kenne euch ja nur lang genug Und, ähm, ich glaube, dass ihr schon das Zeug dazu habt Zumindest aufs Podest zu fahren, also, ähm, da macht ihr mal nicht so wahnsinnig viele Gedanken Also, Michael Bräutigam kann man sich als Maßstab nehmen, um schneller zu werden Aber nicht unbedingt, um schneller zu sein Als Bräutigam selbst Das ist ganz, das wäre so, als würdest du sagen Bei, bei Ork, äh, wir machen jetzt den Händeln nass So ungefähr Also das ist ungefähr vergleichbar Ähm Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, ähm, Marcel, ich hab jetzt hier mal umgeschaltet Und zwar auf den Jens Ledwig Ähm, der liegt jetzt auf Platz 3, hinter Dirk Ossenberg Hast du da irgendwas mitbekommen? Also, er fährt jetzt wieder ran, aber Boxenstopp bekommen, oder gab's da irgendein Problem? Also, mittlerweile fährt er gute 11 Sekunden im Schnitt langsamer als vor den Problemen Mhm Äh, er war wohl auch nochmal drin, weil Zwischenzeitlich hat vorne am Auto alles gefehlt Da waren eigentlich nur noch Scheinwerfer und Kühlergrill dran Äh, jetzt ist das Auto schaut wieder aus wie neu, also ich schätze mal, dass er da hat was machen lassen Okay Und, dass das jetzt wirklich dann ein reales Duell quasi ist, weil er hatte ja eine gute Minute Vorsprung Wenn jetzt sogar mehr, aber mit der Mindeststoppzeit würde mich das jetzt auch wundern Also zumindest ist er jetzt wieder dran, am Dirk Ossenberg und äh, wird da wohl jetzt auch gleich vorbeigehen, weil das, als ich umgeschaltet hab, waren's da noch irgendwie 2 Sekunden, jetzt ist er direkt dran Gut, dann warten wir mal auf das Überholmanöver, weil er bleibt auf den beiden, also ihr werdet's ja sehen, wenn er da vorbeikommt Ja, das passiert jetzt schon Da macht der Türke lieber, geht da lieber durchs Gipsbett War eher unspektakulär, aber gut Ja, äh, Sebastian, auf alle Fälle fühlst dich wohl hier? Ja, das auf alle Fälle, das macht mega noch in den Nordschleifen, das ist das allerbeste Ja, das ist sowieso klar Oh, naja, da war ich ja dann auch notfalls noch im Nordschleifenrennen berauben, habt ihr hier einen Ersatz, das ist schön Und ich freu mich über jeden, den ich hier wieder sehe, oder wie auch immer, man kennt's fast alle logischerweise, aber es ist schon, oh Also das war nicht unbedingt die, du beide nicht unbedingt den Vorteil hast, dass der Ersatz in der Runde völlig umführende Brechung ist Ja, ne, war völlig okay Ja, wie gesagt, ähm, Sebastian, also ich drück dir die Daumen in deinem Team, deinen Leuten und ja, vielleicht sehen wir dann ja hier mal in irgendeinem längeren Rennen dann mal wieder ein paar Bilder von euch, ne? Das auf jeden Fall Alles klar Ja, dann für die restlichen 24 Minuten viel, viel Glück und, äh, toi 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 für alles, was hier noch kommt Dankeschön Genau So Also, ich muss dazu sagen, dieser Insider vorhin, mit dem wir haben mich nicht gelobt, ähm, die haben sich halt bei Simmerizing.org in der Multi-League, haben die sich von Rennen zu Rennen gesteigert Und immer besser geworden Und, ähm, und dann haben wir sie gelobt und prompt, ja, am Disconnect und, äh, Strafzeit und, äh, ja, sehr, sehr viele Probleme dann in dem Rennen Und dann hieß es, wir sollen sie nicht so sehr loben Weil dann passiert immer was Ja, seitdem ist das so ein kleiner Running Gag Und, ähm, ähm, naja So, okay So, okay, das haben wir jetzt hier auch hinter uns gebracht Nach wie vor Jetzt so, dass der Johannes Flederer wieder auf 6 fährt Auf Gesamtrang 6 Also, zwischenzeitlich war es so, dass, ähm, er auf 7 fuhr Und, ich denke mal, das ist jetzt durch den Boxenstopp passiert von dem Andreas Schröder Ähm, und er hat ungefähr 10 Sekunden gut gemacht auf den Jimmy Kahn Ja, genau Das ist das, was mich jetzt so ein bisschen Ja, es war, also, nach dem Boxenstopp waren es 66 Sekunden Hatte ich, das hatte ich mir gemerkt Und jetzt sind wir bei 54, also sind es 12 Sekunden, die er bis jetzt gut gemacht hat Und wenn wir dann mal so schauen Allein in der letzten Runde 5 Sekunden Also, entweder wird der Herr Kahn da ein bisschen unkonzentrierter vorne Oder er hat massive Probleme mit seinem Auto Also, je nachdem, wie viel Sprit er dann auch, das wissen wir jetzt eben halt nicht Wie viel Sprit der Jimmy bei seinem letzten Stopp hat nachtanken lassen Ob er wirklich voll gemacht hat oder Um ein leichteres Auto zu haben, eben nicht vollgetankt hat Äh, wir haben noch 20 Minuten, je nachdem, wo der Führende ist, wenn er in seiner letzte Runde geht Kann es, wenn es blöd läuft, für so ein Auto bis zu, ja, fast zwei Runden mehr werden Und dann wird es mit der Spritmenge dann halt auch wieder knapp Richtig, richtig Das ist jetzt die Frage, spart er da so massiv? Weil er ist schon teilweise, in manche Kurven rollt er ja fast schon rein Ja Also, ich glaube schon, dass er versucht, über die Distanz zu kommen Und ohne Boxenstopp Ich meine, so oder so Er verliert das Ding, nur wenn er mit Spritmangel ausrollt Dann wird es nicht nur einen Platz weniger Und dann geht es weiter zurück Weil da sind noch sehr, sehr viele aus der Klasse mit ihm in einer Runde Und ähm Ja, das könnte... Ja, wir kennen auch den Kevin Maas, der fährt auch mal 10 Sekunden vor Ablauf der Session noch Ja, 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 genau Und wenn er dann gerade kurz davor ist, dann muss er noch zwei Runden mehr fangen Also... Ja Ja, ich glaube, der René Vela konnte ein Lied von singen War's der René? Ja, ich glaube, ne? Da stehen sie Ja, genau Das ist dann auch so eine Geschichte eben Mhm So den müssen wir allerdings sagen Der Abstand auf Drace ist riesig geworden Ich weiß nicht, ob die... Aber was haben wir reparieren lassen an der Box Aber das ist mittlerweile gewaltig Ähm Da ist der eine schon Mit dem ersten Sektor fertig Dann fährt der andere erst auf die Nordschleife drauf Und... Die waren aber beide schon drin Die Boxenstopp-Runde beim René Vela, die hat einfach mal eine Minute länger gedauert Also... Ich schätze mal, dass der da was hat reparieren lassen Er kann eigentlich nicht anders sein Er fängt auch hinter... Ähm... Mark Herzig fest Auf der anderen Seite fährt auch der Alex Becker sehr gute Zeiten 9.31 Also da kann man nicht wirklich meckern Ja, das ist ungefähr auf dem seltenen Level wie seine Teamkollegen vorher Ja Er war ja der Robin sagt, er erkennt ihn erst sehr kurz und ähm... Kann das nicht einschätzen wie er drauf ist, aber... Das ist top Und da kommt ja noch die Schwierigkeit dazu Der war... Anscheinend der... Alexander Becker ist... Sein Comeback nach vier Monaten Man kennt sich kaum Und dann muss man ja auch noch ein Setup haben, dass beide mögen Ja... Äh... Der... 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 Wir haben ja auch schon gesagt, der René Weller ist ja jetzt auch kein Nase und Ohr Also... Oh wei... Also... Beschädigungen hab ich an dem... Motorsport for All Auto eigentlich vor dem Boxenstop keine gesehen So... Irgendwie... Jens Lidwig... Tut sich ja arg schwer Mit Dirk Ossenberg Eigentlich war er schon so gut wie vorbei Oh ne, er war vorbei, haben wir ja gesehen Der Dirk hat ihm da schön Platz gemacht durchs Kiesbett Aber jetzt ist er wieder dahinter Mein größter Wunsch wäre es, dass man R-Faktor mehrfach auf einem PC ausführen kann So dass wir hier viele viele Monitor hätten, wo wir fixe Kameras installieren können Und uns das in aller Ruhe anschauen können Wo hier was passiert Am besten pro Auto ein Monitor Wahrscheinlich verliert man dann ab einer gewissen Anzahl auch den Überblick Oder... Man hat dann zu viele Regieassistenten oder... Die dann... Sagen... Hier ist jetzt... Und dann geht man dahin Und das ist natürlich immer... Unseren recht begrenzten Möglichkeiten sehr schwierig Hier... Bei allen Situationen, die zeigenswert wären Möchte ich ja... Sehen... Also das muss man uns einfach nachsehen Ein relativ praktisches... Ich meine... Gespaltene Meinung zu der Simulation gibt es genug Da möchte ich mich jetzt auch gar nicht darauf einlassen, weil das nicht das Thema hier ist Aber... Ähm... Ein relativ praktisches Feature, das eben die Wiederholungsfunktion von iRacing bietet Ist zum Beispiel diese... Auswahlmöglichkeit, dass sich die Kamera auf Zweikämpfe, auf die Führenden oder auf... Ähm... Drehunfälle konzentrieren soll So eine ähnliche Funktion wäre für Airfactor vielleicht gar nicht so blöd So eine Funktion habe ich tatsächlich Ähm... Die hat auch der Ari Mendenbach programmiert Ähm... Das Problem ist... Also da kannst du dann über... Ähm... Eine Webseite kannst du die Fahrzeuge entweder per Hand anwählen Oder... Kannst einstellen, ab wann ein Duell ein Duell ist Also ab wieviel Abstand Das kann... Gibt es tatsächlich Das Problem ist, das arbeitet halt nur mit dem Rejoin Plugin zusammen Und ähm... Ähm... Ja... Das ist halt... Und man muss relativ viel einstellen vorher Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn man... Zum Beispiel diese... Ab wann ist ein Zweikampf an Zweikampf Regelung Die Kamera dann automatisch immer das nächstbeste sucht Dass man dann viel hin und her wechselt Ohne dass man zu sehen Ja, diese Sache war halt dafür gedacht Das gibt's ja auch bei Live4Speed, ne? Diesen TV Director Ähm... Da passiert's dann halt auch, dass dieses Ding mal eine halbe Stunde grüne Wiese zeigt Ja, das ist halt einfach so Und ähm... Diese Funktion war tatsächlich... Oder dieses Tool hat der Achim gemacht für die 24 Stunden Rennen Äh... Wenn halt... Weil mir passiert's halt immer wieder Dass ich ganz viele Leute habe, die mit mir zusammen moderieren wollen Die aber alle um 11 ins Bett wollen und früh morgens um 8 wiederkommen Oh! 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 Das war der... Das war das... äh... GT1 Auto, oder? Von Dirk Ossenberg? Ne, ne, ne... Das... Das... Ja, Dirk Ossenberg, genau Glaub ich Ja, den habe ich gerade gefunden, weil... Aber das sieht jetzt nicht so aus Gucken wir mal... Doch, das ist er hier Mir flieh... Oh... Alter Schwede! Hat er den... Den Felix Heinen wirklich bloß um... Ja... Paar Zentimeter verpasst? Ja... Aber... Alles gut gegangen Im Übrigen, wie wir jetzt dann auch wissen, wie der im Auto sitzt und äh... Auf dem Kevin Maas nur noch 21 Sekunden Rückstand hat Ja gut, der Kevin kontrolliert das jetzt, also da bin ich mir ziemlich sicher, der macht da jetzt keinen Wilden mehr Ne, also wie gesagt, dieses Tool ist ähm... Schon... Also man kann schon sagen, äh... Aber wenn man sitzt dann halt, äh... Was weiß ich... In einem Zweikampf, den man gerade zeigen will, und da gibt's irgendwo auf der Strecke einen anderen Zweikampf und dieses Tool schaltet dann einfach um... Ja, also... Man kann es aber, wie gesagt, von Automatik auf Hand umstellen, und äh... Also es ist schon benutzbar, aber nicht halt in solchen, ich sag mal, in Rennen, die unter 6 Stunden sind... Ja, also da macht's einfach keinen Sinn... Ähm... Nachdem das bei anderen Simulationen auch nicht zu 100% funktioniert, das ist halt wirklich eine sehr, sehr schwierige Funktion Halt in irgendeiner Form definiert werden muss, was ist, wann ist wirklich ein Duell, ein enges Duell, ein zeigenswertes Duell Das ist halt... Und was hat Priorität, wenn's mehrere gibt? Also das ist eigentlich das größte Problem Ähm... Ist es dann die Position oder die Anzahl der Fahrzeuge, die in diesem Duell oder... Dreikampf oder wie auch immer verwickelt sind Also das ist sehr, sehr schwierig zu sagen Und äh... Deswegen hab ich das bisher erst einmal eingesetzt Äh... Wenn ich dann halt... Mal in der Nacht wieder alleine gelassen wurde und dann auch keinen Bock mehr hatte Ähm... Aber... Wie gesagt, das ist ähm... Ja, sicherlich natürlich ein... Ein Thema, wo man... Ja... Wo es verschiedene Lösungsansätze auch gibt oder Ideen oder Meinungen auch dazu, ob das automatisiert wird, ob alles denn so toll wäre... Ne, also eine Multi-Monitor-Lösung Das wäre halt wirklich, dass man wenigstens, äh... Weiß ich nicht, drei oder vier Monitore hat, wo man fixe Kameras hinstellen kann Ne... Also das wäre wirklich das Optimum Man... Gut, auf einer Nordschleife wird's dann immer schwierig, das wird aber auch mit acht oder zwölf Monitoren schwierig Ähm... Aber dass man halt solche Sachen halt, äh... Auf einer normalen Rennstrecke, dass man da drei verschiedene fixe Kameras positioniert Einem vierten das eigentliche Bild zeigt Und dann halt im Broadcaster diese Szenen so einstellt und dann halt umschaltet, wenn das so ist Und das wäre natürlich das Optimum, dass man sowas ähnliches wie einen kleinen Videomixer hätte Der das halt auch bringt Und man kann das natürlich mit mehreren PCs machen Über einen Videomixer dann auf einen Broadcast-PC Das würde schon auch funktionieren, aber der Aufwand ist natürlich gigantisch Also allein der Technikeinsatz ist ja schon, äh... Ach ja, vier PCs, vier Monitore, ähm... Von der Internetverbindung mal ganz abgesehen und 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 Also... Das ist alles, ähm... Das sind Wunschträume Das wird uns so schnell nicht passieren Wenn das Ganze mal hier äh... Professioneller wird mit der Broadcasterei äh... kommerziell wird, dann könnte ich mir vorstellen Während wird es auch Spielehersteller geben, die sich darüber im Kopf zerbrechen, wie man das realisieren kann Ja, mittlerweile dann, äh... im Bild der... der Andreas Schröder mal zum... zum Ränggeschehen zurückzukommen Ja Da sind's ähm noch... äh... ja... Knappe 3,8 Sekunden hat der Rückstand auf den Hannes Pflederer Ähm... das ist eigentlich auch, äh... ja... ziemlich schnell auf einmal ziemlich eng geworden Das ist wohl... richtig Man muss auch sagen, der Andreas Schröder, der fährt halt einfach auch mal... ja... 3,4 Sekunden schneller Ja, 5 Sekunden der letzten Runde ist schneller Ach ne, Quatsch Bei einer Bestlab Falsch geguckt Ja, der Felix Heinen ist jetzt vorhin die... die beste Runde des Fahrzeugs gefahren Mit einer 8,27 Äh... der pusht auf jeden Fall nochmal, auch wenn es dafür jetzt vielleicht ein bisschen zu spät ist Weil, ähm... ähm... Also ich könnte mir vorstellen, wenn's... Also ich könnte mir vorstellen, wenn's... Dann... äh... wäre das vielleicht eine andere Geschichte gewesen Gerade weil halt das Auto von Kevin Maas wieder nicht im optimalen Zustand jetzt gerade ist Ja Äh... ja... Ich hab nochmal, ob der... Andreas Schröder den Hannes noch kriegt Äh... der Vorsprung schmilzt kontinuierlich Kommt so ein bisschen aus dem Nichts, also muss ich zugeben, ist komplett an mir vorbeigegangen vor lauter... äh... Jimmy Kahn gegen Hannes Pfledere Ja, ich hatte aber eben noch gesagt, also der Andreas Schröder hat sich jetzt erstmal in die Klasse zurückgerundet Weil es an dem Robert-Göte, glaube ich, vorbei war Aber dass er so dicht an dem Mann des Pfledere dran ist, das hab ich auch nicht mitbekommen Jimmy Kahn ist jetzt in seiner siebten Runde in dem Stint Ja Äh... Sollten wir noch zwei Runden fahren, wird's eng Naja, ich sag mal so... also die und noch einer auf alle Fälle Ja Ja, und... ja, genau Also gucken wir mal ganz kurz, wo der... Und nachdem wo der Flügel dann ist, kann's blöderweise sogar noch eine mehr werden Naja... Bei Hannes reicht der Sprit auf jeden Fall Der fährt die zu Ende und noch eine Also wir haben jetzt noch 8.45 Uhr rechts zur Eiszeit Und ähm... ja... also das... wird... und er ist jetzt ungefähr... ja, er hat jetzt gleich... Naja, gleich die Döttinger Höhe, also er ist am dritten Anfang des dritten Sektors jetzt Also... Nach der nächsten Runde, oder während der nächsten Runde wird die Rennzeit ablaufen Da haben wir da nichts dran ändern können Aber nichtsdestotrotz wird das eng, weil wenn der jetzt in seine 8. Runde... wenn er 8 Runden fahren kann Wenn er das Ding wirklich vollgeknallt hat, dann kann die 8 Runden gehen Dann kann's reichen Ja... Gehen wir mal hier zu den beiden hin Ja... Weil das ist natürlich so das, was man sich am Ende eines solchen Rennens wünscht Einen richtig schönen, closen... Zweikampf Halt hier Um... Doch vordere Position Also hier geht's um Platz 2 der Klasse Ja... Seitdem der Jimmy Kahn... Bitte? Seitdem der Jimmy Kahn schafft's nicht... Dann geht's um Sieg Dann geht's um Sieg, Kerl Also wir werden das... Wir können das im Prinzip jetzt sehen bei der Zieldurchfahrt jetzt vom Jimmy Ob er... Wenn er da nicht reinkommt, dann muss es passen Nein, der ist jetzt mal gerade so auf der Hälfte Noch nicht mal ganz Mitte 2. Sektor Und ähm... Ja, so ziemlich Also er hat auf jeden Fall viel Speed rausgenommen Weil äh... Erstens sind diese 38er-Zeiten gefahren Jetzt sind's 44 bis 47er Äh... Das ist schon große Zeitunterschied Ob er aber nicht vielleicht wirklich doch versucht äh... Das einfach über die... Das heißt das Prinzip sparen zu... Zu... zu retten Ja, ja... Also i... Ja, also... Wenn's nicht klappt, dann waren sie einfach wirklich mit Eine Runde zu früh drin Ja... Oder einfach in der... In der Warm-Up-Runde äh... Zu viel Sprit verballert Ja... Auch da kann man... Kann's jetzt nur für die Klasse 4 sagen, aber... Je nachdem wie man diese... Diese Warm-Up-Runde fährt, das sind bis zu 6 Liter unterschied Ja... Bei so nem Rundenverbrauch von 10, 11 Liter ist das schon viel... Also... Kann die halbe Runde mehr sein, die man braucht? Ja... Genau... Ja... Ich denke mal das hier wird sich jetzt hier... In der Runde entscheiden... Wenn der Andreas Schröder schlau ist... Ich fährt da so weit ran, dass er... Eingangs der Döttinger Höhe dann wirklich auf... Plag-Distanz ist... Warten haben wir hier ne klare Windschutzscheibe... He... 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 Sollte es aber nicht übertreiben, der Gute... Ja... Wir hatten die Ferrari heute gespielt... Ja... 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 Dass er dann trotzdem so eine Art Rad... Also jetzt hier am Schluss quasi... Äh... Im Platz 2 auf jeden Fall kämpft... Bei den anderen Gefallen... Ja... Ja guck doch mal nach seinen Stops... Also... Der... Wohne ich doch mal rein müssen... Äh... Irgendwie... Ach, bei dem jetzt auch irgendwie... Weil der war nämlich... Der ist jetzt schon in der... In der Runde seit dem Boxenstück... Weil ich glaube die sind vorher schon 8 Runden gefahren, oder? Ja... Also die Autos haben 8 Runden... Ja... Das Heidel hat nicht so getan... Ja... Aber das wäre eigentlich ein bisschen... Das wäre eigentlich sehr... Verwunderlich... Jaja... Okay... Der hat äh... Der... Der hat äh... Der hat äh... Der hat äh... Der hat äh... Der hat jetzt auch einfach einen... Umwand 27 rausgehauen... Das ist die schnellste Runde... Das zweitschnellste Runde des Fahrzeuges... Äh... Ja... also, der kann das zuhören der kann das hier sehen der ist im 8er-Zeitenfall, damit der hier ankommt er lässt es aber auch krachen hier Andreas hier volles Residuo man muss aber auch sagen die Kollegen, die wir vorhin im Interview hatten von Race Union Tycoon Racing die sind gerade so ein bisschen am zurückfallen nicht jetzt, weil sie stehen oder so sondern, also nicht gleich die Panik kriegen der Peter Neuendorf von Just for Fun, der ist nicht mehr allzu weit weg also, aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht mehr, aber ja, die sind beide auf der Döttinger Höhe die letzte Runde 947 das waren 12 Sekunden langsamer als Neuendorf also, da möchte ich schon fast behaupten dass da irgendwas passiert ist dass da brauchst du keine Angst haben da ist noch kein Windschatten die beiden übrigens direkt vor den beiden also da äh Peter Neuendorf auf dem laufen sie jetzt auch ja, und auch der fährt um ne Position so, das wird natürlich jetzt läuft er genau hier in der Schikane auf den Hof der Mecan ist jetzt in seine Achter rumgegangen oh ich glaub, ach ne ja, da hol das jetzt nochmal Windschatten dass das bloß ne Hundertstel ist, die er gut macht Himmel nochmal, schon wieder diese Kamera ja ja, jetzt ist er richtig dran ja, jetzt ist er richtig dran ich meine, wird er nicht so lange fackeln weil auf dem Grand Prix Kurs ist es deutlich einfacher zu überholen so speziell jetzt hier in der boah, guck dir das an, der schiebt den ja regelrecht hier durch ja der beliebte Stelle bin ich die hier, aber die macht er zu der Hannes ja, wenn er nicht zu weit rauskommt, ne macht er geschickt der beliebte Stelle nehmen wir jetzt dann das Racing und den Titan Racing ja ja, das ist verdammt schwer jetzt vor der NGK ist es auch fast also macht er denn da nicht da? also da hat er nicht mitspielt eigentlich nicht aber das ist irgendwie ja, das geht ja, jetzt versucht das hier außen sofort Nordschleife ist noch eine Möglichkeit weil es relativ breit ist aber auch da ne ja 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 gibt's hier irgendwie eine Regelung wie oft man die Spur wechseln darf im Zweikampf was vorausfahrender ja also normalerweise die die internationale Standartregel dass man einmal ja die Spur wechseln kann es sei denn ist es notwendig einem zu berühmten Fahrzeug auszureichen natürlich ja das ist jetzt was anderes aber jetzt direkt im Zweikampf normalerweise einmal wechseln und Frage ist halt ob das auch irgendwo festgeschrieben ist oh warte der Hannes da oh das ist ja voll herkrönt war beide durchs Gras also naja er war eher bewusst glaube ich das war kein versehen ich glaub das ich hab das meine ich hab das vorhin von ihm schon mal gesehen und zeitgleich parallel der René Weller mit einem Einschlag in die Leitplan gehen hinten rechts glaube ich ein Blattfuß ja dann ist das erstmal dann hat sich das Thema endgültig erledigt vor allem hätte er dabei fast den Jimmy Carr mitgenommen also da kommt irgendwie jetzt gerade alles zusammen ja ja der René da kommt kaum um die Ecke rum also der streicht da gerade um die Strecke ja ich denk mal wir werden ja dann hier irgendwann mit dem Duo hier auf ihn auflaufen oooh der Audi da vorne macht da auch erstmal unkonventionell Platz also hier rechts sehen wir die Reifenspur vom René Weller ja unter dem Bildschirmrand hier sind die Fuchsröhre nur kritisch das Anbremsen hinter einem anderen Fahrzeug weil man einfach nichts sieht um die Kurve rum die offizielle Zeit ist abgelaufen und Kevin Maas fährt jetzt auf die Döttinger Höhe und damit beendet er jetzt dann das Rennen also es gibt keine weitere zusätzliche Runde zu der jetzigen ja und wenn Jimmy Carr jetzt die Karre irgendwie über die Zeit kriegt egal mit welcher Rundenzeit ja die beiden machen hier Alarm und sei es nicht böse wenn wir jetzt den Kevin nicht zeigen aber das ist hier wirklich feinster Motorsport was die beiden zeigen also das wollen wir uns hier nicht hingehen lassen ja der Hannes weiß wo er sein Porsche platzieren muss also der will da nirgendwo riskieren dass der der Andreas Schröder auch nur irgendwo versuchen kann reinzuziehen ja denn dann soll er den langen Weg geben und das ist auch der Nordkleider meistens der schlechte Kevin Maas fährt jetzt mal Mediziner ja jetzt hat er auch noch einen kleinen Fehler gemacht Andreas so herzlichen Glückwunsch an Kevin Maas wir gehen mal ganz schnell dahin und um das Auto mal zu zeigen da ist er herzlichen Glückwunsch genau sei mal ein bisschen vorsichtig da kommen noch welche vielleicht nicht damit rechnen 8 Sekunden war der Schluss gegenüber Felix Heinen ja herzlichen Glückwunsch natürlich auch an den Felix beziehungsweise an Green Flashes genau auf der Döttinger Höhe dann als nächstes dann der Fabio Schürmann die dem Handwerk endlich das Ding da über die Bühne bringen und verdient aufs Podium fahren das hat viel Schweiß gekostet dass man das jetzt endlich mal da über die Bühne bringt so wir gucken mal ganz kurz nochmal hier zu unseren beiden Kampferien momentan eine schöne Lücke aber ich befürchte es war halt dieser kleine Schlenker den der Andreas Schröder eben da verpliziert hat mit dem Hannes Flederer jetzt ein bisschen Luft verschafft hat aber ich befürchte mal es wird nicht halten bis der Döttinger ja ich glaube auch also der der so so viel besser wie er mit der Ferrari einlenken konnte engere Linie fahren kann äh glaube ich dass er ziemlich schnell wieder aufschließt jetzt mal bis kurz nach dem Karussell ist er dann schon wieder dran so Fabio Schürmann ist auch im Spiel auf ja haben wir ja gesehen war er zwar noch auf der Döttinger aber das war ihm nicht mehr zu nehmen ja der Jimmy Kahn der ist im Schleichgang unterwegs äh obwohl die zwei sich hier bekämpfen bekriegen und teilweise von der Strecke abkommen äh hat der Jimmy Kahn ja der ist nicht nicht unbedingt äh Meilen vor ihnen sondern der ist im gleichen Streckenabschnitt ja er hat noch 37 Sekunden und ehemals 66 ja also der lässt es auch gemütlich angehen da hat sich auch jemand verbremst irgendwie vor ihnen ja das könnte jetzt das Zünglein an der Waage sein wer ist das hier vorne das ist der Annivella das ist der Pudde au ist das hier gut gegangen ja beide durchgebrochen also das wäre jetzt noch der Abschluss gewesen im wahrsten Sinne also da wird auf jeden Fall nichts her geschenkt da wir jetzt jeder diesen zweiten Platz haben wie hart die die drei Stunden vorher waren da geht es jetzt um alles zwischen den beiden die anderen Klassen sehen sie uns nach wenn wir hier auf diesem Duell bleiben das hat man nicht allzu häufig die beiden machen das wirklich super also allen voran natürlich der Hannes vorne dran der sich hier breit macht das ist schon aller Ehren wert wenn Andreas heißt jetzt natürlich den richtigen Zeitpunkt abwarten und lieber mehr Schwung mit auf die Gerade nehmen ja mit ein bisschen Abstand und möglichst Mitte Mitte Gerade dann daneben gehen nicht zu fliegen und keinen Fehler hier in dieser Kurve machen die wird gerne mal unterschätzt und genau das ist es dann oh scheiße ja das wars dann so dann können wir uns jetzt vorne den Herrschaften hier man sollts nicht verschreien ja ja das war's du warst schuld so ich bin jetzt eigentlich eher dann vom Hannes ausgegangen dass er jetzt hier nicht quer rauskommt und sich opfert aber so da gibts jede Menge Staub da freut sich der Sven Dreyer Simi Khan ist auch durch Simi Khan hat es tatsächlich geschafft die Winterklasse 2 oh müssten wir mal horchen naja was sie sagen wie viel Spritzer haben ich meine er fährt immer noch also da muss man auch sagen herzlichen Glückwunsch großartiges Rennen großartige Strategie sollte es knapp mit dem Sprit sein heißt es natürlich ähm er muss ja in die Box kommen wenn er aus eigener Kraft nach dem Rennen nicht in die Box kommt dann trotzdem eine Strafe und ja aber so wie er da momentan Gas gibt glaube ich recht ist locker ja Johannes Flederer sitzt dann auch als Zweiter in der Klasse im Ziel Andreas Schröder auch als Dritte so hier dürfte der Führende der Klasse 3 sein genau Robert Kötike ähm zweiter und drittplatzierte die sind schon im Ziel weil die hinter dem Führenden direkt ins Ziel gekommen sind ja eigentlich kann er jetzt direkt in die Box fahren ja ja er hat noch ein Stückchen vor sich Joris Schäbfahrt wird fünfter in der Klasse 1 so natürlich auch schon im Ziel weil logischerweise rundenbedingt oder technisch bedingt zwei Rundenrückstand Michael Bräutigam nochmal eben hier wo ist er denn steht der denn ah in der Box ok ne das ist er nicht äh sollte er aber sein oder habe ich mich verklickt ah da ist er ähm dann gewinnt die Klasse 4 vor Alex Becker und wenn ich das richtig sehe Renivella der aber noch irgendwie fährt nur noch in der Box ach ne Quatsch das ist nur der ja alles gut er hat es gut geschafft den dritten Platz zu retten ähm ja 17 Sekunden haben es dann am Ende noch ausgemacht gegenüber Peter Neuendorf der übrigens äh äh ja ich hab's ja fast schon angekündigt äh äh das Race Union Auto noch abgefangen hat also Peter Neuendorf äh für Just for Fun Virtual Races überholt dann in der letzten Runde noch das Race Union Teichmann Racing Auto so herzlichen Glückwunsch an den Robert hier der ja auch alleine gefahren ist meines Wissens ne die haben nicht gewechselt oder ok auch da muss man sagen sehr sehr geile Leistung aber auch so ein bisschen erwartet ja damit alle im Ziel ähm neuen Ausfälle hatten wir zu beklagen äh falls jemand jemanden vermisst hat äh das Piranha Sim Racing Auto ist ausgefallen ähm das Handwerk diesmal mit dem anderen Auto mit dem neuen Auto in der Klasse 4 Cooler Rebel Esports der Klasse 2 Ford GT KPR Sim Racing hat das das neue Auto den Audi in der Klasse 1 abstellen müssen et1.de musste das Klasse 1 Fahrzeug ähm ja mit Problemen natürlich abstellen und Black Falcon relativ früh schon raus in der zweiten Runde genauso wie MGR Motorsport mit einem Motorschaden P1 Gaming und Team Solo auch bereits in den Inhalt der ersten zwei Runden ausgeschieden beim Team Solo wissen wir gar nicht so recht woran es liegt das war noch in der ersten Runde vor dem Start also ich schätze mal dass das da nichts mit dem Unfall zu tun hatte sondern da auch technische Probleme waren aha das wären dann auch die ausgefallenen gewesen genau ähm darf ich fragen ist es geregelt mit den Interviews? ähm normalerweise suchen wir uns dann ja auf jeden Fall die Sieger der Klasse zusammen insofern sie da sind das ist dann auch nicht immer das leichteste insofern sie wollen na ich glaube wir hatten mit dem Micha verabredet dass die das irgendwie ins Forum schreiben oder irgendwie ich weiß das halt nicht mehr so ganz genau ich war jetzt zwei Rennen nicht da ja na gut warten wir uns einfach ab was passiert wir zeigen mal noch so ein bisschen den Flyer toll wäre natürlich wenn jetzt die Race Control schon Meisterschaftsauswertung gemacht hätte und wir jetzt schon den neuen Meisterschaftsstand bekannt geben können das Problem ist das machen normal auch ich achso ok ja dann hättest du das du hast doch noch weiß kurz Zeit gehabt jetzt hier ja genau genau äh ja gerade mit den mit den diesen Punktesystem ist es nicht so einfach so im warteraum stream also die Leute finden sich da ja da sollen sie einfach reinkommen ja die sollen einfach reinkommen weil wir können hier nicht ziehen ich glaube ich hatte mal irgendwann Atmenrechte bekommen aber ich musste dann einen anderen Rechner benutzen und aber wo ist er denn auch ja jetzt kommt mal hier alle so äh erstmal Glückwunsch an alle die schon da sind ich glaube ein paar finden sich da noch ein äh ich glaube wir fangen einfach mal mit dem Sieger in der Klasse 1 an mit dem mit dem Kevin Maas Kevin wie war dein Rennen? ach nö was soll ich sagen? ja also soll ich anfangen also dafür dass ich heute den Donnery won habe bin ich ganz ganz zufrieden also ich hatte ganz schöne Probleme heute ja wir haben nicht wirklich mitbekommen warum dein Auto so ausschaut aber kannst du uns vielleicht kurz sagen wo wo es dann passiert ist? weil gesehen haben wir es leider nicht ja ich hatte einen fiesen fiesen Virus auf dem Rechner ja musste alles neu machen und irgendwie hat das mit dem Lenkrad überhaupt nicht hingehaut dann muss R-Faktor neu machen alles war heute ein bisschen stressig da noch was hinzukriegen ja und paar mal eine Leitplanke habe ich probiert ok warst du überrascht über den guten Start vom Felix? naja weiß nicht was er machen wollte ein bisschen ärgern aber naja hat Spaß gemacht die ersten beiden Runden mit ihm weiß nicht ist ein bisschen mehr aufs Gras gegangen gut die Hälfte der Saison ist jetzt rum bis jetzt habt ihr das ja eigentlich ja wenn man jetzt mal bedenkt dass die Streichergebnisse jetzt dazu bekommen und bei euch nur sie stehen bleiben nach momentanem Stand muss man dann dann schon davon sprechen vom Gesamttitel oder rechnet man da noch gar nicht damit sondern sagt Rennen für Rennen also geht ja noch also fünf Rennen sind ja noch zu fahren da kann ja noch viel passieren Moin Moin alles klar Kevin wenn du noch was anfügen möchtest sonst mach ich weiter nö ich bin fertig sehr schön ja wir machen wir dann weiter Klasse 2 Jimmy Kahn jo Glückwunsch zum Sieg äh wir waren uns nicht ganz sicher ob am Schluss der Sprit reicht war das knapp oder hat es bloß so ausgeschaut ach das ich hab das ganz ruhig angelassen ich hab noch genug genug Sprit noch für zwei Runden oder ein oder zwei keine Ahnung aber war noch genug drin okay das hat hat uns ein bisschen überrascht weil ihr am Anfang vom Rennen kurzestens gefahren seid im Vergleich zum Schluss dann äh war das von Anfang an so geplant meine Taktik war eher darauf ausgelegt ein bisschen Druck auszuüben vor allem auf den Schröder und das scheint ja auch hingehauen zu haben und äh der hat sich irgendwie gedreht der Ruhr 8 und danach war das das einsamste Rennen aller Zeiten ja wir haben schon gesehen äh du hast ja eigentlich fast durchgehend über eine Minute Vorsprung gehabt ja eine Minute nach vorne eine nach hinten und naja du hast es dir dann am Schluss einfach eingeteilt oder? ja naja drei Stunden ist ja auch kein Zuckerschlecken ne also ja ich weiß da dachte ich mir naja lassen wir es ein bisschen ruhig angehen okay ähm ja wie siehst du deine oder eure Position in der Klasse jetzt so nach der der Hälfte der Saison also im Moment sieht es ziemlich gut aus wir haben ja jetzt äh kräftig Punkte gesammelt äh und die Gegner haben äh Fehler gemacht sagen wir es so ähm ja sieht noch gut aus aber jetzt kommen die langen Rennen und da müssen wir uns im Team ein bisschen äh zusammenreißen jetzt um das Ergebnis auch so zu halten wird nicht leicht weil da sind doch einige dabei die sehr viel schneller sind als wir alles klar dann danke für die Einschätzung und gehen wir gleich zum Hannes Pflederer über der Zweiter in der Klasse geworden ist Hannes äh letztes Rennen gewonnen jetzt wieder Zweiter ähm und das obwohl ihr von von weiter hinten gekommen seid wobei das seid ihr im letzten Rennen auch wenn man die erste Runde mal dann so sich anschaut aber habt ihr damit gerechnet nach dem Start oder äh nö also wir haben uns eigentlich gar nicht so viel ausgerechnet für heute ähm der Stefan und ich haben gemeint äh wir fahren einfach mal schauen wie es geht dann ist mein äh Internet äh irgendwie hat die Verbindung verloren ähm kurz vor der Quali dann hat es der Stefan zum Glück noch äh auf den Server geschafft äh konnte dann die Quali fahren und seinen ersten Turn und äh ja ich hatte dann Spaß äh äh ja gute zwei Stunden und hinten die letzten zwei Runden mit mit äh Andreas Schröder war natürlich richtig fein das hat ganz hart viel Spaß gemacht also den Zweikampf den haben wir dann ja eigentlich auch die komplette letzte Runde verfolgt äh ja ihr wart irgendwann mal beide jeder auf der anderen Seite vom Gras äh äh was denkt man sich da wenn man so sieht äh jetzt geht's aufs aufs Ende zu und äh der da hinten packt aber auch wirklich alles aus was er hat ja also ich hab mir schon fast gedacht dass weil der Andreas hat glaube ich wirklich alles auspackt was ging als vorausfahrender immer ähm bisschen schwieriger weil man dann doch versucht das Risiko einigermaßen zu dosieren ähm ja er hat glaube ich äh ja wie schon gesagt ziemlich viel riskiert ging gut er war wirklich sauschnell also ich 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 hatte keine Chance hab pro Runde dann so zwei Sekunden gut wenn nicht drei manchmal verloren und äh dann wusste ich auch schon auf was es raus läuft hab dann auch gar nicht mehr viel riskiert weil ich wusste dass auf der Nordschleife kommt er eigentlich nicht vorbei und äh wenn ich wenn ich auf die Dettinger Höhe raus äh äh gut rauskomme dann äh kann der Porsche natürlich auch da seine Vorteile äh ausspielen sag ich mal und so seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis wie schaut es dann in der ja in der Wertung aus also ich ich stelle die Frage jetzt eigentlich an an jeden aber Hälfte der Saison ist halt dann doch schon rum so schnell geht es dann äh äh was erwartet man wie es weitergeht also ja unser Saisonstart an sich äh ziemlich verkorkst war und wir jetzt eigentlich wenn wir es so will erst zweite gute Rennen äh gefahren haben äh ja also wir wir schauen was geht gucken dass wir immer schön vorne rein fahren und dann gucken wir mal wozu es am Ende reicht okay danke Hannes ähm Sieger Klasse 3 Robert Gütke Robert äh das waren speziell die erste Hälfte vom Rennen ein enges Ding mit KPR oder? das hat äh Spaß gemacht ja das war in der Tat äh doch wobei ich äh ganz ehrlich gesagt ähm ich hab überhaupt nicht damit gerechnet dass das überhaupt möglich gewesen wäre äh sich mit KPR also jetzt hier mit dem Jens da äh sich zu balgen weil äh ich ich wusste halt einfach äh auf einer einzelnen Runde gesehen also rein vom Speed her da komme ich um im Leben nicht hinterher von daher war es dann doch ein bisschen überraschend dass er sich ein bisschen hat unter Druck setzen lassen und das war glaube ich so ein bisschen auch der der Schlüssel dass ich dann auch später dann vorbeigehen konnte einmal ähm ähm ist dann schon ein bisschen nervös geworden also auch genauso äh äh Quali auch super Ergebnis gewesen also konnte ich mich überhaupt nicht mitbesperren das war immer noch zwei Sekunden fast langsamer gewesen als KPR aber äh wunderbar war ich voll mit zufrieden und jetzt halt eben ganz ganz wichtig äh dass wir hier gewonnen haben weil äh zweites Rennen hab ich ja den Motor einmal äh ins Nirvana gejagt wo ich dann ein bisschen perplex dann hier mitten im Rennen dann hier schon aufgetaucht bin äh du warst das genau genau richtig ja wunderbar wunderbar von daher ist das heute so ein bisschen auch fürs Team so eine kleine Wiedergutmachung dass sie mir nicht mehr ganz so böse sind hohohoh ich hab ich hab auch das Lenkrad seit dem Rennen nicht mehr angefasst ich weiß das ist jetzt glaube ich drei Rennen her oder so was seitdem hab ich nicht eine Runde mehr gefahren und von daher ist das heute alles äh komplett Überraschung das einzige was halt eben den Sieg möglich gemacht hat war einfach nirgendwo reinknallen allem aus dem Weg gehen und hat zum Glück funktioniert euer Stopp war eine Runde früher als äh der von KPR war das geplant dass ihr frischere Reifen habt weil vor dem Stopp waren 6 Sekunden Rückstand und nach dem Stopp war es auf einmal total eng also geplant war es nicht oder auf gar keinen Fall das Problem bei mir ist ich verbrat blase einfach den Sprit so dermaßen dass ich in der Einführungsrunde selbst wenn ich da im 6. Gang fahre oder sowas das bringt mir nix weil mir dann für den ersten Stint kann ich eine Runde weniger fahren ist einfach bei meinem Fazil so reg ich mich jedes Mal drüber auf aber ich kann halt nix ändern ok also unter normalen Bedingungen ohne GP Kurs ohne also ohne Recon und Einführungsrunde gehen acht Runden mit den beiden gehen nur sieben weil genau diese diese sechs sieben Liter oder was die man da verbraucht das schickt er nicht dann fehlen mir am Ende zwei Liter und wegen zwei Litern kann ich da eine Runde weniger fahren am Anfang ok ja gut das ist auf jeden Fall eine ehrliche Antwort und ja nicht die die wir erratet haben aber also so gesehen das war nicht geplant wenn ich planen könnte würde ich eine Runde mehr fahren sehr schön ok noch kurz weil es halt einfach jetzt dazu gehört wie schätzt ihr eure Chancen ein in der Meisterschaft ähm schwer also es wird schwer es ist nicht komplett raus das hat man heute gesehen ein kleiner Fehler kann das schon ausmachen unser Streichergebnis haben wir ja schon dank mir ole ole ansonsten heißt es jetzt wirklich nur noch durchhalten Punkte holen ja wir dürfen halt das einzige was halt nicht passieren darf ist wenn wir jetzt immer Zweiter oder Dritter werden und KPR gewinnt jedes Mal das bringt uns natürlich nichts von daher müssen wir einfach gucken dass wir halt eben eventuell bei dem einen oder anderen Rennen noch davor kommen also aus der Welt ist es noch nicht die Chancen denke ich jetzt mal aber es wird schwer ok danke dir dann auch ähm den Jens Ledwig oder von KPR haben wir glaube ich keinen da ne dann machen wir gleich weiter mit der Klasse 4 für den Sieger erstmal ja Michael Bräutigam äh wer soll dich aufhalten äh das war das sah alles sehr einfach aus aber wir haben wenn wir dich im Bild hatten haben wir gesehen dass du trotzdem total am Limit bist äh wie motiviert man sich da dass man da nicht die Konzentration bei einem 3 Stunden Rennen äh verliert wenn man da so so klar führt ja also sah das echt so schlimm aus deswegen weiß gar nicht also ich heute hatte ich dann tatsächlich alles mal im Griff äh ich glaube ich war auch nie so richtig neben der Strecke also mit zwei Reifen schon mal aber ansonsten äh ja nach den Ausfällen in den 3 Rennen die ich bisher gefahren bin habe ich mir dann heute vorgenommen einfach mal möglichst einen Nullfehlerjob zu machen und nicht das allerletzte zu riskieren und das hat dann auch ganz gut geklappt ähm ähm gab es irgendwas was äh äh ja du sagst ja selber schon du hast alles unter Kontrolle gehabt und fällt mir jetzt zum Rennen an sich nichts mehr ein außer dich zu fragen also zur Motivation vielleicht doch äh ja das war einfach das dass ich den Nullfehlerjob machen wollte und also bei mir ist es halt so dass je schneller ich oder je näher ich am Limit fahre desto besser kann ich mich einfach auch konzentrieren weil sonst macht man dann irgendwelche Nachlässigkeitsfehler wie beim letzten Rennen dass ich die kleine Einführungsrunde wegdrehe oder sowas und äh und äh ja das war einfach meine Motivation und mein Antrieb heute dann auf der Strecke zu bleiben und trotzdem noch den Speed zu halten okay in der in der Klasse 4 schaut es natürlich von der von der Meisterschaft her her spitze aus und auch in der Gesamtwertung sieht es nicht schlecht aus wenn man solche Ergebnisse einfährt äh ja auch an dich die Frage wie schätzt man dann seine Chancen auf so einen so einen so einen Kampf um den Titel ein ja also eigentlich noch viel schlimmer als der Robert als der Robert seine Chancen einschätzt äh äh weil wir haben jetzt einfach unsere zwei Nuller schon ähm also wir haben zweimal gewonnen zwei Nuller und jetzt haben wir das dritte Mal gewonnen und äh ja jetzt darf halt einfach nichts mehr passieren ich denke mal in der Gesamtwertung also über alle Klassen ist die Spitze schon zu weit weg aber dadurch dass wir nicht die Einzigen mit ausfällen waren in unserer Klasse offenbar dann um den Klassen Titel mitzufahren noch alles klar äh ja danke dir Michael und jetzt haben wir hier ein paar Leute mehr von von Dracen Motorsport wer möchte da? ähm ich war ja schon im Stream vielleicht kann der Alex paar Worte sagen zu seinem letzten Stint gern wenn er sein Mikrofon aufmacht ja 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 toll Alex äh genau dich hatten wir nämlich noch nicht von euch äh wie war dein letzter Stint wir haben gehört äh vier Wochen vier Wochen Pause äh vier Monate Pause glaube ich sogar ja waren vier Monate dann gleich wieder ins Auto ja ja war sehr holprig sehr anstrengend aber naja ich bin durchgekommen hab den Platz Gott sei Dank halten können und alles andere wird sich denke ich mal in den nächsten Wochen, Monaten wieder ergeben ähm zufrieden mit dem Ergebnis so mit dem ersten Rennen nach der Pause ja doch sicher sicher es gab einige Probleme wo ich dann gedacht habe oh jetzt wird es extrem haarig aber Auto heil ich heil also kann nur besser werden okay äh wir haben ja eigentlich einen harten Kampf wieder mal gegen gegen Motorsport for All erwartet der sich dann am Schluss nicht erfüllt hat äh das war dann schon irgendwo Erleichterung oder? ja das durchaus also wir hatten extrem Glück dass der Weller da doch ziemlich lange in der Box stand ich denke mal sonst wäre er vor uns raus gekommen und dann naja ja man weiß nicht was passiert wäre ne okay ähm ich weiß nicht so wie du den den Überblick jetzt so als als neuer Fahrer hast über die die Situation in der Meisterschaft aber ihr habt jetzt seid ihr eingestiegen seid ihr super Rennen geliefert und wart immer vorne mit dabei äh 3 Ergebnisse gibt es ja auch also ist für jeden noch alles offen äh muss man Drace zu den zu den Favoriten zumindest um den Kampf um die ersten 3 Positionen zählen? in der Klasse 4 natürlich erstmal ja doch das denke ich schon also wenn wir unsere solide Leistung beibehalten können denke ich schon dass wir um die Top 3 mitfighten können okay schlussendlich zählt die Gesamtwertung und wie wie schaut es da aus? weil also die Gesamtwertung weil also die Gesamtwertung ja also zur Gesamtwertung muss ich sagen habe ich gar nicht noch so gar nicht so den Überblick also da muss ich mich erstmal reinfuchsen und dann naja hoffen wir aufs Beste alles klar bedanke ich mich erstmal bei allen die wir siegen und 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 die äh ja Stimmungen äh Stimmungen Meinungen die wir bis jetzt gehört haben den Stefan Strohmeier haben wir noch möchte der auch noch was sagen? ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen ja ja wunderbar genau äh Lutz du noch irgendwas? ja also ähm ganz ganz allgemein also es ist natürlich eine riesen Freude ich wünschte ich könnte zu jedem Rennen dabei sein weil es macht total Spaß und die Rennserie ist was ganz besonderes und ähm ja man trifft halt immer wieder auf Leute die man irgendwo anders her kennt und es ist total klasse also es ist total schön und ich freue mich auf jedes Rennen was ich hier noch mit kommentieren darf und die Action ist einfach grandios die fahrerische Leistung ähm ich weiß sehr gut was was hier abverlangt wird und ähm ist phänomenal also es gibt eigentlich überhaupt nichts also es gibt gar keinen Kritikpunkt wo man jetzt irgendwie sagen könnte hier oder da könnte man irgendwie sollte oder der das Team ist doof oder es ist äh irgendjemand sticht komplett heraus okay lassen wir mal den Michael jetzt mal aus vor aber ähm das weiß man ja auch vorher also es ist es macht total Spaß und äh ja vielleicht kann ich eins von den langen Rennen wenigstens phasenweise mit dabei sein würde mich sehr freuen und nochmal meine Gratulation auch an alle die jetzt hier ins Ziel gekommen sind natürlich ganz besonders an die Podiumsfahrer in den Klassen und äh wir haben es ja erlebt wir haben es ja erlebt Ausfälle gibt es dann doch immer wieder ob das jetzt technisch bedingt ist oder oder was auch immer dann dazu führt ähm bei der Anfangsquote an Ausfällen hätten wir ja dann doch erwartet dass es mehr werden also so gesehen war es dann doch nicht ganz so schlimm wie gedacht und ja ich glaube wir haben trotzdem ein schönes Rennen gesehen vor allem wir haben wieder wieder eine spannende Schlussphase gehabt also selbst wenn dann zwischendurch mal so ein Hänger drinnen ist weil das Feld auseinander gezogen ist es gibt dann doch immer wieder einen spannenden Schluss und ja ich hoffe einfach nur dass das uns keine Übel nimmt dass wir dann am Schluss auf den Zweikampf geblieben sind weil das einfach ja bis in die in die vorletzte Kurve quasi super spannend war ja okay ja dann würde ich sagen beenden wir das für heute vielen dank an alle Zuschauer fürs zuschauen und natürlich an die Akteure hier fürs Aktieren fürs Fahren und äh für die tolle Action wir sehen uns wieder äh Marcel, wann? super, jetzt habe ich gerade zugemacht den ganzen Tag alles offen ja ja ich hab's auch leider zu also normalerweise sind das glaube ich immer drei Wochen, ne? oder? na gut äh es verschiebt sich natürlich immer ein bisschen weil die ganz langen Rennen am Wochenende sind ja dann sind es nicht immer ganz genauso die gleichen Abstände ähm am 29.3. geht es weiter am 29.3. und dann wie lange? das ist dann das längste Rennen der Saison das sechs Stunden Rennen äh, die Kappler Simracing sechs Stunden ok ok und da bin ich dann ganz besonders gespannt weil die Distanz ist dann halt nochmal eine ganz andere Hausnummer ja äh, bin ich auch mal gespannt ob die, die sich bisher um die Fahrerwechsel so ein bisschen drum rum gewunden haben ob die es dann nochmal vollziehen ja ja gut, also würde mich auch schwer interessieren und ich werde versuchen naja, wir werden sehen ob wir das hinkriegen und ich denke bei sechs Stunden Rennen kann man auch gut zu dritt moderieren und oder zumindest mit einer mal eine Pause bekommt also, bis dahin und euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns wieder am 29. hier zum sechsten Lauf bis dahin, ciao jo, ciao bis zum nächsten Mal